Eva Erbotsohn, Fünf Hunde im Gepäck Erster Kapitel, Henrys Geburtstag Henry hatte immer nur einen einzigen Wunsch gehabt und das war, ein Hund. Er hatte sich zu seinem letzten Geburtstag einen Hund gewünscht und zum Geburtstag davor und zu jedem Weihnachtsfest. Und nun, da sich sein Geburtstag erneut jährte, wünschte er sich einen Hund sinnlicher denn je. Er hatte alles über Hunde gelesen. Er wusste, wie man sie füttern und wie man sie abbrechen musste. Doch jedes Mal, wenn er seine Mutter um einen Hund bat, meinte die nur, sei nicht albern, was sollen wir mit einem Hund? Denk nur an die Unordnung, überall hat man Haare auf dem Teppich und Kratzer an der Tür. Und erst der Geruch, von den Pfützen auf dem Boden ganz zu schweigen, Albina Fenton konnte an Hunde nur mit einem Schaudern denken. Und wenn Henry dann entgegnete, dass er dafür sorgen wollte, dass der Hund nicht roch, dass er ihn ständig ausführen würde, damit er keine Pfützen auf den Boden machen müsste, sah sie ihren Sohn gekränkt an. Du hast so ein schönes Zuhause. Ich hätte dich viel dankbarer gehalten. Das mit dem schönen Zuhause stimmte ja auch, irgendwie, Henrys Eltern waren reich, sie wohnten in einem Vorort von London in einem großen modernen Haus, das mit seidenen Vorhängen ausgestattet war und mit Teppichen, die so dick waren, dass die Füße darin versanken. In der Garage standen drei funkelnagelneue Autos, eins für Henrys Mutter, eins für Henrys Vater und eins für Henrys Kindermädchen, damit brachte sie ihn in die Schule, es gab fünf Badezimmer mit goldenen Wasserhähnen und Regenduschen und eine Sauna. In der Küche summten und brummten die neuesten technischen Geräte und die Dealweihe mit Marmorfliesen aus Italien ausgelegt. Doch im ganzen Haus gab es nichts Lebendiges, nicht den kleinsten Käfer, nicht die zarteste Spinnen, nicht die scheueste Maus. Albina und die Hausangestellten achteten peinlichst genau darauf. Im Garten gab es natürlich auch keine Blumen, nur gehackten Kies, denn Blumen bedeuteten Erde und damit Dreck. Obwohl er wusste, dass es sinnlos war, länger zu hoffen, wollte Henrys noch ein letztes Mal versuchen. Zehn Tage vor seinem zehnten Geburtstag stand er früh auf und trat auf den dunkelblauen Teppich, den seine Mutter in der kommenden Woche auswechseln wollte, denn Blau war nicht mehr modern. Henry hatte erwidert, dass er Blau schön fände, doch seine Mutter hatte ihn nur mit diesem mitleidigen Lächeln bedacht, das sie jedes Mal für ihn hatte, wenn er etwas sehr Dummes sagte. Nun knipste er sein Nachtlicht aus, das aussah wie eine fliegende Untertasse, und überlegte, warum er genauso schlecht mit einer Lampe schlief, die wie eine fliegende Untertasse geformt war, wie mit einer, die die Form eines Wolkenkratzers hatte. Er ging ins Badezimmer hinüber und wusch sich ganz besonders gründlich, sogar hinter den Ohren. Dann putzte er ausgiebig seine Zähne mit der elektrischen Zahnbürste, bevor er den Hochdruck Atemerfrischer benutzte, der an der Wand hing. Er wollte, dass alles in Ordnung war, bevor er den Zettel für seine Mutter schrieb, denn der war wichtig. Wenn sie ihn bemerkte, würde alles gut werden, wenn nicht. Er setzte sich an seinen ergonomisch geformten Schreibtisch, nahm einen Füllhalter und einen Bogen von seinem feinen Briefpapier, denn seine Eltern hassten Schlampigkeit, und schrieb in Schönschrift, bekomme ich einen Hund zum Geburtstag, bitte, bitte, er schrieb es dreimal, denn er wollte, dass es richtig gut aussah, seine Eltern hatten ihn von seiner letzten Schule genommen, weil sie meinten, er mache dort nicht genug Fortschritte, und dann tappte er über den Flur und schob den Briefbogen unter der Schlafzimmertür seiner Mutter durch, seinem Vater zu schreiben war sinnlos, denn sein Vater war in Dubai, oder etwa in Hong Kong, Henry wusste es nie genau, obwohl er sich alle Mühe gab, sich zu merken, wo sein Vater sich gerade befand, sein Vater war ein Vielflieger und befand sich mehr in der Luft, als auf der Erde. Albina war gerade in ihrem begehbaren Kleiderschrank und überlegte, was sie anziehen sollte also wirklich, das sind doch alles nur Lumpen, murmelte sie, während sie eine Reihe schimmernder Abendkleider abschritt und dann zurück an einer Reihe eleganzer Kostüme entlang ging, sie öffnete Schubladen mit rüschen Blusen und spitzen Schals, ich werfe den Plunder weg und kaufe alles neu, höchste Zeit für einen ausgiebigen Einkaufsbummel, als sie aus der Garderobe kam, sah sie, dass jemand einen Zettel unter ihrer Tür durchgeschoben hatte, und ihr Herz wurde schwer. Er war bestimmt von Henry, nicht dass sie seinen Geburtstag vergessen hatte, im Gegenteil, sie hatte ein Geschenkset im Kaufhaus Hamleis und ein zweites bei Harutz in Auftrag gegeben, dort stellte man Passendes für einen Jungen in Henrys Alter zusammen und lieferte es pünktlich am Abend vorher, bisher hatte das immer wunderbar funktioniert, ein stadtbekannter Partyservice würde das Essen bringen, aber was die Party selbst betraf, so tat sich Henry schwer damit, in der neuen Schule, die für ihn in jeder Hinsicht die bessere war, auch Freunde zu finden, sie hob den Zettel auf, hoffentlich geht es nicht wieder um das eine, dachte sie, doch, das tat es und sie würde ihm wieder erklären müssen, wie unmöglich das war, und müsste dann sehen, wie er sich wegdrehte und auf seiner Unterlippe herumbiss und dabei aussah wie ein armes Waisenkind und nicht wie ein Junge, der alles auf der Welt hätte haben können, es ist so ungerecht, sagte sie zu ihren Freundinnen, als die sie am Vormittag auf einen Kaffee besuchten und Henry vom Kindermädchen in seinen Freizeitclub gebracht worden war, ich tue wirklich alles für den Jungen, aber meint ihr, er wäre mir dankbar, ihre Freundinnen, deren Namen alle mit G begannen, Glenda, Geraldine und Gloria waren wie immer voller mit Gefühl, aber er sieht ziemlich blass aus, sagte Gloria, ich sag dir mal was, ich hab gelesen, dass es Leute gibt, die Kindern Grußbotschaften an ihrem Geburtstag überbringen, die sind dann als Affe oder irgendein anderes Tier verkleidet, singen ein lustiges Lied und gratulieren, vielleicht findest du jemanden, der als Hund verkleidet kommt nachdem ihre Freundinnen gegangen waren, rief Albina im Büro ihres Mannes an und bat die Sekretärin, ihm in Dubai eine Nachricht zu hinterlassen erinnern sie ihn bitte daran, dass Henry am Freitag Geburtstag hat, vielleicht kann er ein Geschenk für ihn im Duty Free besorgen, mehr konnte sie nun wirklich nicht tun, dachte Albina und griff nach einer der Wohnzeitschriften, die in einem großen Stapel auf dem Kuchtisch lagen, es hieß, die angesagteste Farbe in diesem Jahr wäre Beige, sie musste unbedingt den weißen Teppich im Esszimmer loswerden, obwohl es sich eigentlich nicht mehr lohnte, es war doch wirklich eine Schande, dass sie noch immer in einem Haus ohne Swimmingpool wohnten, bis zur letzten Minute hoffte Henry auf ein Wunder, er stellte sich vor, wie er am Morgen die Augen öffnete und vor der Tür wäre ein Schnüffeln zu hören und dann käme auch schon der Hund in sein Zimmer gestürzt, manchmal war der Hund braun und flauschig, manchmal weiß mit glattem Fell, aber eigentlich war es Henry egal, wie der Hund aussah, Hauptsache, er war lebendig und gehörte ihm und würde da sein, wenn sein Vater in Dubai war, seine Mutter unterwegs mit ihren Freundinnen und er allein im Haus mit einem Kindermädchen, das praktisch jeden Monat wechselte und immer nur Heimweh hatte und traurig war, aber der Hund in seiner Fantasie blieb ein Phantom, niemand kratzte am Geburtstagsmorgen an seiner Tür und das Bellen, bei dem Henrys Herz heftig zu schlagen begann, kam von einem Hund auf der Straße, Henry zog sich an und ging hinunter, wo seine Mutter schon neben dem mit Geschenken überladenen Frühstückstisch auf ihn wartete, Hamleys war nicht umsonst der bekannteste Spielzeugladen von ganz London, sie hatten die aktuellste Spielkonsole geschickt, das neueste Brettspiel, eine Laserpistole und ein ferngesteuertes Auto mit eingebautem Metalldetektor, von Harutz stammte ein I-Bot, ein riesiger Chemikasten und ein Spielzeugroboter, na, freust du dich, fragte seine Mutter, während sie ihm dabei zusah, wie er die Pakete öffnete, und Henry nickte ja, ich freue mich, sie sagte, dass am Abend sein Vater zurückkommt und ihm etwas vom Flughafen mitbringen würde ist etwas von Opa und Oma gekommen, fragte Henry, woraufhin Albina seufzte und ihm ein kleines, in braunes Papier gewickeltes Päckchen reichte, die Eltern ihres Mannes waren nicht reich, sie lebten im Norden Englands in einem kleinen Häuschen an der Küste, als Henry noch klein gewesen war, waren sie einmal zu Besuch gekommen, schon der Koffer war eine Zumutung gewesen, abgeschabt und mit einer Strippe zugebunden, wie peinlich, sie waren nie mehr wiedergekommen, aber dafür schickten sie Henry zu Weihnachten und zum Geburtstag sehr seltsame Dinge, wenn man schon kein Geld für ein anständiges Geschenk hatte, war es doch besser, man schickte überhaupt nichts statt einer ordinären Muschel oder einem Stück Felsen, dachte Albina, und doch schien sich Henry jedes Mal über die Geschenke seiner Großeltern zu freuen, nun schaute er verzückt auf ein kleines, braunes, schrumpeliges Etwas, das ihm mehr zu bedeuten schien als die anderen Geschenke das ist ein Seepferdchen, sagte er und las die beigefügte Kates ist auf einen der Felsen gespült worden, die Fischer glauben, dass es Glück bringt, dann nahm Henry seine Geschenke mit nach oben und spielte mit ihnen, am Nachmittag erschien dann der Wagen vom Partyservice mit einer Geburtstagstorte, die wie ein paar Turnschuhe aussah, alles, was Albina bestellte, musste eine andere Form haben als die natürliche, eine Torte, die wie eine Torte ausgesehen hätte, wäre schließlich langweilig gewesen, Henrys Freunde kamen, aber eigentlich waren es keine richtigen Freunde, die hatte er an der alten Schule zurücklassen müssen, sie spielten mit seinen neuen Spielsachen, zerbrachen das ferngesteuerte Auto mit dem Metalldetektor und kippten den Inhalt des Chemiekastens auf den Boden, nachdem sie Tee getrunken und Kuchen gegessen und einem Zauberer zugeschaut hatten, kam die Überraschung, ein Lieferwagen fuhr vor, die Törglocke schellte, die Tür öffnete sich und ein, ein Wesen, stürzte ins Zimmer, es war groß, in gelbes Fell gehüllt, hatte schwarze Schlappohren, einen Schwanz und eine rosa Zunge, die ihm seitlich aus dem Maul hing, das Wesen stellte sich auf die Hinterbeine, dann ließ es sich wieder auf alle Viere fallen und gab seltsame Geräusche von sich, die wie Wuff, Wuff klangen, es krabbelte zu Henry, ließ eine Glückwunschkarte vor ihm auf den Boden fallen und begann mit heiserer Stimme zu singen, ich bin dein Geburtstagshündchen, dein Hündchen für ein Stündchen, streichel mich, dann werde ich, doch der Gesang brach mit einem gurgelnden Laut ab, denn Henry zerrte am Kopf des vermeintlichen Hundes und schrie, aufhören, raus hier endlich hatte er den Kopf abgerissen und das verschwitzte rote Gesicht des Mannes von der Grußbotschaft Agentur starrte ihn an, wie können sie so tun, als wären sie ein Hund, Henry trat dem Mann gegen das Schienbein, sie sind widerlich, verschwinden sie, gehen sie weg, doch Alfred Potts, der Mann in dem Hundekostüm, hatte an dieser Vorstellung hart gearbeitet, er hatte seit einer Stunde keine mehr geraucht und das Bier hatte er sich auch verkneifen müssen, da würde er sich von so einem verzogenen Bengel doch nicht treten lassen, nun halt mal die Luft an, sagte er und griff nach Henrys Arm, deine Mutter wollte dir eine Freude machen und du undankbarer Kleiner, aber bevor er den Satz beenden konnte, entwand sich Henry seinem Griff und lief schluchzend aus dem Zimmer, und damit war die Party beendet, es war bereits sehr spät, als der große Mercedes die Auffahrt hochkam und dann in der Tiefgarage verschwand, ein paar Minuten später betrat Donald Fenton das Haus, wo ihn seine Frau bereits erwartete, hast du ein Geschenk für Henry, begrüßte sie ihn, du hast doch nicht etwa seinen Geburtstag vergessen, Donald schlug sich erschrocken die Hand vor den Mund, er hatte ihn vergessen, ich steckte bis eine Stunde vor Abflug in einem Meeting, ich hätte fast die Maschine verpasst, du meine Güte, er hat die ganze Zeit gefragt, wann du kommst, dann geh wenigstens hoch und sag ihm Gute Nacht, er ist sehr schlecht drauf, und Albina erzählte ihm die Geschichte von dem als Hund verkleideten Zemmer Potts, Donald ging langsam die Treppe hinauf, er hätte Henrys Geburtstag nicht vergessen dürfen, aber er hatte den Tag über nicht eine Minute zum Nachdenken gehabt, außerdem hatte Albina bestimmt dafür gesorgt, dass der Jung tonnenweise Geschenke bekommen hatte, als er in Henrys Alter war, war sein einziges Geschenk eine selbstgemachte Angel gewesen, Henry saß aufrecht in seinem Bett, er hatte die ganze Zeit gewartet, klein und blass sah er aus, dunkle Schatten lagen unter seinen Augen, ich komme direkt vom Flugplatz, sagte sein Vater, leider habe ich es nicht geschafft, noch ein Geschenk für dich zu besorgen, aber wir gehen morgen zusammen einkaufen, ich kann früher Schluss machen, gibt es etwas, das du dir wünschst? Henry schüttelte dem Kopf das Einzige, das ich mir immer gewünscht habe, ist ein Hund, aber er sagte es völlig teilnahmslos, es war vorbei, dieser schreckliche Mann, der nach Zigaretten und Bier gestunken hatte, hat es geschafft, seinen Traum endgültig zu zerstören, Donald Fenton schaute seinen Sohn nachdenklich an und plötzlich hatte er eine Idee in Ordnung, Henry, wir gehen morgen zusammen los und holen einen, versprochen, unten hörte Albina Fenton einen Freudenschrei aus Henrys Zimmer, was ist passiert? fragte sie ihren Mann, als er die Treppe herunterkam, was ist los? Donald lächelte, er war sehr zufrieden mit sich, ich hab ihm gesagt, dass wir morgen einen Hund holen, einen Hund, du musst verrückt sein, Donald, ich hab es dir und Henry schon tausendmal gesagt, ich will nicht, dass mein Haus von einem Tier zerstört wird, es ist doch nur für das Wochenende, Albina, länger verleihen sie sie auch nicht, wer ist sie, wovon sprichst du die Leute von RentaDoc, das ist ein Laden, wo man Hunde mieten kann, er ist um die Ecke von meinem Büro, meine Sekretärin hat mir davon erzählt, du kannst jeden Hund bekommen, den du willst, für eine Stunde oder einen Tag, die Leute leihen sie aus, um ihre Freunde damit zu beeindrucken oder um einen Ausflug zu machen, die Hunde sind sorgfältig ausgewählt, gut, stupenrein und alles, gut, aber was ist, wenn wir den Hund wieder zurückbringen müssen, erzählst du Henry, dass es nur für ein Wochenende ist, lieber Himmel, natürlich nicht, das ist auch nicht nötig, wenn der Hund zurück muss, wird Henry ihn sowieso längst überhaben, du weißt doch, wie schnell Kinder sich mit den Dingen, die man ihnen schenkt, langweilen, erinnerst du dich an den Space Projektor, den wir ihm zu Weihnachten geschenkt haben, mit dem hat er auch nur ein paar Mal gespielt und das Ding hat uns ein Vermögen gekostet, hoffentlich hast du recht, ich kann wirklich keinen weiteren Ärger ertragen, ich habe recht, sagte Donald bestimmt, und selbst wenn nicht, an dem Tag, an dem der Hund zurückgebracht werden musste, würde er schon auf dem Weg nach New York sein, zweiter Kapitel Rentadoc, die Rentadoc-Agentur gehörte Myron und Mabes Kaker, die Kakers waren gierig und gemein und liebten nichts mehr auf der Welt als Geld, aber sie waren auch schlau, sie hatten begriffen, dass die Menschen von heute nichts so sehr schätzen wie Abwechslung, ständig wechselten sie ihre Häuser und Autos, sie wechselten die Schulen ihrer Kinder und die Orte, an denen sie ihre Ferien verbrachten, ja sie wechselten sogar ihre Ehepartner, wenn die anfingen, langweilig zu werden, warum sollte man sich also an einen Hund hängen, der Slogan Hunde sind nichts für Weihnachten, Hunde sind fürs Leben galt für die meisten Menschen nicht, Hunde, genau wie Kinder, waren eine Fessel, wer einen Hund daheim hatte, konnte nicht machen, was er wollte, andererseits waren Hunde aber auch nett, sie waren lustig und manche sogar richtig schön, sich mit einem eleganten Windhund oder einem fröhlich herumtollenden Volksterier im Park sehen zu lassen, das hatte schon was, was lag also näher, als einen Hund zu mieten, für eine Stunde, einen Nachmittag oder sogar für ein ganzes Wochenende, natürlich mussten diese Hunde reinrassig sein, mit langen Stammbaum versehen, man könnte sie sogar farblich passend zur Kleidung auswählen, ein roter Setter würde perfekt zu einem rostrotten Herbstutfit passen und ein schneeweißer Pyrenäenberghund zu einem Mann oder einer Frau, die gern weiß trugen, natürlich wäre es kein billiges Vergnügen, einen derartigen Hund auszuleihen, schließlich mussten die Hunde gepflegt und entwurmt und von einem Tierarzt untersucht werden, ein Hundefriseur musste sie regelmäßig scheren und trimmen, aber die Leute würden das bezahlen, da waren die Kackers sich sicher und sie behielten recht, ein Jahr nach Eröffnung von Renta doch waren sie auf dem besten Weg, sehr reich zu werden, und weil sie so viele Spezialisten bezahlen mussten, achteten sie darauf, dass diejenige, die die Käfige säuberte und die Hunde fütterte, umso weniger verdiente, es war ein junges Mädchen namens Kailai, das jeden Morgen mit der U-Bahn aus Tottenham kam und, ohne zu murren, den ganzen Tag arbeitete, weil sie Hunde liebte, und natürlich, wie konnte es anders sein liebten die Hunde auch sie, das Gebäude von Renta doch befand sich in einer eleganzen Straße mitten in London in der Nähe einer Reihe exklusiver Geschäfte, im hinteren Bereich gab es ein Freigehege, in dem die Hunde schliefen, und eine Grünfläche, auf der das Training abgehalten wurde, früh am Morgen weckte Kailai die Hunde und tröstete die, die schlecht geträumt hatten, wie zum Beispiel den riesigen Mastiff, der aus Versehen seinem Frauchen den kleinen Finger abgebissen hatte, als sie ihn mit einer Wurst füttern wollte, er war dafür nie bestraft worden und keine Strafe zu bekommen, wenn man sie eigentlich verdient hat, ist für einen Hund das Allerschlimmste und der Mastiff litt noch immer darunter, vor allem nachts, nach dem Wecken ließ Kailai die Hunde sich auf dem Rasen ein wenig austoben, bevor sie ihnen ihr Frühstück gab, danach wurden sie gebadet und gebürstet und frisiert, die Krallen wurden poliert und die Zähne geputzt, zum Schluss wurden sie mit einem speziellen Duft eingesprüht, denn der Geruch ist nicht unbedingt das, was reiche Leute an einem Hund schätzen, für jeden Hund war ein eigenes Parfum komponiert worden, das des Bernhard-Dynasties Mountain Glory, die Budel wurden mit Darkdänzer eingesprüht und die Kulis mit Hair Thermist, die Hunde konnten diese Duftsprays nicht leiten, der Geruch eines Hundes gehört schließlich genauso zu ihm wie sein Bellen oder die Art, mit dem Schwanz zu weteln, und sie leckten sich das Fell oder rollten sich auf dem Boden, aber es war nicht möglich, das ekelhafte Zeug wieder loszuwerden, waren sie dann endlich fix und fertig, wurden sie zu einer Reihe von Räumen geführt, in denen elegante Käfige standen, dort gab es sanftes Licht und weiche Teppiche, über jedem Käfig stand der Name des Hundes und darüber der des Züchters, Gummibälle und Quietschtiere zum Spielen oder Plastikknochen, auf denen die Hunde hätten herumkauen können, waren verboten, um die Kunden zu beeindrucken, mussten die Käfige sauber und ordentlich sein, die Hunde durften nur eins, still da sitzen und möglichst gut aussehen, wenn sie zu Renta-Doc kamen, waren die Hunde noch voller Hoffnung, wenn jemand den Laden betrat und sie auswählte, glaubten sie, es wäre für immer, sie dachten, derjenige würde ihnen ein Heim geben und sie würden zu ihm gehören, hoch erhobenen Hauptes und mit vor Freude wedelndem Schwanz waren sie mitgegangen, doch jedes Mal waren sie zurückgebracht worden, manchmal nach einer Stunde, manchmal nach einem Tag, und das Warten begann von Neuem, immerhin hatten die Hunde sich und sie hatten Keilei, sie versuchten das Beste daraus zu machen, aber das war nicht immer leicht, in Raum erliebten fünf Hunde, es war der kleinste Raum, er lag direkt neben der Kammer, in der Kallei arbeitete, wenn sie sich nicht draußen aufhielt, im Laufe der Zeit waren die fünf Hunde in Raum A-Freunde geworden, der größte war Otto, ein Bernhardiner mit einem weiß und hellbraun gefleckten Gesicht und tiefliegenden traurigen Augen, Otto war klug und stark, dabei trotzdem sanft, sein Leben hatte tragisch begonnen, seine Mutter, die selbst für eine Bernhardiner Hündin sehr groß und schwer gewesen war, hatte sich im Schlaf aus Versehen auf ihre Jungen gerollt und sie zerquetscht, nur Otto hatte überlebt, er war in den Schweizer Alpen aufgewachsen, in einem Kloster, das berühmt gewesen war für seine Bernhardiner Zucht, seit hunderten von Jahren lernten die Hunde dort, Menschen, die im Schnee verschüttet waren, aufzuspüren und in Sicherheit zu bringen, wenn einem so etwas zustößt wie Otto, verschwendet man keine Zeit, sich über Nichtigkeiten aufzuregen, Otto war zu einem tapferen und nützlichen Rettungshund herangewachsen, und als ein reicher junger Engländer ihn unbedingt kaufen und mit nach England nehmen wollte, hatte Otto versucht, das Beste daraus zu machen, obwohl er viel lieber bei den Männchen geblieben wäre, selbst nachdem der junge Mann feststellen musste, dass man einen Bernhardiner schwerlich in einem Londoner Appartement halten konnte, und ihn an MR Kaka verkauft hatte, war Otto würdevoll und ruhig geblieben und hatte sogar die anderen Hunde beruhigt, wenn die sich über das schlechte Essen oder das ekelhafte Parfüm oder die Langeweile beklagten, im Käfig neben Otto befand sich ein Hund, der so klein war wie Otto Groß, ein winziger Pekinese mit dem Namen Liche, Liche hatte goldenes Haar, das bis zum Boden reichte, und ein schwarzes Knautschgesicht, Liche betete Otto an und jede Nacht, wenn er im Gehege seinen Platz zum Schlafen suchte, schmiegte er sich so eng an Otto, wie er nur konnte, Pekinesen sind ursprünglich Palastunde und waren früher ausschließlich dem chinesischen Kaiser vorbehalten, den sie bewachen durften, Liche war so kämpferisch und aufbrausend wie Otto friedfertig und gelassen, der Käfig daneben war besetzt von einer schwarzen Pudelhündin, Franzines Fell war auf diese alberne Weise zurechtgestutzt worden, die man von Pudeln kennt, an den Beinen und am Schwanz trug sie flauschige Pompons, ihr Rücken hingegen war kurz geschoren, normalerweise wurde sie von Schauspielerinnen oder anderen Leuten aus dem Showgeschäft ausgeliehen, die etwas zum Angeben haben wollten, in Wirklichkeit war Franzine eine praktisch veranlagte Hundedame, darüber hinaus auch noch überaus klug, sie entstammte einer Familie von Zirkushunden, die seit Generationen die schwierigsten Kunststücke vollführt hatte, steile Leitern hinaufklettern, durch brennende Reifen springen, Bälle auf der Nase balancieren, Franzine hatte das Zirkusleben geliebt, die Kameradschaft, das Herumreisen im Wohnwagen, die täglichen Auftritte, doch dann hat es geheißen, es sei grausam, Tiere zu dressieren und sie Kunststücke vorführen zu lassen, und der Zirkus war geschlossen worden und nun saß Franzine den ganzen Tag im Käfig und wartete darauf, von irgendjemandem für ein paar Stunden ausgeliehen zu werden, in dem Käfig gegenüber von Otto, Franzine und Lichy saß eine Collie-Hündin, Honey war sehr schön mit ihrem langen seitigen Behang in schwarz, weiß und sandfarben und den sanften vertrauensvollen Augen, trotzdem war sie schwer zu vermitteln, weil immer und ständig der Hüterhund in ihr durchkam. Da es aber in London keine Schafe gab, trieb Honey alles Mögliche zusammen. Einmal hatte sie eine ganze Kindergartenschar in einem Konzertpavillon gescheucht oder ein Dutzend quakender Enten in einem Bushäuschen festgehalten. Bevor sie zur Renta-Doc kam, war Honey eine gut ausgebildete Hüterhündin gewesen, aber der Bauer, dem sie gehörte, hatte seinen Hof aufgeben und Honey verkaufen müssen. Alle Hunde leiden darunter, wenn sie nicht mehr nützlich sein können, aber für einen Collie ist das Fehlen von Arbeit eine Katastrophe. Die anderen Hunde machten sich Sorgen. MR Kaker wurde nämlich jedes Mal sehr ärgerlich, wenn Honey früher als geplant zurückgebracht wurde. Alle wussten, was mit Hunden geschah, die MR Kakers Unwillen erregten, sie verschwanden von einem Tag auf den anderen und waren nicht mehr gesehen. Die letzte Bewohnerin von Raum A war Queen Tilly, sie lag die meiste Zeit auf einem Kissen mit einer Wärmflasche unter dem Bauch. Bei Queen Tilly handelte es sich um einen mexikanischen Nackthund, eine besonders hässliche Rasse mit Talosa, fleckiger Haut und Stockdürrenbeinchen. Mexikanische Nackthunde sind äußerst selten und die meisten von ihnen sind nett, wenn auch sehr empfindlich, ständig zittern sie vor Kälte. Queen Tilly ziterte zwar auch, aber sie war alles andere als nett. Bevor sie zu Rentaluk kam, hatte sie einer reichen Erben gehört und von silbernen Tellern gegessen und auf den seidenen Kissen ihres Frauchens geschlafen und nun war ihr alles nicht gut genug. Zuerst hatten die anderen Hunde versucht, freundlich zu ihr zu sein, aber Queen Tilly schüttelte nur unwillig den Kopf und gehnte. Sie reagierte nur, wenn ihre Wärmflasche kalt wurde, dann jaulte und quiepte sie, bis Kalei erschien und sie wieder mit heißem Wasser füllte. Sie war von allen Leihunden der teuerste, aber eigentlich keinen Penny wert. Es gab noch einen Käfig in Raum A, aber der war zur Zeit leer. Es hatte aufgehört zu regnen und Otto, dessen Käfig am Fenster stand, konnte sehen, wie die Leute ihre Schlamme zusammenklappten, und das bedeutete, dass bald Kundschaft erscheinen würde. Er setzte sich in Positur und die anderen Hunde folgten seinem Beispiel. Um 10 Uhr führte Kalei eine Dame herein, die einen eleganten schwarzen Rock und eine lila Bluse trug. Ihre Absätze waren so hoch, dass sie wie auf Stelzen ging. Ich glaube, Franzine ist die Richtige für sie, sagte Kalei und ging zu dem Käfig mit der Pudeldame. Sie ist eine besonders intelligente Hündin und außerdem an Restaurantbesucher gewöhnt. Sie passt auf jeden Fall zu meinem Outfit, sagte die Dame. Es ist ein wenig heikel, müssen Sie wissen. Ich habe gestern Abend auf einer Party einen interessanten Mann kennengelernt. Er erzählte mir, er würde Hunde lieben. Also habe ich gesagt, ich fände Hunde ebenfalls großartig, und da hat er mich zum Essen eingeladen. Jetzt habe ich gedacht, ich nehme einen Hund mit und tue so, als wäre es meiner. Eine gute Idee, finden Sie nicht? Nein. Das fand Kalei ganz und gar nicht. Sie hielt es für eine absolut idiotische Idee, aber sie war an die verrückten Einfälle der Kunden gewöhnt. Also lächelte sie nur und streichelte Franzines Kopf durch die Gitterstäbe des Käfigs. Bestimmt könnte ich bei ihnen auch einen kleineren Hund bekommen. Aber den müsste ich dann womöglich auf den Schoß nehmen und hätte überall Hundehaare oder ein Kellner würde aus Versehen auf ihn drauf treten. Franzine wird ihnen gefallen, sagte Kalei noch einmal. Sie ist daran gewöhnt, unter dem Tisch zu liegen. Es gibt da nur eins, Franzine ist sehr musikalisch. Wenn es sich um ein Restaurant mit Livemusik handelt, wird sie sehr unruhig, vor allem wenn ein Walzer gespielt wird. Aber die Dame sagte, dass es ein sehr teures Restaurant wäre, in dem die Gäste nur ganz leise miteinander sprechen würden, gewöhnlich übers Essen. Franzine wurde weggebracht, um ein mit Kristellen besetztes Halsband zu bekommen. Außerdem wurde ihre Schleife ausgetauscht gegen eine, die besser mit der Bluse der Dame harmonierte. Und dann gingen die beiden miteinander fort. Als Franzine bereits eine Stunde weg war, erschien eine dünne, ängstlich aussehende Frau, um einen besonders großen Hund auszuleihen, denn sie wollte ihren Sohn besuchen, der in einem Teil der Stadt lebte, in dem es viele Ausländer und arme Leute gab, sie befürchtete, überfallen zu werden. Kalei, die selbst in einem solchen Viertel lebte, lag es auf der Zunge zu sagen, dass Menschen, nur weil sie arm oder fremder Herkunft waren, nicht deswegen häufiger alte Damen überfielen, aber sie wollte, dass jemand mit Otto Gassi ging, also schwieg sie und holte seine Leine und sein Halsband. Auch ein paar Hunde aus den anderen Zimmern wurden ausgeliehen, nur nicht Hörnie oder Lichsee, die den Nachmittag in ihren Käfigen verdürsten, während Quinteli eine Körpermassage mit Olivenöl erhielt, weil ihre hässliche Haut schuppte. Am nächsten Tag kam eine alte Dame, die den Pekinesen zu einer noch älteren Dame mitnehmen wollte, aber dieser Besuch war eine einzige Enttäuschung. Im Prinzip ist gegen alte Damen nichts einzuwenden, aber wenn deine Vorfahren dazu erzogen wurden, auf den Sätteln der Kaiser zu sitzen, wenn diese in den Krieg zogen, hat man wenig Lust zu hören, dass man ein süßes kleines Hündchen sei, und obwohl bisher noch keiner der Hunde von Renta Dog jemanden gebissen hatte, knurrte Lichie und zeigte seine spitzen Zähne. Die alte Dame brachte ihn auch ziemlich schnell zurück. Hörnie wurde von einem Mann ausgeliehen, der als kleiner Junge sämtliche Lassi-Filme gesehen hatte. Er wollte sich mit ihr vor seinem Haus fotografieren lassen. Franzine wurde noch einmal von der eleganten Dame abgeheult, die ihrer Partei-Bekanntschaft weiß gemacht hatte, der Pudel gehöre ihr. Alles war wie immer, doch am Tag darauf geschah etwas Ungewöhnliches. Als Kai Leih am Morgen mit den Futterheimern zu den Hunden kam und ihnen guten Morgen sagte, war sie nicht allein. Neben ihr trottete mit einem provisorischen Halsband und einer Schnur als Leine ein Hund. Ein Hund, dessen Rasse keiner kannte. Er war weiß mit einem braunen Fleck über einem Ohr und einem zweiten braunen Fleck auf dem Schwanz, nicht größer als ein Fuchsterrier, aber mit den fledermausartigen Ohren eines Korgi, wohingegen sein heftig wedelnder Schwanz eher dem eines Beagles glich. Der Hund war etwas, das noch niemand bei Renta-Doc je gesehen hatte, ein Mischling. Kaila ließ ihn von der Leine und er stürzte sich munter und vergnügt auf den nächstbesten Hund, das war glücklicherweise Otto. Für den Mischling war es so, als habe man ihm 30 neue Freunde zum Geschenk gemacht, und er wusste nicht, ob er vor Begeisterung bellen, hin- und herrollen oder sich auf den Rücken werfen und die Beine in die Luft strecken sollte. Also machte er alles gleichzeitig. Kaila nahm Otto und Franz ihn beiseite und sagte zu ihnen, seid bitte nett zu ihm, Kaila sprach immer mit den Hunden, als wären es Menschen, und natürlich wurde sie von ihnen auch verstanden er ist ein Streuner. Ich habe ihn letzte Nacht bei uns vor dem Haus gefunden und er scheint niemandem zu gehören, Kaila lebte mit ihrer Familie in einem kleinen Haus in Tottenham. Kailais Familie hatte wenig Geld und der Hausbesitzer war ein schrecklicher Mann, der es ihnen niemals erlauben würde, einen Hund zu halten. Als sie am Abendessen von einem Imbiss holen wollte, hatte das kleine Wesen völlig durchnässt und vor Kälte zitternd auf der Treppe gehockt, die Hunde scharrten sich um den Neuankämling und beschnupperten ihn. Er roch wirklich nach Hund und nicht nach diesen grässlichen Parfüms, mit denen sie besprüht wurden, und obwohl er sich ein wenig zu ungestimm und welpenhaft benahm, begrüßten sie ihn doch freundlich. Nur lich ich knurrte, denn Otto war sehr nett zu dem Schling und der Pekingese war eifersüchtig. Ich hab mir was ausgedacht, sagte Kailai zu den Hunden keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber ihr könnt in der Zwischenzeit mit ihm spielen und so tun, als gehöre er dazu. Sie ließ die Hunde hinaus in den Garten und lief mit ihnen herum und natürlich stand der kleine Streuner nicht lange abseits. Als es Zeit für die Hunde war, in ihre Käfige zu gehen, steckte Kailai den Mischling in den leeren Käfig in Raum an und musste sie nur darauf warten, dass M. R. Kaka seinen täglichen Rundgang machte, und das beste Hoffen. Er erschien in dem weißen Kittel, den er nur trug, um seine Kunden zu beeindrucken, und mit einem Klemmbrett auf dem er sich Notizen machte. M. R. Kaka notierte so ziemlich alles, wie oft ein bestimmter Hund ausgeliehen wurde, ob der Kunde zufrieden gewesen war oder nicht und wie viel er an ihm verdient hatte. Für M. R. Kaka waren Hunde nichts anderes als Maschinen, mit denen man Geld verdienen konnte, und jedes Tier, das seinen Unterhalt nicht wieder einbrachte, wurde auf der Stelle abgeschafft. Nun, wie sieht's heute Morgen aus, fragte M. R. Kaka. Kailai sagte, dass alles bestens wäre und die Direktorin einer Grundschule angerufen habe, um Otto für einen ganzen Tag auszuleihen, als Belohnung für die Kinder am Ende des Schuljahres. M. R. Kaka blieb nun an dem Käfig mit dem kleinen Streuner stehen. Sein Gesicht verfärbte sich vor Wut was, um alles in der Welt, geht hier vor, bist du wahnsinnig geworden, Mädchen, das ist ein Mischling. Wer hat ihn angeschleppt und was macht er hier bitte? Entschuldigen Sie, Sir, ich hab ihn mitgebracht, aber er ist kein Mischling. Normalerweise war Kailai ein wahrheitsliebendes Mädchen, aber wenn mit einer Lüge ein Leben gerettet werden konnte, musste eine Ausnahme gemacht werden. Das ist eine neue Rasse. Er ist nur noch nicht beim Hundezuchtverband eingetragen. Ich habe ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber unser Hausbesitzer duldet keine Hunde. M. R. Kaka schaute den Neuankämlingfenster an, der ihn schwanzwidelnd und fröhlich bennt begrüßte. Es stimmt wirklich. Ehrlich, das ist ein, Kailai stockte, ein Tottenhamteria. Sie kommen gerade sehr in Mude. Ich hab einen auf einer Hundeschau in Richtung gesehen. M. R. Kaka zögerte. Kailai kannte sich mit Hunden sehr gut aus und er wollte nicht zeigen, dass er nichts von einer neuen Züchtung wusste. Trotzdem war er misstrauisch. Ich habe seinen Stammbaum zu Hause, sagte Kailai. Wollen wir es nicht wenigstens mit ihm versuchen? Wir könnten ja etwas weniger für ihn nehmen, weil er noch neu ist. Komm, vielleicht? Tottenhamteria. Das klang gar nicht schlecht, aber denk dran, wenn er bis Ende der Woche nicht ausgeliehen ist, muss er weg. Wenn du ihn nicht behalten kannst, kommt er eben ins Tierheim. Hast du mich verstanden? Jawohl, Sir. An der Tür drehte sich M. R. Kaka noch einmal um. Du solltest ihm möglichst schnell einen Namen geben und an seinem Käfig anbringen. Jawohl, Sir, sagte Kailai noch einmal. Aber sie hatte bereits einen Namen. Als sie dem Mischling das erste Mal in die Augen geschaut hatte, wusste sie ihn. Seine Augen waren dunkel, vertrauensvoll und klug. Aber sie waren ungleich. In einem Auge hatte er einen kleinen goldenen Fleck. Er heißt Fleck, sagte sie, doch M. R. Kaka hat es nicht mehr. Dritter Kapitel der Tottenhamteria. Wieder allein in Raum A, schauten die Hunde auf ihren neuen Mitbewohner. Es waren freundliche und mitfehlende Hunde und sie machten sich Sorgen. Der Tottenhamteria, oder was immer er sein mochte, war viel zu erwartungsvoll und freudig. Erregt für ein Leben als Leihund. Beruhige dich. Hätte Otto am liebsten zu ihm gesagt, bleib einfach still sitzen und stürze den Leuten nicht gleich entgegen, aber genauso wenig, wie er fliegen konnte, konnte Fleck ruhig bleiben. Hier war er mit seinen neuen Freunden. Es fühlte sich an wie der Beginn eines großen Abenteuers. Er wusste zwar nicht genau, was für ein Abenteuer es sein könnte, aber bestimmt endete es damit, dass ihn jemand hier abholen kam, der ihn lieben würde und den er lieben würde. Der kleine Mischling wusste nicht, dass MR Kaka vorhatte, ihn ins Tierheim zu stecken, wenn er nicht bis Freitagnachmittag um 5 ausgeliehen worden war. Und selbst wenn er es gewusst hätte, wäre er kaum besorgt gewesen, denn er war sicher, dass jemand kommen würde. Um 10 Uhr vormittags führte MR Kaka einen Mann in Chauffeursuniform herein, der den mexikanischen nackt und abholen wollte. Queen Tilly wurde ihr Jäckchen angezogen. Es hatte Druckknöpfe auf dem Rücken, so dass man es öffnen und sich davon überzeugen konnte, dass sie wirklich kein Fell hatte. Danach trug der Chauffeur sie zu einem wartenden Rolls-Royce, in dem eine Dame saß, die mit dem Hund bei einem Empfang in ihrem Haus angeben wollte. Das Verleihen von Queen Tilly versetzte MR Kaka stets in guter Laune, weil er so viel Geld mit ihr verdiente, und als er an Flixkäfig vorbeikam, musste er lachen. Aha, keiner will also einen Tottenhamter, ja, sagte er zu Kailai kein Wunder. Ich habe noch nie so einen hässlichen kleinen Köter gesehen. MR Kaka gehörte zu den Menschen, die glauben, Hunde würden nicht verstehen, was Menschen sagen, und Kailai musste flecklange streicheln, bis der sich wieder beruhigte. Es wurde ein langer Tag für den kleinen Hund. Otto wurde am Vormittag von der Direktorin abgehault, deren Schüler sich als Belohnung einen Hund gewünscht hatten, und Honey wurde von einem Mann ausgeliehen, der sich mit einem reichen Freund im Countryclub traf und sportlich aussehen wollte. Franzine ging mit der Dame mit, die immer noch ihren neuen Freund hinters Licht führte und ihn in dem Glauben ließ, der Pudel gehöre ihr. Am frühen Nachmittag erschien dann ein Ehepaar, dem man geraten hatte, abzunehmen und lange Spaziergänge zu machen, und dass sich dafür gern einen Hund ausleihen wollte. Das ist ein netter Hund, sagte Kailai und zeigte ihnen Fleck. Er hat einen liebenswerten Charakter, doch der Mann meinte, Fleck sehe seltsam aus, und wenn sie schon in den Park gehen müssten, könnten sie auch gleich einen Hund mit etwas mehr Klasse nehmen. Sie gingen in Raum B und entschieden sich für einen Windhund mit langenseitigen Ohren und krummen Rücken. Dann wurde Liché weggebracht, weil ihm die Ohren gespült werden mussten, und Fleck blieb allein zurück. Er versuchte sich mit sich selbst zu vergnügen, aber es war sehr einsam ohne die anderen Hunde, und obwohl sein Käfig bequem war, war es doch nur ein Käfig, und ohne es zu wollen, begann Fleck leise zu winseln. Sofort kam Kailai herein pstht, Fleck, sei leise, bitte, MRKK hasst winselnde Hunde. Sie tätschelte seinen Kopf und er war augenblicklich still, aber es gab keine Hoffnung mehr, dass an diesem Tag noch irgendjemand für ihn kommen würde. Die Vermietung ging nur bis 5 Uhr, und das bedeutete, dass der Tottenhamter ja nur noch zwei Tage Zeit hatte, um ein vollwertiges Mitglied von RentaDoc zu werden. Es war immer schon sehr spät, wenn Kailai endlich nach Hause gehen konnte. Natürlich wohnten MR und MRSKK nicht im Gebäude von RentaDoc, sondern in einer eleganten Wohnung ein paar Straßen weiter, also musste sich Kailai darum kümmern, dass am Abend alle Hunde sicher verwahrt waren und die Alarmanlage eingeschaltet war. Und selbst wenn sie alles erledigt hatte, brauchte sie noch eine Stunde mit der U-Bahn. Aber sie kam wenigstens nicht in ein leeres Zuhause, ganz im Gegenteil. Sie lebte zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Großvater, ihren Zwillingsbrüdern und ihrer Schwester Peppa. Die Obrians waren arm, Kailais Vater war bei einem Unfall auf einer Baustelle umgekommen, und obwohl ihre Mutter für eine wohlhabende Dame namens MRS Naya nähte und ihr Großvater eine Rente bekam, war das Geld knapp. Das kleine Haus war heruntergekommen, die Teppiche fadenscheinig und durch die Fenster trang der Geruch nach billigem Fett von der nahegelegenen Burgerbraterei. Doch wenn Kailai nach Hause kam, wurde sie umarmt und liebkost. Und wenn man sie fragte, wie es ihr ging, dann wollte man es wirklich wissen, denn alle fanden die Arbeit bei den Kakas die interessanteste, die man sich nur vorstellen konnte. Und die, die Kailai am stürmischsten umarmte und am meisten von ihr wissen wollte, war die zehnjährige Peppa hat ein Plan funktioniert. Fragte sie ungeduldig hat MRKK ihn behalten. Flickerte die vergangenen Nacht bei ihnen verbracht und alle wollten wissen, was aus dem Streuner geworden war. Er hat ihm eine Frist bis Freitagabend gegeben. Wenn ihn bis dahin keiner ausgeliehen hat, kommt er weg. Peppa war ein unbekümmertes, zu packendes Mädchen, aber nun erschien eine Sorgenfalte auf ihrer Stirn ins Tierheim. Kailai nickte das ist so gemein. Er weiß ganz genau, dass sie dort die Hunde nur für drei Wochen behalten. Wenn keiner kommt und sie mitnimmt, werden sie eingeschläfert? Das ist eine feige Art, andere die Drecksarbeit machen zu lassen. Peppa wusste alles über die Hunde, um die Kailai sich kümmerte. Sonntags begleitete sie ihre Schwester oft, um beim Saubermachen und Füttern zu helfen, und sie war fest entschlossen, später einmal das Gleiche zu machen wie ihre große Schwester. Er muss Flick behalten. Sagte sie jetzt das sieht MRKK aber nicht so, sagte Kailai. Außerdem eignet sich Flick überhaupt nicht als Ausleihund. Er ist viel zu ungestüm. Er glaubt fest daran, dass ihn einer der Kunden für immer mitnimmt. Du solltest mal seine Augen sehen, wenn jemand reinkommt. Kailai zuckte mit den Schultern und seufzte. Egal, wir müssen auf jeden Fall bis morgen früh einen Stammbaum basteln. MRKK will, dass der an seinem Käfig hängt. Nach dem Abendessen brauchten die Zwillinge Hilfe bei den Hausaufgaben und dann musste Kailai ihren Großvater im Rollstuhl die Straße hinunter zum Zeitungsladen fahren, wo er ein Lotterilos kaufte. Aber schließlich war alle Arbeit getan und Kailai und Pippa gingen in das kleine Zimmer, das sie gemeinsam bewohnten, um für Flick einen Stammbaum zu erfinden. Stammbäume sind immer ein wenig kompliziert und albern, sagte Kailai. Die Hündlingen haben ulkige Namen wie Wilhelmina Bossüboot von Kilimancharo oder so ähnlich. Und je bedeutender die Zucht, desto länger der Name. Sie verbrachten viel Zeit mit Nachdenken. Aber schließlich beschlossen sie, Flecks Mutter Rudelinda von Mercy de River zu nennen, denn so hieß die Straße, in der sie wohnten und in der sie Fleck gefunden hatten und sein Vater könnte Friedrich der Fünfte von Felunglei sein, schlug Pippa vor. Vielleicht bringt es ihm ja Glück, wenn wir ihn nach der Farm benennen. Felunglei war der Name der Farm, die den Obrians gehört hatte, bis ihr Urgroßvater pleite gegangen war. Ein Bild davon hing über dem Kamin, und was immer sie in letzter Zeit versetzt oder verkauft hatten, das Bild rührten sie nicht an. Kailai und Pippa dachten sich immer mehr Stammbäume aus, die immer wilder und verrückter wurden, bis es für Pippa Zeit war, ins Bett zu gehen. Als Kailai ihre Schwester zudeckte, sagte sie, du könntest für Fleck beten. Bitte, dass es irgendjemanden gibt, der ihn haben möchte, das mache ich, sagte Pippa, und sie betete wirklich. Aber Pippa war längst nicht so ein sanftes, nachgiebiges Mädchen wie Kailai. Pippa war eine Kämpferin. Sie wollte hinaus in die Welt gehen und sich dafür einsetzen, dass jeder streunende Hund das Recht auf ein anständiges Zuhause hatte. Überhaupt jeder, der arm und vom Leben benachteiligt war. Als sie sechs war, hatte sie ein Mädchen namens Mörtle aufs Schulklo gezerrt und ihren Kopf in die Kloschüssel gehalten, weil Mörtle ein kleines Kind aus der Vorschule gequält hatte. Als Kailai später in das Bett neben dem ihrer Schwester schlüpfte, konnte sie hören, wie Pippa im Schlaf vor Wut mit den Zähnen knirschte. Als die Hunde die Nacht über in ihrem Gehege waren, wurde Fleck wieder fröhlich. Er war klug genug, nichtliches Platz neben Ottos linken Fuß einzunehmen, aber er musste wenigstens nicht allein schlafen. Otto war sehr erschöpft. Es gibt nichts Anstrengenderes, als von 25 Schulkindern getätschelt zu werden, aber er schafft es noch, Fleck mit der Zunge über den Kopf zu fahren, bevor er entschlief. Am nächsten Morgen und erst recht am Morgen danach, dem besagten Freitag, begann das Warten wieder von Neuem, es hing nun ein Namensschild über Flecks Käfig und der Stammbaum, den Kailai auf ein offiziell aussehendes Stück Papier geschrieben hatte. Außerdem hatte Fleck eine Nummer bekommen, die 51. Jetzt fehlte nur noch jemand, der ihn ausleihen wollte, nur ein einziger, nur für kurze Zeit, das würde schon genügen. Aber der Tag verging und wieder kam niemand, der den kleinen Mischling haben wollte. Die anderen Hunde wurden immer unruhiger. Sie wussten sehr wohl, was mit Hunden geschah, die nie aus ihrem Käfig herauskamen. Sie wurden von zwei Männern in braunen Ketteln in eine Transportkiste gesteckt und kehrten nie wieder. Die Hunde konnten es kaum ertragen, wie Fleck seine Schnauze gegen die Gitterstäbe presste und mit seinen ungleichen Augen den Kunden entgegensah, die alle nicht wegen ihm kamen. Er wusste, dass er besser nicht jaulen sollte, aber es fiel ihm schwer, wann immer sie konnte, kam Kai live vorbei, um ihn zu streicheln. Doch während die Minuten verrannen, wurde die Stimmung in Raum A immer angespannter. Und als Queen Tilly anfing zu quietschen, weil ihre Wärmflasche kalt geworden war, vergassen sich die anderen Hunde und fingen an zu knurren. Um drei Uhr nachmittags kam M.R. Kaka mit seinem Klemmbrett herein. Anscheinend ist die Nachfrage nach Tottenhamter ja nicht besonders groß, sagte er zu dem kleinen Hund wird Zeit, dass wir dich loswerden. Du frisst mir ja sonst die Haare vom Kopf. Und er sagte Kai live, dass er die Männer von der Hundetransportfirma beauftragt hätte, Fleck ins Tierheim zu bringen. Dann ging er aus dem Raum und schloss die Tür hinter sich. Fleck kauerte sich in einer Ecke seines Käfigs zusammen. Er hatte am Ton der Stimme genau verstanden, was M.R. Kaka meinte. In seinem Leben als Streuner hatte er so etwas oft genug gehört. Um halb vier hielt draußen auf der Straße ein großer Mercedes und ein Mann stieg aus. An seiner Hand hielt er einen schmächtigen Jungen. Vierter Kapitel Henry trifft eine Wahl. Wichtige Kunden empfing M.R. Kaka immer erst in seinem Büro, bevor er sie herumfühte, und M.R. Fenton, der Chef eines bedeutenden Energieunternehmens, war ganz offensichtlich sehr wichtig. Sie kennen ja sicher unsere Geschäftsbedingungen, sagte M.R. Kaka pro Stunde berechnen wir 25 Pfund und eine Kaution von 300 Pfund, die erstattet wird, wenn wir den Hund wohlbehalten zurückbekommen. Und was das Wochenende betrifft, so haben wir da spezielle Tarife, ja, ja, unterbrach ihn M.R. Fenton schnell. Henry hatte die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und nicht zugehört. Gibt es hier jemanden, der meinen Sohn ein wenig herumführen könnte, während wir uns ums Geschäftliche kümmern, sagte M.R. Fenton leise mit einem vielsagenden Blick auf Henry. M.R. Kaka begriff sofort. Er war an Eltern gewöhnt, die ihre Kinder anlogen. Er ging in den Flur und rief nach Kailai würdest du den jungen Herrn hier herumführen und ihm die Hunde zeigen, sagte er, als sie ins Zimmer kam er soll sich einen aussuchen. Kailai lächelte Henry an und er lächelte zurück. Was für einen wundervollen Beruf sie hat, dachte er, und außerdem war sie so hübsch mit ihren wehenden dunklen Haaren und den tiefblauen Augen. Ich darf mir aussuchen, welchen ich will, sagte Henry zu ihr. Er sollte aber nicht zu alt sein, denn Hunde lehen höchstens 15 Jahre, nicht wahr? Wenn er noch jung ist, habe ich ihn bei mir, bis ich erwachsen bin. Kailai holte Tiefluft. Sie wusste, dass die Hunde nie länger als drei Tage verliehen wurden. Also wurde dieser Junge reingelegt. Das hatte sie schon oft erlebt hast. Du eine bestimmte Rasse im Sinn. Henry schüttelte dem Kopf. Nein, ich will mir die Hunde alle anschauen. Den richtigen erkenne ich schon. Er sah vertrauensvoll zu Kailai auf. Ich werde es sofort wissen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, sagte Kailai. Das ist oft so, man spürt es einfach. Zuerst führte sie ihn in Raum E auf der Rückseite des Gebäudes und Henry blieb vor einem Basset stehen, der in der Ecke seines Käfigs mächtig schnaufte. Es war ein hübscher Hund und Henry kraulte ihm durch die Gitterstäbe hindurch den Kopf. Aber er sagte nichts. Der nächste Hund war der Mastiff mit den schlechten Träumen und Henry hatte mit offenem Mund die Geschichte von dem verschluckten Finger. Er hat es inzwischen überwunden, aber die anderen Hunde gehen noch immer sehr vorsichtig mit ihm um. Als ob sie es wüssten, diesen Hund musste man einfach gern haben, doch Henry war ein vernünftiger Junge. Bald waren Ferien, aber wenn er später wieder jeden Tag zur Schule ging, würde der Hund nicht genügend Auslauf haben. Neben dem Mastiff war ein hübscher King Charles Spaniel, der sich vor Henry gleich auf den Rücken warf und die Pfoten in die Luft streckte, um gekrault oder gestreichelt zu werden. Dem geht's auch nicht gut, sagte Kailai. Das Paar, dem er gehörte, hat sich scheiden lassen und sie haben ihn ständig in der Bahn zwischen dem einen in London und dem anderen in Edinburgh hin und her geschickt. Sobald er einen Zug sieht, setzt er sich hin und heult. Oh, ich wünschte, ich könnte ihn nehmen, sagte Henry. Es ist ein wundervoller Hund, und Kailai nickte, denn der Spaniel wäre eine gute Wahl. Doch Henry ging weiter, vorbei an einem Korgi, dann an einem Schnauzer, und schließlich kam er in Raum D. Zuerst schaute er sich einen Dalmatiner an und Kailai erwartete schon, dass er sagen würde, der ist es. Denn seit dem bekannten Film Überhundertum Deinen Dalmatiner schien jedes Kind einen haben zu wollen. Doch obwohl ihn Henry zwischen den Ohren kraulte und ein wenig seufzte, blieb er nicht stehen, sondern ging weiter. Sie kamen an einem Tibet-Terrier vorbei, der so zottelige Haare hatte, dass man kaum erkannte, wo vorn und hinten war, und dann an einem Mops. Die Hunde waren müde, es war das Ende eines anstrengenden Tages, doch als sie Kailai mit einem Besucher sahen, gaben sie sich Mühe, sich aufrecht hinzusetzen und ein freundliches Gesicht zu machen, Henry sah mittlerweile etwas angespannt aus, er war so sicher gewesen, dass er den Hund, der für ihn bestimmt war, sofort erkennen würde, und nun hatte er so viele wundervolle Hunde gesehen und doch hatte keine innere Stimme zu ihm gesagt, Stopp, das ist er und wenn er sich nun geirrt hatte, und wenn es den einen und einzigen Hund für ihn gar nicht gab, Kailai, die ihm ansah, was er dachte, legte beruhigend ihren Arm um seine Schulter und sie gingen in den nächsten Raum, Raumzehr hier machte Kailai Henry auf die Besonderheiten der einzelnen Hunde aufmerksam, auf die Blauzunge eines Tchaukovs, das dichte Fell eines irischen Wasserspaniens, das ihn auch in kaltem Wasser gut schützte, und wieder bewunderte Henry all diese Hunde und wieder schüttelte er den Kopf und sie gingen weiter, inzwischen hatte sich MR Phantom zu ihnen gesellt und versuchte, Henry Ratschläge zu erteilen, der Boxer hier hat ein hübsches kurzes Fell, der wird bestimmt nicht haaren, oder, ich bin mir sicher, dass deine Mutter nichts gegen diesen kleinen Dackel haben wird, doch Henry hatte nicht, was sein Vater sagte, er ging mit gerunzelter Stirn weiter von Hund zu Hund und schaute und sagte immer noch nicht die Worte, auf die alle warteten, nun betraten sie Raum a sie kamen an Otto vorbei und Henry blieb stehen, um ihn ausgiebig hinter den Ohren zu kraulen, man sah dem Bernhardiner an, dass er ein ganz besonderer Hund war, auch Franzine war das, hinter ihrem affigen Äußeren konnte Henry ihre fleißige, zuverlässige Seele erkennen, dann kam der Collier, Henry hatte jeden Lassi-Film, der jemals gedreht worden war, gesehen, und doch blieb er nicht stehen, auch nicht für den Pekinesen oder Queen Tilly, die mürrisch auf ihrer Wärmflasche lag, doch dies war der letzte Raum, in der Ecke stand noch ein Käfig, aber der war leer, es gab keine Hunde mehr, ich hab mich geirrt, sagte Henry leise, ich hatte geglaubt, ich würde ihn gleich erkennen, aber was machte das schon, jeder einzelne Hund hier war es wert, dass er ihn mit nach Hause nahm, er würde Kai Leih bitten, einen für ihn auszusuchen, aber sein Selbstvertrauen war dahin, in diesem Moment traten zwei Männer in braunen Overalls durch die Tür, die von der Straße in Kai Leihs Kammer führte, wir haben eine Nachricht vom Tierheim, sagte der eine, die haben da einen Wasserrohrbruch und können heute keine neuen Tiere mehr aufnehmen, also haben wir ihn zurückgebracht, die Nummer 51, wo ist er, fragte Kai Leih, er ist noch draußen in seiner Kiste, wir wollten ihn gerade einladen, da kam der Anruf, wo soll er jetzt hin, bringen sie ihn rein, sagte Kai Leih, aber das können wir nicht machen, MRKK hat ihn ausgemustert, er will bestimmt nicht, das, bringen sie ihn hierher, wiederholte Kai Leih, es gab eine kleine Pause, dann zuckten die Männer mit den Schultern und gingen wieder hinaus, Kai Leih folgte ihnen, man hörte, wie eine Kiste aufgestimmt wurde, und im Gang erschien etwas kleines Weißes, einen Moment lang stand Flick ganz still und schaute sich um, dann schoss er wie eine Gewehrkugel durch den Raum und auf Henry zu, der sich im gleichen Augenblick bückte und seine Arme ausbreitete, ich hab's dir gesagt, rief er, ich hab gesagt, ich würde es wissen, ich hab gesagt, wir würden es beide wissen, in diesem Moment kam MRKK herein und erfasste sofort die Situation, ah, du hast dich für den Tottenhamter ja entschieden, sagte er mit öligem Lächeln, wir wollten ihn gerade ins, äh, auf eine Hundausstellung schicken, aber das verzögert sich etwas, er wandte sich an MR Fenton, natürlich müssen wir für so einen Hund einen Aufpreis verlangen, diese Rasse ist sehr selten, MR Fenton wollte sich gerade beschweren, doch dann warf er einen Blick auf Henry oder vielmehr auf das Knäuel, das Henry und der Hund bildeten, sie schienen zu einem Lebewesen zu verschmelzen, er zuckte resigniert mit den Schultern und folgte MRKK in dessen Büro er heißt Flick, sagte Kailai, als die beiden Männer weg waren er heißt so, weil er, Henry sah zu ihr hoch ich weiß, warum er so heißt, weil er dieses goldene Flickchen in seinem linken Auge hat, ja, sagte Kailai genau deswegen, fünfter Kapitel der erste Tag, Henry wachte mit einem ungewöhnlichen Gefühl auf, ihm war warm, aber das war es nicht, das Ungewöhnliche war, dass er sich glücklich fühlte, gemütlich, sicher, nicht, als hätte er schlecht geträumt, und sei nun froh, wach zu sein, Henry fühlte sich so, als hätte er nie im Leben schlechte Träume gehabt, andererseits war sein Bett so hart, es war ungewöhnlich hart, langsam begriff er, dass es überhaupt kein Bett war, er lag mit seiner Decke auf dem Fußboden, und dann fiel ihm alles ein, er hatte seinen Eltern versprochen, Flick nicht in seinem Bett schlafen zu lassen, und er hatte sein Versprechen gehalten, aber er konnte Flick an seinem ersten Tag in seinem neuen Zuhause auch nicht allein lassen, in diesem Moment presste sich eine kalte Nase in seine hohe Hand und Flick begrüßte freudig den neuen Tag, wie sein Besitzer, Flick war ebenfalls in Geborgenheit, Wärme und Glück aufgewacht, er sprang Henry auf die Brust, er leckte sein Ohr, sprang wieder runter und rollte sich auf den Rücken, so dass Henry seinen Bauch rubbeln konnte, doch Henry fiel ein, was seine Mutter am Abend zu ihm gesagt hatte, wenn er eine Pfütze auf den Teppich macht, kommt er in die Garage und bleibt er auch, es war höchste Zeit, mit Flick Gassi zu gehen, sich anzuziehen war gar nicht so einfach, denn Flick hatte seine eigenen Vorstellungen davon, wie er Henry dabei helfen konnte, er schleppte seine Socken an interessante Orte und trieb seine Schuhe zusammen, aber als Henry endlich fertig war, ließ Flick sich Halsband und Leine anlegen und folgte seinem neuen Herrn die Treppe hinunter, stolz wie ein Model auf dem Laufsteg, Henry ging mit ihm aus der Tür und durch den Vorgarten, der gar kein Garten war, sondern eine gehakte Kiesfläche, hier durfte Flick auf keinen Fall sein Bein heben, gegenüber von Henrys Haus war ein Privatgarten, der den Bewohnern der Straße zugänglich war, aber nicht allen, auf einem Schild am Tor stand für Hunde und unbegleitete Kinder verboten, doch am Ende der Straße, wo die Häuser kleiner und nicht mehr so vornehm waren, gab es einen öffentlichen Park, seine Mutter ging mit Henry nie dorthin, weil sie Angst hatte, die Kinder dort könnten grob zu ihm sein, Flick schien der Park zu gefallen, er konnte gar nicht schnell genug hinkommen, es war ein ganz gewöhnlicher Stadtpark, aber Flick benahm sich, als wäre er im Paradies, er schnüffelte an jedem Baum, um zu riechen, welcher Hund als letztes da gewesen war, er versuchte ein bisschen Gras zu essen und musste niesen, er entdeckte einen spannenden Laubhaufen, und die ganze Zeit über zuckten seine Ohren vor Eifer und immer wieder drehte er sich nach Henry um, als ob er sehen wollte, ob der auch all das roch und fühlte und mit ihm teilte, Henry ließ es zu, dass Flick ihn führte, und stand plötzlich einem Mädchen mit blonden Locken gegenüber, sie saß auf einer Bank und las und war genau die Sorte von hübschem, selbstbewussten Mädchen, die Henry normalerweise Angst einflößte, aber Flick schloss sie augenblicklich ins Herz in dem Stecken ja eine Menge Rassen, sagte das Mädchen und streichelte Flicks Rücken, Henry schüttelte dem Kopf das ist ein Tottenhamter ja, sagte er noch nie gehört, das muss eine neue Züchtung sein, er sieht richtig klug aus, warum lässt du ihn nicht von der Leine ich habe ihn erst seit gestern und weiß noch nicht, ob er zurückkommt, nächste Woche will ich mit ihm in die Hundeschule, natürlich kommt er zurück, er liebt dich, Henry sah das Mädchen an, ihre Worte machten ihn überglücklich, er beugte sich vor und löste die Leine, Flick schüttelte sich kurz, dann sauste er los wie ein Windhund nach dem Startschuss und verschwand hinter ein paar Bäumen, einen kurzen Moment lang überfiel Henry Panik, als er und das Mädchen sich ansahmen, und wenn er nun für immer verschwand, doch dann tauchte der kleine Hund wieder auf und sauste wie ein weißer Pfeil auf Henry zu hab ich's doch gewusst, sagte das Mädchen, zwei Jungen, die die ganze Zeit Fußball gespielt hatten, kamen herüber, Henry dachte an seine Klassenkameraden, die an seinem Geburtstag die Geschenke zerstört hatten, und war auf der Hut, doch die Jungs hatten nichts Böses im Sinn, sie ließen Flick hinter dem Ball herjagen, bevor sie weiterzogen, ich geh mal besser wieder, sagte Henry zu dem Mädchen, ich hab noch nicht gefrühstückt und meine Eltern fragen sich bestimmt, wo ich bin, das Mädchen nickte dich begleite dich zum Tor, dummerweise führte sie der Weg an einem Teich vorbei und auf dem Teich schwammen Enten, Fleck blieb einen Moment stehen und schaute sich alles an, das Fell auf seinem Rücken sträubte sich und ein Grollen wie das eines Wolfs drang aus seiner Kehle, und bevor Henry begriff, was geschah, gab es einen lauten Platsch und Fleck schwamm auf die Enten zu, die quaken entrüstet, dann schlugen sie mit den Flügeln und flogen hoch, Fleck schwamm ein paar Mal hin und her und tat so, als hätte er keine Enten jagen, sondern nur ein wenig planschen wollen, als Henry ihn rief, paddelte er zum Ufer zurück und wühlte sich durch das Schilfweg, rief das Mädchen und lief los Pass auf, dass er dir nicht so nahe kommt, aber Henry war erst seit kurzem Hundebesitzer, er blieb stehen und Fleck kam ihm so nahe wie möglich, um sich dann mit aller Kraft zu schütteln, du hast ja einen mutigen kleinen Hund, sagte ein Mann, der eine dänische Dogge an der Leine führte, Mischlinge sind oft gute Schwimmer, Henry wollte ihm gerade erklären, dass Fleck ein Tottenhamterrier war, aber er war inzwischen fast genauso nass wie sein Hund, er nahm Fleck an die Leine und machte sich auf den Weg nach Hause, als er die Auffahrt hochging, fing er an, sich Sorgen zu machen, er hatte seiner Mutter versprochen, dass Fleck keine Pfützen machen würde, aber nun war der Hund selbst eine einzige wandelnde Pfütze, sicherheitshalber betrat er das Haus durch den Hintereingang, Olga, das neue Dienstmädchen, war ein richtiger Trauerkloß, sie kam aus Kasachstan und sprach kaum ein Wort Englisch, Henry fürchtete sich vor ihren Schluchzern und Tränen, doch als sie ihn mit dem durchweichten kleinen Hund sah, zog sie ihn schnell in die Küche und rubelte Fleck mit einem Handtuch trocken, bis er aussah wie frisch gebadet, dann holte sie flink für Henry neue Sachen zum Anziehen und schob ihn vor sich her zum Esszimmermutter schon warten, schnell, sagte sie, aber sie sagt es mit einem Lächeln, wenn ich nicht wüsste, dass es übermorgen wieder vorbei ist, würde ich es nicht aushalten, sagte Albina, ich habe ein weißes Haar auf dem Teppich gefunden und eins auf der Fußbank, außerdem wäre ich fast über den Trinknapf gestolpert, wie ich Unordnung hasse, Albinas Freundinnen tranken gerade ihren Morgenkaffee bei ihr und waren sehr mitfühlend, ich hatte eine Freundin, deren Mann einen irischen Wolfshund mit nach Hause gebracht hat, sagte Glenda, stell dir vor, mit einem einzigen Schwanzwedeln hat der einen ganzen Tisch mit kostbarem Kristall abgeräumt, und alles, was dem Mann einfiel, war, der Hund will doch nur Hallo sagen, natürlich hat sie sich von ihm scheiden lassen, was sonst, Henry kam herein, um Tante Gloria, Tante Glenda und Tante Geraldine zu begrüßen, sicherheitshalber trug der Fleck auf dem Arm, ich dachte, ihr möchtet ihn vielleicht sehen, sagte er, Fleck wollte runter und die Damen richtig begrüßen mit Andenbeinen schnüffeln und herumrollen und allem drum und dran, doch Henry hielt ihn fest er ist noch nicht richtig erzogen, aber er kann schon eine Weile still sitzen, wenn man es ihm sagt, erzählte er stolz, Henry trug den Hund von einer zur anderen, als präsentiere er ihn ein großartiges Geschenk, Geraldine tätschelte Fleck vorsichtig mit spitzen Fingern, Glenda lächelte nervös und Gloria fragte ängstlich, beißt der ich kann nur hoffen, Donald weiß, was er tut, sagte Glenda, als Henry mit dem Hund wieder verschwunden war es sieht ja nicht so aus, als würde er ihn so schnell überhaben, Donald ist überzeugt davon, dass das spätestens morgen Abend der Fall sein wird, Henry muss jeden Morgen sehr früh aufstehen, um mit ihm rauszugehen, und überhaupt macht der Hund viel Arbeit, und selbst wenn es Ärger geben sollte, ich halte das auf keinen Fall länger aus, stellt euch nur vor, am Ende zerkratzt er noch den Kuchtisch bei einem derart christlichen Gedanken durchfuhr es sie eiskalt, während Henry in dieser Nacht auf dem Boden unter seiner Decke lag, fleckdicht an ihn gekuschelt, dachte er noch, oft ist es so, dass man sich etwas ganz toll wünscht, und wenn man es dann bekommt, ist es eine einzige Enttäuschung, wie sehr hatte er sich zum Beispiel auf den Urlaub auf den Seicheln gefreut, seine Eltern hatten ihm erzählt, er könne da schnorcheln und tauchen, doch als sie angekommen waren, bekam er einen fürchterlichen Ausschlag von irgendeinem tropischen Insekt und durfte nicht einmal ins Wasser gehen, in Davos war es ähnlich gewesen, er wollte so gern Ski fahren, doch dann hat es keinen Schnee gegeben, nur ein Hotel voller Leute, die die ganze Zeit Partys feierten und sich betranken, aber mit einem Hund war alles anders, er hatte ihn sich schon so lange und so sehnlich gewünscht und jetzt hatte er ihn und es war schöner, als Henry es sich in seinen kühnsten Träumen hätte ausmalen können, es waren nicht nur seine Gesellschaft und die Wärme, die Fleck in sein Leben gebracht hatte, Henry hatte auch nicht gewusst, dass ein Hund einen zum Lachen bringen konnte oder dass er einem dabei half, Freunde zu gewinnen, außerdem sah er auf einmal Dinge, an denen er vorher achtlos vorbeigegangen war, die geheimnisvollen Höhlen im Stamm der Eicher oder wie akkurat die Eicheln in ihren Hütchen saßen oder wie die Erde nach einem Wolkenbruch schwer und dunkel wurde, früher hätte Henry noch nicht einmal bemerkt, dass es regnete und über was er sich neuerdings alles Gedanken machte, bei ihrem Nachmittagsspaziergang hatte Fleck ein Gitter über einem Abwasserrohr entdeckt, das hatte ihn so begeistert, dass er sich platt auf den Bauch legte, um zu schnüffeln und zu riechen und zu forschen, nie zuvor hatte Henry vorher darüber nachgedacht, was sich dort unten in dem schwarzen und übel aussehenden Wasser alles verbergen mochte, vielleicht alte Flussgeister, die man aus ihrem Zuhause vertrieben hatte, oder winzige Krokodile, die im Klo runtergespült worden waren, womöglich gab es dort eine ganze Abwasserunterwelt, von der niemand etwas ahnte, Henry streckte seinen Arm aus, um sein Nachtlicht anzumachen, aber Fleck lag quer über seinen Füssen und Henry wollte ihn nicht wecken, egal, er brauchte sowieso kein Nachtlicht mehr, jetzt wo er einen Beschützer und Freund hatte, am nächsten Morgen, einem Sonntag, setzte sich Henry hin, um seinen Großeltern in Nordumberland eine Postkarte zu schreiben, nie zuvor hatte er ihnen etwas Interessantes zu berichten gehabt, er wusste, wie sehr sie sich mit ihm freuen würden, wie glücklich sie darüber wären, dass er jetzt einen Hund hatte, in ihrem Haus am Meer hatten sie natürlich auch einen Hund, die alte Meck, er klebte eine Briefmarke auf die Karte und ging aus dem Haus und zum Briefkasten, Fleck ihm auf den Fersen, sie gingen weiter in den Park, dort trafen sie zwar nicht das blonde Mädchen, aber den Mann mit der dänischen Dogge, der riesige Hund stand ganz still, während Fleck ihn umrundete und bewundernd an seinen Beinen schnüffelte, dann liefen Henry und Fleck zu der Eiche und zu dem Laubhaufen, der Park war schon fast ein richtiges Zuhause, Sonntag war eigentlich Olgas freier Tag, aber als Henry nach Hause kam, war sie noch da und gab ihm einen Knochen für Fleck, es war genau die richtige Art Knochen für einen Hund und Fleck bedankte sich bei ihr auf seine Art, Olga war nicht länger still und sauertöpfisch und Henry begriff, dass sie einfach nur einsam und traurig gewesen war, noch etwas, das er ohne Fleck nie verstanden hätte, anscheinend hatte sie bei sich zu Hause in Kasachstan sehr viele Tiere gehabt und immer, wenn sie auf Englisch den Namen eines Tieres nicht wusste, machte sie die entsprechenden Geräusche, mute wie eine Kuh oder meckerte wie eine Ziege, bellte wie ein Hund oder fauchte wie eine Katze, das ging so lange, bis sie vor Lachen nicht mehr konnten was, um alles in der Welt, geht hier vor, sagte Albina, als sie in die Küche kam, während Olga gerade so tat, als wäre sie eine Ziege, die einen Fahrradreifen frisst, dann entdeckte sie Fleck, der an seinem Knochen herumgaute, was ist das denn für eine Sauerei, er darf auf gar keinen Fall ins Esszimmer damit, hörst du, Henry Am Nachmittag war Henry mit seinen Eltern bei Sir Richard und Lady Dorothee Grimm eingeladen, die in einem wunderschönen Haus in Richmund lebten, sie hatten drei Kinder in Henrys Alter, besonders wohl erzogene Kinder, die Henry zutiefst verabscheute, der Hund kann natürlich nicht mit, sagte Albina, Lady Dorotys Haus ist makellos und außerdem hinterlässt er Spuren auf den Sitzen, Albinas Mercedes hatte Polster aus schneeweißem Leder und sie hütete ihn wie ihren Augapfel ohne Fleck komme ich aber nicht mit, sagte Henry auf gar keinen Fall du kannst unmöglich allein zu Hause bleiben, sagte seine Mutter, doch zur allgemeinen Überraschung erklärte sich Olga bereit, ihren freien Tag zu opfern und mit Henry ins Einkaufszentrum zu gehen, damit er für Fleck einen Ball und anderes Spielzeug kaufen konnte, Henry verbrachte einen herrlichen Nachmittag, er hatte von seinem Geburtstagsgeld noch nichts ausgegeben und nun betrachteten Fleck und er quietschienten aus Gummi und Bälle in allen Größen und Plastikknochen und Mäuse zum Auftieren, doch als sie nach Hause kamen und Fleck sich für ein Neckarchen in Henrys Zimmer niederließ, da schleppte er nicht etwa die quietschiente mit, die ihm von all den Spielsachen am besten gefallen hatte, sondern Henrys kleines blaues Handtuch, das im Bett auf den Boden gefallen war, als Henrys ihm später wegnehmen wollte, da fing Fleck zum ersten Mal an zu knurren und schlug seine Zähne nur umso fester in das Tuch, dieses Handtuch gehört jetzt mir, schien er sagen zu wollen, sechster Kapitel der Betrug, Henry lag im Bett, sein Vater war im Arbeitszimmer, nur Albina hockte auf allen Vieren draußen auf der Treppe und suchte nach Hundehaaren, Henry hatte zwar versprochen, jedes Mal hinter dem Hund sauber zu machen, aber jetzt konnte sie ein Haar auf dem Treppenabsatz erkennen und irgendetwas, das aussah wie ein Schlammspritzer, sie stieß einen Schrei aus und griff nach Schaufel und Besen, eigentlich wäre das ja Olgas Aufgabe gewesen, aber dieses dumme Ding ging ja immer viel zu früh ins Bett, was für ein Glück, dass dieses schmutzige Tier am nächsten Morgen aus dem Haus kam, diesen ganzen Dreck und Ärger konnte sie keine Minute länger ertragen, Albina ging zurück ins Haus und nach oben in Henrys Zimmer, um ihm gute Nacht zu sagen, normalerweise war es immer sehr ruhig bei ihm, aber jetzt hatte sie, wir herumrannte und irgendetwas rief, wahrscheinlich spielte er mit dem Hund, dann fiel etwas krachend zu Boden, sie riss die Tür auf, oh nein, Henry, das schöne Nachtlicht, du weißt genau, wie teuer es war, sie hob die Lampe auf, sie war eindeutig hinüber, ich weiß nicht, wie ich sie ersetzen soll, Henry schien nicht sehr betrübt zu sein, das musst du auch gar nicht, sagte er vergnügt, ich brauche kein Nachtlicht mehr, es ist mir egal, wie dunkel es ist, jetzt, wo sich flickerbe, Albina ging wieder hinunter, sie musste mit ihrem Mann sprechen, hast du nicht gesagt, Henry würde sich spätestens nach zwei Tagen mit dem Hund langweilen, du hast es mir versprochen, Donald war in seinem Arbeitszimmer, ein Kopfhörer baumelte aus seinem Ohr, er telefonierte gerade mit seinem Büro in New York und hatte kein Wort verstanden, Albina wiederholte es hör mir bitte zu, ich sagte gerade, dass Henry den Hund immer noch nicht überhat, widerstrebend beendete Donald das Gespräch egal, ob er den Hund leid ist oder nicht, morgen früh kommt er weg, sorg bitte dafür, dass er spätestens um 11 Uhr dort ist, sonst muss ich für einen weiteren Tag zahlen, und achte darauf, dass du die Kaution zurückbekommst, der Typ, dem der Hundeverleih gehört, ist ein gewiefter Halsabschneider, Albina starrte ihren Gatten entsetzt an, ich bringe ihn nicht zurück, das machst du, nein, das tue ich nicht, ich habe dir doch gesagt, dass ich die 6 Uhr Maschine nach New York nehme, bevor Rensadok öffnet, bin ich schon halb über den Atlantik, das ist wirklich ein starkes Stück, was soll ich Henry sagen, erzähl ihm, was du willst, aber erst wenn der Hund da ist, wo er hingehört, Albina war sehr ärgerlich, das ist ja mal wieder typisch, erst hast du irgendwelche Ideen und dann fliegst du weg und lässt mich mit dem ganzen Schlamassel hier alleine, das machst du immer und ich habe es satt, wenn du glaubst, dass es mir Spaß macht, ständig um die Welt zu fliegen, erst du dich, es ist wahnsinnig anstrengend, ich tue das, damit du ein schönes Haus hast und teure Kleider, wenn du nicht so anspruchsvoll wärst, dann, sie fingen an zu streiten, sie waren so gewöhnt daran zu streiten, dass sie fast vergessen, worum es ging, diesmal stritten sie, bis es Zeit war, ins Bett zu gehen, Albina hatte beschlossen, dass sie Olga mit Henry zum Zahnarzt schicken würde, sobald er weg war, würde sie den Hund nehmen und zurück zur Rentadoc bringen, wenn Henry nach Hause kam, wäre alles vorbei, natürlich würde er sich aufregen, das war ihr inzwischen klar, also würde sie einen Einkaufsbummel vorschlagen, über eine neue Autorennbahn würde er sich bestimmt freuen, oder über eins dieser kleinen Radius, die aussahen wie eine Erdbeere oder Banane, die waren wirklich süß, der Termin beim Zahnarzt war um 10 Uhr, Olga wird mit dir hingen, sagte Henrys Mutter am nächsten Morgen darf ich Flick mitnehmen, die Sprechstundenhilfe ist sehr nett, sie erlaubt mir bestimmt, dass Flick so lange im Garten hinter der Praxis bleiben darf, nein, Henry, auf keinen Fall, du weißt genau, dass Hunde in einer Arztpraxis verboten sind, aber, Schluss jetzt, Henry, putz dir die Zähne und mach dich fertig, du kannst Flick einem Knochen geben, damit er sich nicht langweilt, während du weg bist, Henry schüttelte den Kopf, wir haben nur noch die Sorte, die spätört, aber auf dem Rückweg werden wir einen richtigen besorgen, Markknochen sind die Besten, Olga hilft mir, seine Augenfingeln anzuleuchten und wir schauen auch, ob die Hunderkörbchen da sind, der Mann im Zoo-Geschäft hat gemeint, sie könnten heute kommen, er beugte sich zu dem Hund hinunter und legte ihm den Arm um den Hals, es wird nicht lange dauern, Flick, und wenn ich wieder da bin, gehen wir in den Park zu unserem Baum und dem Abflussrohr und, Flick wedelte mit dem Schwanz und versuchte Henrys Gesicht zu lecken, doch als Albina ihn scharf zurückrief, winselte er und suchte sein Tuch, die Tür fiel hinter Henry ins Schloss, Flicks Augen wurden vor Angst ganz groß, irgendetwas stimmte nicht, eine Stunde später wurde die Tür aufgerissen und Henry stürmte ins Haus Flick, Flick, ich bin wieder da stille, Olga schaute in der Küche nach, Henry lief durchs Haus, seine Leine ist nicht da, das kann nur bedeuten, dass Mummy mit ihm draußen ist, ich hab gewusst, dass sie ihn am Ende mögen wird, ich hab's gewusst, Olga verzog keine Miene, ich machen Kakao war alles, was sie sagte, nach einer knappen Stunde hatten sie das Auto und Albina stieg aus, sie hatte keine Leine, keinen kleinen weißen Hund, nur ein paar Päckchen, Henry lief ihr entgegen, Flick ist bei dir, nicht wahr, nein, Henry, das ist er nicht, er ist wieder da, wo er hergekommen ist, Henry sagte zuerst gar nichts, doch sein Gesicht nahm einen Ausdruck an, dass Albina vor Schreck einen Schritt zurück trat, soll das heißen, du hast ihn wieder in den Hundezwinger gebracht, ja, genau, weißt du, Henry, dein Vater hatte ihn nur für das Wochenende ausgeliehen, wir hätten niemals einen Hund länger als ein paar Tage behalten können, aber wir wollten dir so gern eine Freude machen, ihr holt ihn also nicht zurück, sagte Henry mit tonloser Stimme, ihr habt mich reingelegt, wir haben dich nicht reingelegt, Henry, wir wollten, dass du für eine kurze Zeit einen Hund hast, du weißt doch, was ich von Tieren im Haus halte, dafür hab ich dir ein Geschenk mitgebracht, sie gab ihm ein offentlich verpacktes Paket, in der nächsten Sekunde flog es quer durch die Halle und krachte in eine teure Vase, oh nein, Henry, schau, was du angerichtet hast, kreischte Albina, es ist genau das, was du mit mir gemacht hast, sagte Henry mit einer fremden, erwachsenen Stimme, das wird dir noch leid tun, mit diesen Worten drehte er sich um, ging hoch in sein Zimmer und schloss die Tür, siebter Kapitel Kummer, die Hunde in Raum A versuchten ihr Bestes, um Flick aufzuheitern, jeder von ihnen hatte schon Kummer erlebt, Franzine träumte immer noch von dem Zirkus und dem aufregenden Leben, das sie dort geführt hatte, Henry rannte im Schlaf immer noch über mit Heidekraut bedeckte Hügel, um die Schafe zusammenzutreiben, Otto hatte nie aufgehört, sich nach dem Frieden des Klosters und der stillen Würde der Mönche dort zu sehnen, und Liche wartete schon ewig auf jemanden, der es vermochte, in seine tapfere Seele zu blicken, genau wie Flick hatten sie alle gehofft, eines Tages einen Herrn zu finden, der es wert war, dass sie ihm dienten, aber sie hatten nur Menschen gefunden, die gekommen und wieder gegangen waren und sich nicht für sie interessiert hatten, aber sie waren älter und klüger als der kleine Mischling und wussten, dass man sich zusammennehmen und das Beste daraus machen musste, Flick war einfach nur überwältigt von seinem Schmerz, den Kopf zwischen den Pfoten, lag er in seinem Käfig, sein Fell war stumpf, seine Augen waren trüb und seit seiner Rückkehr hatte er nichts gefressen, Kailai arbeitete in ihrem Büro daneben, und wann immer sie konnte, kam sie heraus, um nach dem Tottenham Taya zu schauen, sie hatte das blaue Handtuch gerettet, das Flick zwischen den Zähnen hielt, als er zurückgebracht wurde, eigentlich erlaubte MR Kaka so etwas nicht, aber glücklicherweise waren die Kakas unterwegs zu einer Hundeschau, wo sie ein paar besonders exotische Hunde kaufen wollten, Kailai tauchte das Tuch in Flicks Wassernapf und befeuchtete damit sein Maul Du musst trinken, sagte sie zu ihm Du bist noch jung, das ist nicht das Ende der Welt, aber für Flick war es das Ende der Welt und das wusste Kailai auch genau, Flex Welt hatte aufgehört zu existieren, als sich die Tür seines Käfigs hinter ihm schloss und Albina Fenton auf ihren hohen Absätzen eilig davon stöckelte bitte, Fleck, tust uns zuliebe, sagte Kailai und strich über seinen müden Kopf, doch Flick sah sie nur aus seinen ungleichen Augen an und gab ein verzweifeltes Winseln von sich, die tägliche Arbeit musste trotzdem gemacht werden, Kailai ging hinaus, um den Garten zu sprengen, Otto wurde von einem schmächtigen Männchen abgeheult, der mit dem Bernhardiner seine Freunde beeindrucken wollte, Lichy wurde fortgebracht, um auf dem Schoß irgendeiner alten Dame zu hocken, und Fleck rollte sich zu einem Unglückshäufchen zusammen und flüchtete sich in den Schlaf hat er sich erholt, fragte Pippa am Abend, kaum dass Kailai ihren Mantel ausgezogen hatte, Kailai schüttelte den Kopf, sie war sehr müde aber das ist albern, sagte Pippa man kann doch nicht so leiden, wenn man nur drei Tage mit jemandem zusammen war, sowas gibt's einfach nicht, anscheinend gibt es das doch, sagte Kailai und ließ sich in einen Sessel fallen, normalerweise war sie nicht so und Pippa, die ihre Schwester vergötterte, wurde ärgerlich ich bin sicher, der Junge hat ihn längst vergessen, sagte sie nein, erwiderte Kailai das hat er nicht, andere Jungs vielleicht, aber er nicht, Ralf, einer der Zwillinge, sah von seinen Hausaufgaben auf und meinte, es sei wie bei Romeo und Julia sie haben sich nur ganz kurz gesehen, auf einem Balkon oder so, und das hat gereicht, wie ist es ausgegangen, fragte Pippa schlecht, sagte Ralf zum Schluss waren alle tot, Idiot, rief Pippa, sie sah, dass Kailai am Ende ihrer Kräfte war, sie goss ihrer Schwester eine Tasse Tee ein, aber die starrte nur weiter finster vor sich in naja, wenn der Junge ihn nicht vergessen hat, dann nur, weil er ein Schwächling ist, reiche Leute sind immer schwach, ich hätte nicht zugelassen, dass mir einer meinen Hund einfach so Weg nimmt, nie im Leben, was hätte er denn tun sollen, sagte Kailai, er ist doch nur ein Kind, er könnte Flick stehlen, sagte Pippa, das würde ich an seiner Stelle tun, es wäre auch gar kein richtiger Diebstahl, er würde sich ja nur zurückholen, was ihm gehört, aber Kailai, die an den schmächtigen, wohlerzogenen Henry neben seinem herrischen Vater denken musste, hielt das für sehr unwahrscheinlich, wir müssen am Sonntag früh zur Arbeit, sagte sie zu Pippa, die Kackers werden immer noch weg sein, ich bin wirklich froh darüber, dass du mir hilfst, aber Pippa beschloss, nicht nur zu helfen, sie wollte auch Nachforschungen anstellen, ich werde Dr. Rutherford bitten, zu kommen und nach Henry zu sehen, sagte Albina zu ihrem Mann, er war gerade aus Peking zurückgekommen, wo er ein großes Geschäft erfolgreich abgeschlossen hatte, ist er denn krank, fragte Donald erstaunt, Albina wurde ärgerlich, ich hab dir doch gesagt, dass er nichts isst und schon völlig abgemagert ist, außerdem spricht er kaum noch mit mir, am Montag beginnt wieder die Schule, wir können ihn da unmöglich hinschicken, er sieht ja aus wie einer aus dem Waisenhaus, aha, nun ja, es wird Henry sicher nicht schaden, einmal richtig durchgeschreckt zu werden, sagte Donald, es geht ein ekelhafter Grippevirus um, im Flugzeug habe ich neben einem Typen gesessen, der die ganze Zeit genießt hat, hoffentlich habe ich mir nichts eingefangen, wenn normal Menschen einen Arzt brauchen, dann gehen sie zu ihm in die Praxis und warten, bis sie an der Reihe sind, aber Albina war viel zu reich, um normal zu sein, sie hatte einen privaten Arzt, der zu seinen Patienten nach Hause kam, Dr. Rutherford war ein älterer Herr mit weißen Haaren und einem freundlichen Gesicht, nachdem er Henry untersucht hatte, bat er im RS-Fenton, ihn mit Henry allein zu lassen, ich kann nichts finden, sagte der Arzt, doch wenn du weiter nichts isst, wirst du natürlich immer schwächer, Henry zuckte mit den Achseln, ist egal, ich hab nichts, wofür ich stark sein müsste, Dr. Rutherford wartete gar nichts, nein, nicht mehr, aber du hast etwas gehabt, für das du stark sein wolltest, ja, sagte Henry, aber mir wollte er dem Arzt nicht sagen, nichts von Fleck oder darüber, wie seine Eltern ihn betrogen hatten, nun gut, ich lasse dir ein Stärkungsmittel hier, sagte Dr. Rutherford lächelnd, das tun Ärzte meistens, wenn sie nicht weiter wissen, ich glaube, das Problem steckt in dir drin, aber wenn du nicht darüber reden magst, will ich dich nicht zwingen, Dr. Rutherford ging die Treppe hinunter, wo Albina unten schon auf ihn wartete und, haben sie etwas gefunden, Dr. Rutherford zog sich den Mantel an, körperlich fehlt ihm nichts, trotzdem stimmt etwas nicht mit ihm, der Junge ist zutiefst unglücklich, vielleicht wissen sie ja, warum, Albina wurde ruten, nein, das weiß ich nicht, Henry hat wirklich alles, was ein Kind sich nur wünschen kann, als der Arzt sie prüfend anschaute, fügte sie kleinlaut hinzu, es gab ein wenig Ärger wegen eines Hundes, den wir für ihn ausgeliehen hatten, er dachte, es wäre für immer, und seit wir den Hund zurückgebracht haben, ist Henry unaussteherlich, das erklärt natürlich einiges, sagte Dr. Rutherford, und plötzlich musste er an den weißen Bulltarier denken, den er als Junge gehabt hatte, er war an den Baumstämmen hochgelaufen, hatte sich mit seinen Zähnen an einem Ast festgebissen und hing daran wie ein Stück Wäsche auf der Leine, als der Hund schließlich an Altersschwäche gestorben war, hatte er sich auf dem Dachboden verkrochen und eine Woche lang geweint, vielleicht können sie den Schaden ja wieder gut machen, sagte Dr. Rutherford zu Albina gehen sie noch einmal mit sich ins Gericht, doch als der Arzt gegangen war, ging Albina nicht mit sich ins Gericht, sondern in die Küche, wo sie ihr Mittagessen zur Abwechslung einmal selbst zubereiten musste, Olga hatte doch die Frechheit besessen, genau an dem Tag, als Albina Flick weggebracht hatte, zu kündigen sie Schlimmes gemacht, hatte sie zu Albina gesagt sehr Schlimmes, ich gehen, und sie war gegangen, und das, obwohl sie keine andere Arbeit in Aussicht gehabt hatte und Albina ihr sogar mehr Geld angeboten hatte, wenn sie blieb. Glücklicherweise erschienen an diesem Nachmittag ihre drei Freundinnen zum Tee und waren gehörig schockiert über die Unfähigkeit des Doktors, ganz zu schweigen von der Impetinenz des Dienstmädchens ich hab mir etwas überlegt, sagte Geraldine hast du nie darüber nachgedacht, Henry in ein Internat zu schicken, ich weiß, dass er dir fehlen würde, aber ein Ortswechsel hat noch keinem geschadet, und ich finde, er benimmt sich inzwischen sehr verzogen, ich meine, er schmollt jetzt schon seit fast einer Woche, sagte Glenda, ich hab versucht, ihm klar zu machen, dass der Hund ihn inzwischen längst vergessen hat, aber er hat mir noch nicht einmal zugehört, natürlich wird es für dich nicht leicht ohne dein Kind, meinte Glora aber du musst bedenken, dass es ja nur zu seinem Besten ist, Albina dachte darüber nach, was ihre Freundinnen ihr gesagt hatten, ihr habt recht, er braucht Gesellschaft, ich werde mit Donald darüber reden, Donald sagte, es wäre sehr teuer Internate kosten ein Vermögen, aber ich glaube, es wäre gut, um seinen Charakter zu formen, dieses Theater, das er da wegen dieses dämlichen Hundes gemacht hat, lässt mich für seine Zukunft das Schlimmste befürchten, wenn ich jedes Mal bei einem Geschäft meinen Gefühlen freien Lauf lassen würde, wo wäre ich dann heute wohl natürlich werde ich ihn vermissen, sagte Albina sehr sogar, aber er ist so schrecklich launisch zur Zeit, außerdem werden wir sowieso bald umziehen, ich habe ein Haus gesehen mit einem Swimmingpool im Keller und einem Billardzimmer, nicht dass wir Billard spielen würden, aber man weiß ja nie, das wird mich auf jeden Fall sehr in Anspruch nehmen, Donald interessierte sich nicht für Albinas Umzugspläne, er war schon daran gewöhnt, alle paar Jahre umzuziehen, genau so wie er daran gewöhnt war, sein Auto zu wechseln, außerdem expandierte seine Firma gerade in Asien, er würde noch mehr unterwegs sein als sonst und war froh, wenn Henry dann gut untergebracht war, jeder Vater, der auf sich hält, will für seine Kinder das Beste, 8. Kapitel Das Haus am Meer Wir haben eine Postkarte von Henry bekommen, sagte Alec Fenton, als er ins Haus kam und den Dreck von seinen Stiefeln abklopfte, vom Ufer, wo sein Ding hier vertaut lag, bis zum Haus waren es nur wenige Schritte, aber in der Nacht hat es geregnet und der Weg war schlammig, seine Frau Manny, die gerade auf dem Küchentisch Brotteig knetete, wischte sich die Hände an der Schürze ab und sagte lächelnd, wie schön, lass mal sehen, es war zwar schon lange her, seit sie in London gewesen waren, um Sohn und Schwiegertochter zu besuchen, aber sie sprachen oft von Henry und hielten große Stücke auf ihn, das sind ja mal gute Nachrichten, rief Manny, die über die Schulter ihres Mannes die Karte las, er hat einen Hund bekommen, ich hab doch immer gesagt, dass das genau das ist, was Henry braucht, Alec nickte in diesem Museum aufzuwachsen ist doch kein Leben für einen Jungen, er schaute aus dem Fenster ihres kleinen Fischerhauses, es war gerade Ebbe und der Sandstrand erstreckte sich in einer goldenen Kurve bis zum Meeressaum, ein Komoran stürzte sich von einem Felsen herab ins Meer und tauchte mit einem Fisch im Schnabel wieder auf, Möwen kreisten, Alec Fischerboot, die Pegotti, lag am Ufer, bereit, um für einen abendlichen Fischzug wieder in See zu stechen scheint so, als sei Albina endlich ein Licht aufgegangen, sagte Manny wenn sie Henry einen Hund erlaubt, kann sie ja so schlimm nicht sein, vielleicht waren wir voreilig in unserem Urteil, der Besuch bei ihrem Sohn und dessen Frau war so fürchterlich gewesen, dass sie ihn nie wiederholt hatten, beim Anblick ihrer altmodischen Koffer hatte Albina nur die Nase gerümpft, und als Manny in die Küche gegangen war, um sich bei dem Dienstmädchen für das leckere Essen zu bedanken, hatte sie schmerzlich das Gesicht verzogen und gemeint, dass das Mädchen schließlich fürs Kochen bezahlt werden würde, und ihr Sohn Donald war praktisch nie da gewesen, ständig flog oder fuhr er irgendwo in der Weltgeschichte herum, und wenn er zu Hause war, hingen ihm Strippen aus den Ohren und er sprach mit Moskau oder New York anstatt mit den Menschen im gleichen Raum, früher war Donald ein ganz normaler netter kleiner Junge gewesen, er hatte seinem Vater mit den Hungerfallen geholfen und auf dem Feld gearbeitet, seine Eltern hatten gehofft, er würde später einmal ihr Land und das Fischerboot übernehmen, doch nachdem er ein Stipendium für ein teures Internat bekommen hatte, hatte Donald sich verändert, er fing an, abfällige Bemerkungen über ihr Haus zu machen, darüber, wie klein und schäbig es war, und wollte wissen, warum sie statt des keuchenden alten Lieferwagens nicht ein richtiges Auto hätten, nach der Schule war er dann nach London gegangen, um dort sein Glück zu machen, und er hatte sein Glück gemacht, zumindest wenn Glück darin besteht, in einer Villa zu leben, in der die Wasserhähne so glänzen, dass man Kopfschmerzen davon bekommt, dass Essen so aussieht, als sollte es jeden Augenblick für ein Hochglanz-Magazin fotografiert werden, und es nirgendwo etwas Lebendiges gibt, nicht mal eine winzige Spinne, aber Henry war anders, er war ein liebenswerter, lustiger kleiner Junge, Alec und Mani hätten ihn auf der Stelle bei sich aufgenommen, wenn das möglich gewesen wäre, vor allem, als sie gemerkt hatten, wie einsam der Kleine war, aber nun würde es ihm endlich gut gehen, es gab nichts besseres gegen Einsamkeit als einen Hund, sie hatten nur noch ihren alten Labrador, aber sie konnten sich ein Leben ohne Hund nicht vorstellen, er könnte uns doch mit Fleck besuchen kommen, sagte Alec, also schrieben sie Henry einen Brief, nicht nur eine Karte, darin stand, dass sie ihn und Fleck gern einladen würden, Henry sei nun ja schon alt genug, um allein zu reisen, und die Fahrt sei auch nicht schwierig, er müsse nur einen Zug bis Bärweg nehmen, da würden sie ihn und Fleck mit dem Lieferwagen abholen, Henry erhielt den Brief an dem Tag, an dem er mit seiner Mutter die Schuluniform für das Internat kaufte, neunter Kapitel die Hundebefreiung, jeden Monat ließ er Kaker einen Werbeprospekt von Renta-Doc drucken, der den Tageszeitungen beilag, die Werbung war sehr aufwendig und zeigte Fotos von besonders schönen oder seltenen Hunden, die ausgeliehen werden konnten, im neuesten Prospekt wurde auch der Tottenham Tire erwähnt, eine neue Züchtung, von der es in England nur sehr wenige Exemplare gab, Renta-Doc wäre die einzige Agentur, bei der man diesen Hund bekäme, dieser Prospekt fiel einer gewissen Miss Gertie Golland in die Hände, einer großen dünnen Frau, die mit ihrem Bruder Harold zusammen liebte, der ebenfalls groß und dünner, den Gollands gehörte ein Hotel am Meer, das schlecht lief, außerdem eine Wäscherei, die schlecht lief, und ein Lebensmittelladen, der nicht nur schlecht lief, sondern gerade pleite gegangen war, als sie nun die Werbung von Renta-Doc sahen, hatten sie die Geschäftsidee wir könnten doch Tottenham Tire züchten, sagte Gertie wenn sie so selten sind, zahlen die Leute bestimmt ein Vermögen für die Welpen, also gingen sie zu Renta-Doc, um sich den Tottenham Tire für ein paar Stunden auszuleihen, sie wollten sicher gehen, dass diese neue Züchtung nicht bösartig oder aggressiv Fremden gegenüber wäre, doch als sie vor Flex Käfig standen, hatten sie keinerlei Bedenken mehr, er lag zusammengerollt in seinem Käfig und schaute kaum zu ihnen hoch, Kaila legte ihm Halsband und Leine um und er folgte Gertie und Harold brav auf die Straße hinaus, um die Wahrheit zu sagen, es war ihm herzlich egal, mit wem er wohin ging, die Gollands waren noch nicht sehr weit gekommen, als sie merkten, dass ein Tottenham Tire nicht unbedingt als Modehund durchging, niemand hielt an und fragte, woher sie diesen reizenden kleinen Hund hatten, keiner drehte sich nach ihnen um und jetzt bei Tageslicht konnten sie auch sehen, dass der Terrier wahrhaftig keine Schönheit war mit seinen kurzen Beinen und den Fledermausuhren, als sie eine Weile gelaufen waren, meinte Gertie, sie wären nun hungrig, und Harold meinte, auch er wäre hungrig, große dünne Menschen müssen viel essen, da können wir ja gleich mal sehen, wie der Hund sich im Restaurant benimmt, sagte Gertie mit einem Blick auf Fleck, also gingen sie in ein großes Kaufhaus, in dessen Restaurant Hunde erlaubt waren, der Kellner führte die Gollands zu ihrem Tisch, Gertie schlang Flecks Leine um ihr Stuhlbein, und nachdem Fleck ein wenig an den vorbeheilenden Füssen geschnuppert und festgestellt hatte, dass sie uninteressant waren, kroch er unter den Tisch und schlief einig Ich bin nicht schwierig, sagte Henry, es ist mir nur egal, ob ich eine blaue Lunchbox habe oder eine braune, es macht keinen Unterschied, Albina seufzt, ich weiß nicht, was ich noch tun soll, ich gebe ein Vermögen aus, damit du für deine neue Schule gut ausgestattet bist, und du stehst einfach nur rum wie eine Schaufensterpuppe, Henry und seine Mutter befanden sich gerade in einem exklusiven Kaufhaus, um Henrys Schuluniform für Gollands zu kaufen Sie hatten bereits vier Paar dunkelblaue Hosen, sechs weiße Hemden, zwei gestreifte Schlipse und eine Mütze, in die das Motto von Gollands eingestickt war Das Motto war lateinisch und normalerweise hätte Henry wissen wollen, was es bedeutete, Aber jetzt interessiert es ihn nicht, selbst wenn es gelautet hätte, geht hin und erschlagt alle Menschen mit einer Axt, es wäre ihm gleichgültig gewesen Nach der Lunchbox kamen das Halstuch, der Bläser und die Socken Als alles bezahlt war, beschloss Albina, noch eine Runde durch das Kaufhaus zu drehen Obwohl sie kein Hochzeitskleid brauchte, ging sie mit Henry durch die Brautmodenabteilung Sie hatte auch genug Nachthemden, aber Henry musste mit ihr in die Wäscheabteilung Danach schaute sie sich Gartenzubehör wie Schubkarren und Gießkannen an Obwohl es das Dienstmädchen war, das den Kies sprengte In der Abteilung mit dem Schmuck kaufte sie sich ein Armband mit Diamanten und danach war sie so gut gelaunt, dass sie beschloss, mit Henry ins Restaurant des Kaufhauses zu gehen Das berühmt war für seine exotische Küche Henry hatte dort schon einmal gegessen und danach war ihm schlecht geworden Aber er folgte seiner Mutter und dem Kellner zu einem rosa gedeckten Tisch mit einer Vase voller stark duftender Lilien in der Mitte Die Kellner trugen Frack und lächelten unentwegt Eine Kapelle spielte einschmeichelnde Musik Ist das nicht nett hier? sagte Albina und vertiefte sich in die riesige Speisekarte Ich schlage vor, als Vorspeise nehmen wir Doch weiter kam sie nicht Drei Tische weiter tauchte Gerti gerade ihren Löffel in die Tomatensuppe Als ein Erdbeben losbrach Der Tottenhamterja, der eben noch so apathisch unter dem Tisch gelegen hatte, sprang hoch und riss so heftig an seiner Leine, dass Gertis Stuhl umkippte und sie zu Boden stürzte, gefolgt von dem Suppenteller Wobei sich die Tomatensuppe über ihre Bluse ergoss, und während sie noch schreiend auf dem Boden lag, war Flick schon auf und davon Dieser teilnahmslose kleine Hund, der kaum eine Pfote vor die andere hatte setzen können, schoß durch den Saal wie ein Pfeil, vorbei am ersten Tisch, wobei er einen Kellner umriss, der ein Tablett mit Gläsern trug, vorbei am zweiten Tisch, wo er einen Mann, der versuchte, ihn festzuhalten, rücklings auf den Boden warf, bis er schließlich in den dritten Tisch rauschte, wo ein Junge aufgesprungen war und dabei eine Vase mit Lilien auf den Boden fiel. Und einer Frau zwischen die Beine rollte, die gerade zur Toilette gehen wollte, der Oberkellner, der herbei eilte, um zu sehen, was los war, fand alle schreiend und schimpfend und von oben bis unten bekleckert, alle bis auf einen Jungen und einen kleinen Hund, die niemanden außer sich selbst wahrnahmen Es ist wirklich seltsam, sagte Albina zu ihrem Mann, als er am Abend nach Hause kam, sie mussten einen Wachmann holen, um diesen elenden Hund wegzuschaffen Die ganze Zeit hat er gejault und sich gewehrt, weil er zu Henry wollte, und trotzdem hat Henry den ganzen Heimweg über ganz ruhig im Taxi gesessen und keinen Ärger gemacht, also nicht geweint oder so Er scheint sich auch damit abgefunden zu haben, ins Internat zu kommen Er hat gefragt, ob er morgen bei Joel übernachten kann, um sich von ihm zu verabschieden Erinnerst du dich? Das war der Junge, mit dem er sich in seiner alten Schule angefreundet hatte Ein ziemlich gewöhnlicher Junge, aber ich hab's erlaubt Sieht so aus, als würde Henry endlich erwachsen Sagte Donald, es war genau richtig, dass wir hart geblieben sind Ich geh mal hoch und sage ihm Gute Nacht Als Donald in Henrys Zimmer kam, merkte er, dass Albina recht gehabt hatte Henry schien ruhig und gelassen zu sein Er erwähnte kaum, dass er Fleck im Restaurant begegnet war Sondern sagte nur, dass er sich auf die neue Schule freue und froh sei Seinem Freund Joel noch auf Wiedersehen sagen zu können Henry war in der Tat ruhig und gelassen, denn er hatte einen Entschluss gefasst Die Erwachsenen hatten alle gemeint, dass Fleck ihn längst vergessen hatte Nun, sie hatten sich geirrt und es kam ihm vor, als ob sie sich auch in anderen wirklich wichtigen Dingen irrten Henry hatte es satt, in der Welt der Erwachsenen zu leben Es war an der Zeit, sich seine eigene Welt zu schaffen, in der alles so war, wie es sein sollte, richtig und gerecht M.R. Kaka war außer sich vor Wut Fluchend und schimpfend stampfte er durch sein Büro Das Kaufhaus wollte Unsungen an Geld für den Schaden, den der Tottenhamter ja in seinem Restaurant angerichtet hatte Gerti Gorland wollte von ihm ihre mit Tomatensuppe bekleckerte Bluse ersetzt bekommen Die Geschäftsleute verlangten Hunderte von Pfund, um neue Anzüge zu kaufen, da ihre Alten ruiniert worden waren, als das Tablett des Kellners auf sie fiel Und die Dame, die auf dem Weg zur Toilette über die Vase gestolpert und gestürzt war, schickte ihre Arzt Rechnung Ich denke nicht im Traum dran, wütete M.R. Kaka Ich verklage jeden Ich werde diesen Gaunen nicht einen Penny zahlen Und was diesen verfluchten Köter betrifft, der muss ja völlig durchgedreht sein Wahrscheinlich in Zucht Das gibt's ja oft bei diesen Hunden mit langem Stammbaum Er ließ den Tierarzt holen Er sollte Fleck eine Beruhigungsspritze geben M.R. Kaka wusste noch nicht genau, was er mit dem Hund machen sollte Erst einmal wollte er mit M.R. S. Kaka ein nettes Wochenende in Brichton verbringen, um sich von dem Stress der letzten Tage zu erholen Kaila würde sich auch am Sonntag um die Hunde kümmern, wie immer Aber am Sonntagmorgen wachte Kaila mit Fieber, Hals und stechenden Kopfschmerzen auf Du hast Grippe, sagte ihre Mutter Du kannst auf keinen Fall arbeiten Ich muss aber, sagte Kailai Pippa kann das unmöglich allein schaffen Außerdem muss sie auch noch packen Am Montag sollte Pippa für eine Woche auf Klassenfahrt gehen Doch als Kailai versuchte, sich im Bett aufzurichten Fing alles an sich zu drehen und sie musste sich wieder hinlegen Und ob ich es allein schaffen kann, sagte Pippa störrisch Ich weiß genau, was zu tun ist Und du weißt das auch, es ist zu viel Wiederholte Kailai Doch da war Pippa schon halb aus der Tür Trotzdem, Kailai hatte Recht Obwohl sonntags keine Hunde verliehen wurden, war schrecklich viel zu tun Die Hunde verbrachten den Morgen im Freigehege Während die Räume sauber gemacht und die Käfige gescheuert wurden Die Wasserschüsseln mussten ausgespült und die Teppiche gesaugt werden Am Mittag kamen die Hunde zurück in ihre Käfige Dann wurden der Rasen gewässert Die Streu für die Schlafplätze gewechselt und das Futter vorbereitet Um 4 Uhr nachmittags war Pippa völlig erschöpft Sie musste nur noch die Hunde in Raum A aus den Käfigen holen Die Alarmanlage einschalten und sie konnte endlich nach Hause gehen Otto, Franzine, Honey und der kleine Pekingese saßen ruhig in ihren Käfigen Während Flick noch halb benommen nach der Spritze aller Vierer von sich gestrickt hatte Pippa hatte ihn in den Käfig tragen müssen und sie versperrte eine solche Wut Dass sie dem Erkaker, wenn er denn erschienen wäre, glatt erwürgt hätte Nur weil der kleine Hund liebevoll war und treu, hatte dieses Ungeheuer ihn bestraft Als sie sich zu Flicks Käfig hinunterbeugte, hörte Pippa ein Geräusch Es klang, als würde die Tür, die von der Straße hereinführte, von jemandem geöffnet Der sich bemühte, keinen Lärm zu machen Die Alarmanlage war noch nicht eingeschaltet Pippa wartete, bis sie das Geräusch noch einmal hörte Dann stürzte sie zur Tür happichtig, rief sie Der Junge, den sie überrascht hatte, war ungefähr in ihrem Alter Ein schlanker, blunder Junge, der einen Rucksack und eine Reisetasche bei sich hatte Pippa starrte ihn an Im gleichen Augenblick hatte man Flick im Schlaf leiser Wimmern Und plötzlich begriff Pippa du bist der Junge, bei dem Flick war, sagte sie Henry Stimmt sie sah ihn prüfend an bist du etwa gekommen, um ihn zu stehlen Henry zögerte, aber nicht lange ja Und du wirst mich nicht daran hindern, das habe ich auch gar nicht vor Aber hast du denn einen genauen Plan Henry nickte meine Eltern glauben, dass ich bei einem Schulfreund übernachte Aber ich nehme den Nachtzug in Richtung Schottische Grenze Man kann eine Fahrkarte für einen Hund kaufen Ich habe Geld Meine Großeltern leben an der Küste Sie werden uns aufnehmen Das weiß ich Gut, das klingt vernünftig Aber ich warne dich Du musst Flick erst einmal tragen Henry wurde blass Ist er verletzt das nicht? Aber der reizende MRKK hat ihm eine Spritze verpassen lassen Damit er Ruhe gibt Komm, wir müssen uns beeilen Ich habe sein Tuch Das nimmst du besser Gott sei Dank ist meine Schwester nicht hier Sie gehört zu denen, die niemals etwas Verbotenes tun würden So war ich auch mal, sagte Henry Er folgte ihr in Raum A und beugte sich über Flexkäfig Henry hatte nur Augen für ihn Aber die anderen Hunde stellten sich auf die Hinterbeine Zuerst zitternd vor Neugier und Aufregung Dann vor Verzweiflung Denn sie wussten, was geschehen würde Flexgeschichte würde ein Happy End haben Sein Herrchen war zurückgekommen, um ihn hier herauszuholen Fleck würde frei sein Otto war frei von Neid wie jeder Hund Aber sein ganzer Körper vibrierte vor Sehnsucht Franzine presste ihre Schnauze gegen die Gitterstäbe Und ihre dunklen Augen waren voll Kummer Der Pekinese grunzte vor Enttäuschung Henry, der seinen schlafenden Hund aus dem Käfig hob Bemerkte nichts davon Dafür aber Peppa Sie war mit diesen Hunden aufgewachsen und sie kannte sie mindestens so gut wie ihre eigenen Brüder Sag mir Bescheid Wenn du angekommen bist Sie kritzelte ihren Namen und ihre Telefonnummer auf ein Stück Papier Und Henry steckte es sich in die Hosentasche Danke, sagte er Das vergesse ich dir nie Nachdem Henry und Fleck fort waren Wurde es sehr still im ganzen Gebäude Höchste Zeit, die Hunde für die Nacht in das Freigehege zu lassen und die Alarmanlage einzuschalten Dachte Peppa Und höchste Zeit, nach Hause zu gehen Doch Peppa rührte sich nicht von der Stelle Sie schaute Otto an, der immer noch sinnsüchtig bebte Sah die Furcht in den Augen des Colliers Sie war der Gefängniswärter dieser armen Kreaturen Henry, den sie für reich und verweichlicht gehalten hatte Hatte seinen Hund befreit Und was tat sie? Sie verurteilte die Hunde zur Gefangenschaft Dazu, wie Spielzeug herumzusitzen Tag für Tag, bis jemand kam, der sie für kurze Zeit mitnahm Die Hunde erwarteten nichts Sie schauten Peppa nur an Dann stieß Otto einen leisen Klagelaut aus Und plötzlich sah Peppa rot Sie ging zu den Käfigen und schloss die Türen auf Dann öffnete sie die Tür zu Kailais Büro und schließlich die Die auf die Straße führte ihr seid frei Sagte sie zu den Hunden Und die Hunde verstanden sie Otto blieb einen Moment stehen Um ihr die Hand zu lecken Henry rieb ihren Kopf an Peppas Rock Als ob sie Danke sagen wollte Und dann waren sie fort Nur Queen Tilly war in ihrem Käfig geblieben Obwohl die Tür aufstand Kurzer Zeit später begann sie sich zu beklagen Weil ihre Wärmflasche kalt war Aber es war niemand da, der sie hören konnte Weit und breit niemand Zehnter Kapitel Da waren's plötzlich fünf Henry's Arme waren lahm geworden Er hatte nicht damit gerechnet Seinen Hund bis zum Bahnhof Kings Cross tragen zu müssen Er hatte einen Stadtplan gekauft Und sich die Strecke von Render Dock bis zum Bahnhof genau eingeprägt Eigentlich hätte es zu Fuß nicht länger als eine Stunde dauern dürfen Aber da war er noch davon ausgegangen Dass Fleck neben ihm herlaufen würde Zuerst hatte der Hund nur lieblos in Henry's Armen gelegen Doch nun fing er an sich zu rühren Sein Hinterbein zuckte einmal und noch einmal Henry bog in einen kleinen Park ein und setzte sich auf den Rand eines Brunnens Es dämmerte bereits und die Besucher machten sich auf den Weg nach Hause Bald schon würden auf der Straße die Laternen angehen Die Panik, die Henry beim Anblick des wie tot daliegenden Hundes überfallen hatte War verflogen Pippa hatte ihm versichert Dass Fleck sich wieder erholen würde Und das Mädchen schien sich gut mit Hunden auszukennen Henry nahm Fleck auf den Schoß und streichelte langsam Aber beständig über seinen Rücken Bitte, wacht auf Flehte er den Hund an Bitte und es funktionierte Die Wirkung der Spritze ließ nach Fleck drehte sich um und öffnete seine Augen Dann sah er Henry an Schaute mit seinen ungleichen Augen Dem dunklen rechten und dem goldgefleckten linken Schaute und versuchte zu begreifen, was er da sah Er stieß ein leises Winseln aus und noch eins Um mit dem Schwanz zu weteln, war er noch zu schwach Doch als er begriff, dass es kein Traum war, dass er wirklich da war, wo er sein wollte, da fing er an, hingebungsvoll Henrys Handgelenk zu lecken Genau und gründlich Das gleiche machte er mit dem anderen Handgelenk Nicht ein Stückchen Haut ließ er aus Erst als er sicher sein konnte, dass alles sauber war, bewegte er seinen Schwanz hin und her Zuerst langsam, dann schneller und immer schneller, und aus seiner Kehle stieg begeistertes Bellen Und die ganze Zeit hielt Henry ihn fest und sagte, dass er ihn niemals verlassen würde Niemals ich schwöre es Fleck, sagte Henry zu seinem Hund Niemand kann uns trennen, hörst du Fleck hatte ihn Er seufzte zufrieden und legte seinen Kopf an Henrys Brust und schlief beruhigt wieder ein Nachdem Pippa sie freigelassen hatte, liefen die vier Hunde erst einmal los Sie rannten die Straße hinunter, die von Rensadok wegführte, spürten die Kraft in ihren Flanken und den Wind in ihrem Fell Obwohl ich so viel kleiner war als die anderen, schaffte er es, mit seinem krummen Beinchen Schritt zu halten Sie waren frei Niemand zerrte an ihren Leinen, schrie ihnen Befehle zu Riss sie fort von dem, was sie gerade sehen oder riechen oder fressen wollten Wie oft hatten sie davon geträumt, so laufen zu können Ihre Glieder hatten im Schlaf gezuckt und dann waren sie aufgewacht, nur um sich im Käfig wiederzufinden Nachdem sie an vielen Geschäften vorbeigelaufen waren, erreichten sie eine Reihe von Häusern mit kleinen Vorgärten Eine der Gartentüren stand offen Der Rasen war ungepflegt In den Beeten wucherte das Unkraut Genau das Richtige für sie Franzine war die Erste, die sich hin und her rollte Es folgten Hanni und Otto und schließlich Liché Die Hunde wälzten sich im Dreck und rieben ihre Bäuche an dem kratzigen Gras Sie wühlten mit ihrem Maul in der feuchten Erde Ab und zu hielten sie hechelnd inne und sahen sich an, als wollten sie sagen Endlich denn es funktionierte Langsam verschwand der ekelhafte Parfümgestank und wurde ersetzt durch den herrlichen Geruch nach Erde und Gras, feuchten Blättern und fauligem Kompost Sie schnüffelten aneinander, um sicher zu gehen, dass sie wieder so rochen, wie es sich gehörte, nach Hund Doch dann öffnete sich die Haustür und jemand schrie, raus aus meinem Garten Verschwindet die Hunde sahen den Mann an Sie hätten ihm gern für die Benutzung seines Gartens gedankt Aber darauf schien er keinen Wert zu legen und so trotteten sie zurück auf die Straße Nun, da sie die scheußlichen, klebrigen Parfüms los waren, unter denen sie so gelitten hatten Konnten sie die Gerüche, die ihnen bei jedem Schritt begegneten, erst richtig genießen Gewürze aus einer Kebabbude Taubendreck auf der Straße Ein alter Schuh in einem Galli Staub und der saure Geruch von verschütteter Milch in einem Hausflur Eine tote Maus im Rinnstein Ganz zu schweigen von den aufregenden Düften, die einen Laternenpfahl umwegten Plötzlich blieb Otto stehen, weil er etwas entdeckt hatte Zwischen all den Gerüchen von menschlichen Füssen, Hunden und Katzen, die vorbeigelaufen waren hatte Otto einen Geruch aufgespürt, den er wiedererkannte Er gehörte dem Jungen, der gerade bei Renta-Doc gewesen war, um seinen Hund mitzunehmen Nun, als sie die Nasen zusammensteckten, konnten sie auch den Hund riechen Es war Fleck, der kleine weiße Mischling, der ihr Freund geworden war Nun gab es kein Halten mehr Die Nasen auf die Erde gepresst Mit steil aufgerichteten Schwänzen, liefen sie die Straße hinunter Über einen Zebrastreifen und in einen kleinen Park Alle waren glücklich, alle außer Henry Fleck hatte seine Freunde schwanzwidellend und mit freudigem Bellen begrüßt Und die anderen vier Hunde waren froh, den kleinen Teier wiederzusehen Obwohl das freie Herumstreifen in der Stadt sehr interessant gewesen war, war es doch beruhigend Ein bekanntes menschliches Wesen gefunden zu haben Vertrauensvoll ließen sie sich zu Henrys Füssen nieder und warteten auf seine Befehle Nur Liché, der von dem ungewohnten Herumlaufen sehr erschöpft war, schloss die Augen und machte ein kleines Nickarchen Henry jedoch war verzweifelt Er hatte seinen Augen nicht trauen wollen, als die Hunde aus Hentadoc im Park auf ihn zugestürzt waren Was sollte er jetzt bloß tun? Die Hunde mussten weggelaufen sein Nachdem Pippa den Laden verlassen hatte Was bedeutete, dass sie großen Ärger bekommen würde Aber er hatte jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken Genauso wenig konnte er die Hunde wieder zurückbringen Das Risiko, dass irgendjemand dort wäre und ihm Flick wieder wegnehmen würde, war zu groß Geht nach Hause, sagte Henry und versuchte, bestimmt zu klingen Nun macht schon Geht nach Hause Er wedelte mit den Armen in Richtung Straße Die Hunde sahen ihn nur an Ottos Ohren zuckten Franzine blinzelte Menschen machten manchmal komische Bemerkungen Man nahm besser keine Notiz davon Was meinte er mit zu Hause? Ganz sicher nicht den Ort, dem sie gerade entkommen waren Keiner von ihnen rührte sich Und warum sollten sie auch? Dachte Henry Was für ein Zuhause war denn Hentadoc für einen Hund? Aber er musste mit Flick zum Bahnhof Kings Cross Der letzte Zug fuhr um halb zehn Den durfte er auf keinen Fall verpassen Wenn er sich einfach mit Flick auf den Weg machte Würden die vier vielleicht von allein zurücklaufen Henry setzte Flick auf den Boden und nahm ihn an die Leine Es war ein schreckliches Gefühl Die anderen Hunde sich selbst zu überlassen Aber er musste Flick in Sicherheit bringen Bevor jemand merkte, dass er nicht mehr da war Er machte sich auf den Weg zum Parktor Flick konnte nun einigermaßen laufen Ab und zu schwankte er noch ein bisschen Wenige Schritte hinter ihnen folgten ruhig und selbstverständlich Otto, Franzine, Honey und Liche Ein Mann mit einer Flasche in der Hand Torgelte auf sie zu und Ottos Nackenhaare stellten sich auf Er ließ ein tiefes Kollen hören und der Betrunkene machte schnell kehrt Otto begleitete Henry und Flick nicht nur Er bewachte sie auch Henry lief seinen Plan folgend durch die Straßen Londons Und jedes Mal, wenn er stehen blieb und rief Geht nach Hause, geht zurück Flick sahen die Hunde ihn nur an und warteten darauf, dass er weiter ging Sie benahmen sich vorbildlich, hielten am Zebrastreifen und ließen sich unterwegs auch nicht von fremden Hunden ablenken Flicks Schwanz war stolz erhoben, denn er genoss es nicht nur, wieder mit seinem Herrchen vereint zu sein, sondern auch die Gesellschaft seiner Freunde Schließlich erreichten sie Kings Cross Flick war überwältigt von der Masse an Menschen und Henry nahm ihn auf den Arm Als er sich einen Weg zum Ticketschalter bahnte Bitte geht nach Hause, sagte er ein letztes Mal zu den vier Hunden Doch die hefteten sich nur enger an seine Fersen Denn die Gerüche und Geräusche auf dem Bahnhof gefielen ihnen überhaupt nicht Irgendjemand hatte sich übergeben Eine Gruppe von Menschen in lächerlichen Hüten grülte herum und sang alberne Lieder Henry war verzweifelt Er trug Flick zu der Warteschlange vor dem Fahrkartenschalter und gut erzogen Wie sie waren, reiten sich die vier Hunde ebenfalls in die Schlange ein Selbst wenn Henry genug Geld gehabt hätte, um auch für die vier Flüchtlinge Fahrkarten zu kaufen Es hätte nichts genutzt Die Bestimmungen sahen vor, dass jeder Passagier nur einen Hund mit sich führen dürfte Bitte, fragte der Mann hinter dem Schalter ungeduldig einmal einfach nach Berwick für mich und meinen Hund sagte Henry und legte das Geld auf den Tresen Er nahm die beiden Fahrkarten und ging zum Gleis Siebten um diese Zeit fuhren nicht mehr viele Züge Er ging den fast leeren Bahnsteig entlang und die Hunde folgten ihm vertrauensvoll Henry wusste, was er zu tun hatte Er würde in den Zug steigen und schnell die Tür schließen und dann, da war er sicher, würden die anderen Hunde schon weggehen Wenn er am nächsten Morgen in Berwick angekommen war, würde er Pippa anrufen, damit sie nach den Hunden suchen konnte In der Nacht würde ihnen schon nichts Schlimmes zustoßen Henry hupt Fleck in den Wagen und setzte ihn auf dem Boden ab Dann stieg er ebenfalls ein und drehte sich noch einmal um, um die Tür zu schließen Die vier Hunde saßen immer noch auf dem Bahnsteig und sahen erwartungsvoll zu ihm hoch Doch er ließ sich von ihren Blicken nicht erweichen Dann komm, Fleck, sagte er und ging zu seinem Platz Der 9.30 Uhr Zug nach Berwick und Edinburgh ist nun bereit zur Abfahrt Bitte einsteigen, ertönte eine Lautsprecherstimme Türen wurden zugeschlagen Der Schaffner blies in seine Pfeife und der Zug setzte sich in Bewegung Das Telefon läutete um 6 Uhr morgens und Pippa lief in den Flur und griff nach dem Hörer Das war bestimmt Alison, mit der sie sich treffen wollte, um gemeinsam zur Schule zu gehen Sie sollten sich alle dort versammeln, um auf den Bus zu warten, der sie in ein Feriencamp im New Forest bringen sollte Doch es war nicht Alison spreche ich mit Pippa, sagte eine schwache Stimme Ja, wer ist denn da? Ich bin's, Henry, du meine Güte, bist du etwa schon bei deinen Großeltern? Nein, bin ich nicht Henrys Stimme klang angespannt und beunruhigt Ich bin immer noch hier in London Es ist etwas Schreckliches passiert Die Hunde, die mit Fleck in dem Raum waren, sind ausgebüxt Sie haben mich und Fleck aufgespürt und wollten nicht mehr weg Ich war schon im Zug und der sollte auch gleich abfahren Aber die vier saßen immer noch auf dem Bahnsteig und haben so traurig geguckt und gewartet Sie haben geglaubt, ich nehme sie mit Ich hab versucht, nicht auf sie zu achten, aber das ging nicht Also bin ich wieder ausgestiegen und hab die Nacht in einem eiskalten Schuppen auf einer Baustelle verbracht Es war furchtbar Die Baustelle wurde von einem Rottweiler bewacht Aber Otto hat es geschafft, dass er uns reingelassen hat Du musst sofort kommen und die Hunde wieder zurückbringen Pippa Du musst in Pippas Kopf drehte sich Alles wo bist du denn genau? Ich bin am Mordland Square Da ist so eine kleine Grünfläche mit einem Kriegerdenkmal Ich kann hier noch ein wenig bleiben Aber die Leute gucken schon so komisch In Ordnung Ich weiß, wo das ist Bleib einfach da Rüh dich nicht von der Stelle Und wenn jemand fragt, dann sagst du einfach Du führst die Hunde nur aus und wartest auf die Besitzer Pippa legte den Hörer auf Keiler schlief noch Sie hatte auch nicht mitbekommen Als Pippa abends zurückgekommen war Pippas Rucksack war fertig gepackt Sie musste nur noch ihre Zahnbürste hineintun und die Sandwichs, die ihre Mutter am Abend vorher für sie geschmiert hatte Pippa schlich sich in die Küche und nahm die Sandwichs, dazu ein paar kalte Würstchen und einen halben Leibbrot Dann lief sie schnell ins Wohnzimmer und setzte sich an den Computer Sie tippte eine Entschuldigung für ihren Lehrer In der stand, sie hätte Grippe und könne leider nicht mit auf Klassenfahrt gehen Sie druckte sie aus und unterschrieb mit dem Namen ihrer Mutter Ihre Unterschrift war leicht zu kopieren Hat da nicht eben das Telefon geklingelt Sagte im RSO Brian verschlafen Als Pippa ins Schlafzimmer kam Um ihr auf Wiedersehen zu sagen Stimmt Das war nur Alison Um zu sagen, dass wir uns eine halbe Stunde früher treffen Ich muss los Sie umarmte ihre Mutter und verließ das Haus Als sie bei Alison angekommen war Warf sie schnell die Entschuldigung ein und lief zur Bushaltestelle Es tat ihr leid, dass sie nun nicht an der Klassenfahrt teilnehmen konnte Aber Henry würde bestimmt irgendwelche Dummheiten anstellen, wenn sie sich nicht drum kümmerte Henry sah durchgefroren und müde aus Auf seiner Wanne klebte Schmutz Den Hunden hingegen schien es bestens zu gehen Sie begrüßten Pippa entzückt und ihre Schwänze drehten sich dabei wie Windmühlenflügel Franzine hielt Pippa ihre Pfote hin und Harry rieb ihre Schnauze an ihrem Bein Pippa öffnete den Rucksack Wir sollten erst einmal was essen Sagte sie Kalte Würstchen sind eigentlich nicht gut für Hunde Aber ich hab nichts Besseres gefunden Die Würstchen hätten gar nicht besser sein können Die fünf Hunde verschlangen sie mit einem Haps Pippa und Henry teilten sich die Sandwiches Henry fühlte sich langsam besser Die Nacht auf dem schmutzigen Boden in dem Bauschuppen hatte ihn ziemlich mitgenommen Wir besorgen uns gleich was Heißes zu trinken Schlug Pippa vor Aber zuerst sollte ich dir wohl lieber sagen Was wirklich mit den Hunden passiert ist Die sind nämlich nicht abgehauen Ich hab sie freigelassen Mit Absicht Henry starrte das Mädchen fassungslos an Plötzlich konnte ich es einfach nicht mehr ertragen Wie sie da in ihren Käfigen hockten Während Flick doch frei war Erzählte sie weiter Ich hab nicht weiter drüber nachgedacht War natürlich total blöd Schließlich hätte ihnen ja sonst was passieren können Ist es aber nicht Sie haben dich gefunden Also ist alles in Ordnung Nichts ist in Ordnung Rief Henry in Panik Ich muss weg Vielleicht kann ich meine Fahrkarte noch umtauschen Aber die Hunde kann ich nicht mitnehmen Du musst sie wieder zurückbringen Ich denke gar nicht dran Sagte Pippa bestimmt und schloss ihren Rucksack Das kannst du vergessen Flick saß wieder auf Henrys Schoß Und Henry hielt ihn fest Umschlungen In ein paar Stunden bekommen meine Eltern raus Dass ich weggelaufen bin Und dann geht's los Aber eins sage ich dir Wenn sie mir Flick wegnehmen Bringe ich sie um Aber wer will schon seine Eltern umbringen Denk nicht an deine Eltern Sagte Pippa Was ist mit deinen Großeltern? Zu den wolltest du doch Wie sind die so? Versuch mal Sie zu beschreiben Henry suchte nach den passenden Worten Sie sind sehr nett und Ruhig Aber man darf sie auch nicht unterschätzen Sie sind wie Es klingt vielleicht albern Aber sie sind wie Bäume oder Erde Dinge Die einfach da sind Und über die man nicht nachdenkt Die man aber schrecklich vermissen würde Wenn sie weg wären Und du bist ganz sicher Dass sie dich aufnehmen Dich und Flick Ja Sie haben immer gemeint Dass ich einen Hund haben sollte Sie leben an der Küste in Nordumberland Und haben da ein Haus Sie werden uns bestimmt nicht zurückschicken Da bin ich ganz sicher Pippa fummelte an der Schnur ihres Rucksacks herum Otto hatte sich neben sie gesetzt Und den Kopf auf ihre Schulter gelegt Und was ist mit den anderen? Sie zeigte auf die vier Hunde Die einträchtig um sie herum saßen Würden sie die auch aufnehmen? Das war eine schwere Frage Ich weiß es nicht Sagte Henry Nach einer Weile Sie wohnen in einem kleinen Fischerhaus Und meine Eltern sagen immer Wie arm sie sind Aber ich kann mir nicht vorstellen Dass sie die Hunde zur Renta Doch zurückschicken würden Wenn sie wüssten Wie es dazu geht Ich weiß es wirklich nicht Aber ich glaube nicht Dass sie das täten Damit wäre das geklärt Sagte Pippa Wir kommen mit Wir fahren alle nach Nordumberland Henry starrte sie an Aber wie? Ich hab fast kein Geld mehr Und wir können unmöglich Alle fünf Hunde in der Bahn mitnehmen Dann fahren wir eben nicht mit der Bahn Wir gehen zu Fuß Und fahren per Anhalter Irgendjemand wird uns schon mitnehmen Wirst sehen Pippa richtete sich auf Sobald die Läden aufmachen Besorgen wir uns eine Landkarte Aber so schwer kann es auch nicht sein Eins ist schon mal sicher Nordumberland ist irgendwo im Norden Elfter Kapitel Wo ist Henry? Albina saß neben dem Telefon Sie war weiß wie die Wand Und stieß immer wieder kleine Klagelaute aus Neben ihr saß Gloria Um ans Telefon zu gehen Für den Fall Dass Albina zur Toilette musste Geraldine bediente inzwischen in der Küche die Kaffeemaschine Die Phantoms warteten auf eine Nachricht des Kidnappers Der Henry entführt hatte Jeden Augenblick konnte das Telefon klingeln Und jemand würde ein aberwitzig hohes Lösegeld fordern Sie würden zahlen und Henry käme frei Donald hatte bereits tausende von Pfundbar von der Bank holen lassen Die Banknoten befanden sich in einer Tasche neben der Eingangstür Bewacht von Glenda So dass man jederzeit damit losfahren und das Geld an den Ort bringen konnte Den der Kidnapper ihnen nennen würde Wenn sie nur bereit waren Genug zu zahlen Musste Henry zu ihnen zurückkommen Das sagten sie sich immer wieder vor Wenn nur genügend Geld da war Würde alles wieder in Ordnung kommen Selbst in ihrem Kummer und ihrer Sorge um Henry ließen die Phantoms nicht von ihrem Glauben ab Das Geld die Lösung für alle Probleme war Vor drei Stunden hatte Albina Jules Eltern angerufen und darum gebeten Dass sie Henry nach Hause schickten Und zu hören bekommen Dass Henry gar nicht bei ihnen gewesen war Albinas Entsetzensschrei hatte Donald herbeigerufen Und eine halbe Stunde später war bereits die Polizei eingetroffen Die Polizisten hatten das ganze Haus durchsucht In Henrys Zimmer herumgewühlt Fotos gemacht und Sachen aus dem Badezimmer mitgenommen Um die DNA festzustellen Und sie hatten Fragen gestellt Unangenehme Fragen ist etwas vorgefallen Worüber sich ihr Sohn aufgeregt hat Wollten die Polizisten wissen Irgendetwas Das ihn veranlasst haben könnte Weg zu laufen Trotz ihres Kummers waren die Phantoms sehr ärgerlich geworden Natürlich nicht Hatte Albina erwidert Henry hat bei uns alles Das ein Junge sich nur wünschen kann Sie sagten Dass er auf ein Internat kommen sollte Vielleicht hatte er ja Angst davor Nein Auf keinen Fall Da waren sich Henrys Eltern sicher Er hatte erst gestern gesagt Wie sehr er sich darauf freut Und sehen sie selbst Albina zeigte auf den Stapelspielsachen In Henrys Zimmer Er hat wirklich alles Warum sollte er weglaufen Ich sag ihnen doch Der Junge ist entführt worden Rief Donald Jeder weiß Dass wir wohlhabend sind Sie müssen in diese Richtung ermitteln Wir sind bereit Jede Summe zu zahlen Nach oben gibt es keine Grenze Doch die Polizei bestand darauf Ihre Routineuntersuchung durchzuführen Und alle Leute zu befragen Mit denen Henry Zutun gehabt hatte Jules Eltern Henrys Schulkameraden Nachbarn gibt es Hausangestellter hier Fragte der Kommissar Wir hatten ein Mädchen Eine Ausländerin Aber die weiß bestimmt nichts Es sei denn Sie steckt mit den Kidnappern unter einer Decke Sie war ziemlich unverschämt Ein Polizist notierte sich in aller Ruhe Olgas Adresse Donald geriet außer sich vor Wut So tun sie doch was Sie müssen doch wissen Wie man einen Entführer aufspürt Wahrscheinlich handelt es sich um eine Gang Womöglich schneiden sie Henry noch das Ohr ab Donald drehte sich weg All die scheußlichen Dinge Die im Fernsehen gezeigt wurden Standen vor seinen Augen Für jeden Hinweis Biete ich eine Belohnung von 100.000 Pfund Fuhr er fort Machen sie das überall bekannt Warten sie damit bitte Sir Wir wollen doch nicht Dass hier alle möglichen Leute Mit irgendwelchen armen Märchen auftauchen Nicht bevor wir unsere Untersuchung abgeschlossen haben Endlich gingen die Polizisten und ließen Donald wütend und verzweifelt zurück Das ist doch alles sinnlos Die finden Henry nie Ich werde einen Privatdetektiv engagieren Machen sie hatte einen Als seine Frau ihre Juwelen verlor Er meinte Der Mann sei sehr professionell gewesen Kostet zwar ein Vermögen Aber das ist gut so Ich will den Besten Und den bekommt man nicht für lau Donald fing sofort an Privatdetektiv ausfindig zu machen Und die arme Albinasas Weiter schluchzend am Telefon Und wartete auf eine Nachricht der Entführer Während Gloria Glenda und Geraldine Kaffee kochten Und ihr frische Taschentücher brachten Doch die Stunden verranen Und niemand meldete sich Das erste Das Kylie hörte Als sie die Straße hinunter Zu Rentadog lief War das Schreien von Queen Tilly Oh Gott Was ist passiert? Rief Kylie und rannte los Sie war immer noch krank Und hätte nicht zur Arbeit gehen dürfen Ihre Mutter hatte versucht Sie zurückzuhalten Ohne Erfolg Schließlich gab es niemanden sonst Der sich um die Hunde gekümmert hatte Der Nebeneingang Der in ihre Kammer führte War nicht verschlossen Die Alarmanlage ausgeschaltet Kailais Herz schlug schneller Was machte Queen Tilly in ihrem Käfig Wo sie doch mit den anderen im Freigehege Auf der Rückseite des Gebäudes schlafen sollte Und warum waren die anderen Käfige offen? Bei Kailais Angegaulte Queen Tilly noch lauter Ihre Wärmflasche war nun seit Stunden kalt Und ihr Rücken juckte Queen Tilly kratzte sich nie selbst Sie wartete, bis jemand kam und es tat Aber heute sagte Kailai, die sonst immer freundlich war Nur, sei endlich still Um Himmels Willen und lief hinaus ins Freigehege Was war mit den anderen Hunden aus Rauma passiert? Wo waren Otto und Franzine? Liché und Hörny? Und wo war Fleck? Sie brauchte nicht lange, um zu begreifen Dass die fünf Hunde nicht mehr da waren Sie durchsuchte jede Ecke und jeden Winkel des ganzen Hauses Priff und rief, aber keine Spur von ihnen Eine Stunde später saßen MR und MRS Kaka in ihrem Büro Und schauten sowohl die herbeigerufenen Polizisten Wie auch Kailai Finster an Das ist eine Tragödie Ein Verbrechen, sagte MR Kaka Fünf meiner wertvollsten Hunde wurden gestohlen Wofür zahle ich überhaupt Steuern? Wenn die Polizei so etwas nicht verhindert? Können Sie mir das sagen? Kailai saß da und zerknüllte ihr Taschentuch Sie hatte die ganze Zeit geweint und schien am Ende ihrer Kräfte Der Jüngere der Polizisten warf ihr einen Blick zu und schüttelte besorgt den Kopf Kailai hatte alle Fragen so wahrheitsgemäß beantwortet, wie sie nur konnte Aber sie hatte nicht alles gesagt Es war offensichtlich, dass Pippa vergessen hatte, die Alarmanlage einzuschalten und die Diebe deswegen hereinkommen und die Hunde hatten stehlen können Aber sie wollte Pippa nicht verraten Ihre Schwester war viel zu jung Um in so etwas hineingezogen zu werden Ich muss es vergessen haben, sagte sie Als man sie nach der Alarmanlage fragte Ich hab mich nicht gut gefühlt Die Polizisten sahen, dass das stimmte Das Mädchen hätte gar nicht erst arbeiten dürfen Aber MRKK beeilte sich zu erzählen, wie wertvoll die Hunde gewesen seien Der Bernhardiner ist in der Schweiz extra für mich gezüchtet worden Locker er ist mindestens 3000 Pfund wert Und der Bude hat in Paris in sämtlichen Hundeschauen den ersten Preis gemacht Man hat mir ein Vermögen für ihn geboten Jeder der fünf Hunde ist unbezahlbar Einer ist sogar eine exklusive Neuzüchtung Ein Tottenhamteria Die Leute haben mir die Bude eingerannt und wollten ihn kaufen Aber ich habe immer abgelehnt Der Polizist, der MR Kakers Aussage notierte Schaute hoch und was ist mit dem haarlosen kleinen Kleffer Dem mexikanischen Nackthund Er war im gleichen Raum wie die anderen Ist der nichts wert? Aber ja doch, sagte MR Kaker Das ist der wertvollste von allen Hunden Ich frage mich, warum die Diebe den dann nicht mitgenommen haben, sagte der Inspektor Und der junge Polizist, der mit Queen Tilly bereits unangenehm Bekanntschaft gemacht hatte, grinste und sagte leise, kann mir schon denken, warum nicht, in den nächsten Stunden fanden die üblichen Untersuchungen statt Fungerabdrücke wurden genommen, Pfotenspuren markiert, Zeugen befragt Wir halten sie auf dem laufenden, Sir, sagte der ältere Polizist zu MR Kaker und wir könnten die junge Dame hier nach Hause bringen Es geht ihr offensichtlich nicht gut Oh, nein, 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 wehrte Kailai ab Ich habe noch viel zu tun, doch als die Polizisten gegangen waren, sagte MR SKK zu ihr Ich befürchte, du wirst wegen dieser Sache deinen Job verlieren Wir können niemandem, der so verantwortungslos ist wie du Unsere wertvollen Hunde anvertrauen Kailai traten Tränen in die Augen Sie konnte sich ein Leben ohne die Hunde nicht vorstellen MR Kaker warf seiner Frau einen warnenden Blick zu Für so wenig Geld würde niemand außer Kailai die Arbeit machen wollen Und die gestohlenen Hunde waren hochversichert Er würde keinen Pennyverlust machen und das war das einzige Das zählte du kannst bleiben Bis wir jemanden gefunden haben, der deinen Platz einnimmt, sagte er zu Kailai Also arbeitete sie weiter, obwohl sie krank war Obwohl ihr beim Gedanken an die fünf Hunde fast das Herz brach Und obwohl sie sich schreckliche Sorgen umpippbar machte Die in fürchterliche Schwierigkeiten geraten würde, wenn die Wahrheit herauskam Als dieser grauenvolle Tag sich dem Ende zuneigte Beschloss Donald Fenton, seinen Vater und seine Mutter in Nordtumberland anzurufen Schließlich waren sie Henrys Großeltern Sie hatten ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihm geschehen war Alec und Mani lagen schon im Bett, als das Telefon klingelte Aber Alec tappte nach unten, stieg über Mac, die Labrador-Hündin Und nahm den Hörer ab Er hasste das Telefon und ein Anruf später abends bedeutete nie etwas Gutes Aber mit so etwas Schrecklichem hatte er nicht gerechnet Henry ist entführt worden Wiederholte er und schnappte nach Luft Denn alles um ihn herum fing sich an zu drehen Donald berichtete ihm Was geschehen war Die Polizei glaubt, dass er weggelaufen ist Aber das ist natürlich kompletter Unsinn Ich setze jetzt einen Detektiv auf die Sache an Er soll sehr gut sein Muss er auch bei dem Preis Wie geht es Albina schlecht? Natürlich Sie weigert sich, ins Bett zu gehen Sitzt die ganze Zeit am Telefon Die Ärmste Bitte sag uns sofort Bescheid Sobald du etwas hörst Ja natürlich Donald wollte gerade aufliegen Als sein Vater fragte Wo war denn der Hund? Als Henry verschwunden ist Welcher Hund fleck? Henry hat uns geschrieben, dass er einen Hund hat Nein, nein Das mit dem Hund ist längst vorbei Wir haben den Hund zurückgebracht Er war nur ausgeliehen Henry hat zuerst einen ziemlichen Aufstand gemacht Aber dann hat er ihn schnell vergessen Er hat nur noch ans Internat gedacht und sich darauf gefreut Langsam ging Alec die Treppe hoch Er hatte beschlossen, Marnie nichts zu sagen Aber es war ihm noch nie gelungen Vor seiner Frau etwas zu verbergen Was ist passiert? Fragte sie Sag's schon Ich weiß, dass es etwas Schlimmes ist Alec erzählt es Ihr Donald ist ganz sicher Dass der Junge entführt wurde Aber das glaube ich nicht Sie saßen zusammen im Bett Dicht beieinander Und versuchten zu ertragen Was eigentlich unerträglich war Henry befand sich in Gefahr Was genau hat Donald gesagt? Wollte Marnie wissen Sie hörte genau zu Als Alec das Gespräch mit seinem Sohn Wort für Wort wiederholte Eins stimmt auf jeden Fall schon mal nicht Sagte Marnie Niemals hätte Henry den kleinen Hund vergessen Genau das glaube ich auch Sagte Alec Nach einer Weile gaben sie den Versuch Wieder einzuschlafen Auf und gingen hinunter Um sich einen Tee zu kochen Sie saßen da Während es allmählich heller wurde Und dachten an den Jungen Den sie so selten sahen Und doch so lieb hatten Und die alte Meck lag mit dem Kopf Auf Altsch Füssen Und wachte ebenfalls Zwölfter Kapitel Die Hundehochzeit Die Kinder waren nun schon seit Stunden unterwegs Und es schien Als würde London niemals enden Sie waren immer noch nicht An einer Überlandstraße angelangt Auf der LKWS fuhren Die möglicherweise anhalten Und sie mitnehmen würden Henry hatte praktisch nicht geschlafen Und nur wenig gegessen Er war am Ende seiner Kräfte Und sogar Pippa fragte sich Ob sie nicht besser aufgeben sollten Endlich kamen sie an eine große Tankstelle Mit angeschlossenem Restaurant Der Platz davor war komplett zugestellt Mit Lastwagen Anhängern und Wohnmobilen Die anscheinend zusammengehörten Vor einem Springbrunnen stand eine Bank Die Kinder ließen sich erschöpft darauf nieder Und die Hunde begannen zu trinken Aus den LKWS und Wohnwagen drangen merkwürdige Laute Das Stampfen von Hufen Das Krächzen eines Papageis Fetzen von Musik Auf einem der Wohnwagen war das lachende Gesicht eines Clowns abgebildet Auf anderen bunte Kreise Darunter standen die Namen von Städten wie Totcaster, Berwick, Aberdeen und darüber in großen Buchstaben Charlies Zirkus Zwischen den Wohnwagen liefen fröhlich gekleidete Menschen und Mechaniker in ölverschmierten Overalls herum Eine Frau mit rotem Umhängetuch trug ein Baby auf dem Arm Nun ertönte eine Art Brummen und alle verschwanden in ihren Wohnwagen oder Anhängern Es schien, als mache sich der Zirkus bereit zur Weiterfahrt Genau in diesem Augenblick bemerkten die Kinder zu ihrem Entsetzen, dass Franzine nicht mehr da war Die ganze Zeit über waren die Hunde zusammengeblieben Pippa und Henry hatten nie nach ihnen suchen müssen Und nun blieb der Pudel trotz lauten Rufens und Suchens einfach verschwunden Finde sie, sagte Pippa zu den anderen Hunden Komm schon, Otto, du bist ein Rettungshund Finde Franzine Die Hunde senkten die Köpfe Bei all den unterschiedlichen Gerüchen war es gar nicht so leicht, Franzines Spur aufzunehmen Ganz zu schweigen von den Benzinschwaden, die von der Tankstelle her überwehten Plötzlich lief Otto zu einem Wohnwagen am Ende der Wagenreihe und um ihn herum Die Kinder folgten ihm und blieben wie angewurzelt stehen Zuerst hielten sie das, was sie da sahen, für eine optische Täuschung Denn auf dem mit Gras bewachsenen Randstreifen befanden sich nicht einer, sondern zwei schwarze Pudel Der zweite war genauso geschoren wie Franzine und hätte ihr Zwilling sein können Doch als die Kinder genauer hinschauten, erkannten sie, dass der vermeintliche Doppelgänger größer und ein Männchen war Aber das allein war es nicht, dass Pippa und Henry mit offenem Mund das den ließ, sondern das, was die Hunde taten Sie tanzten Dabei tappten sie nicht etwa auf den Hinterbeinen herum, wie manche Hundes tun Nein, sie bewegten sich anmutig zu den Klängen eines Akkordeons, das ein großer Mann im Overall spielte Sie drehten Pirouetten, schauten einander in die Augen, alles im Takt der Musik Franzine schien wie verwandelt Ihre Augen glänzten Sie hielt den Kopf geneigt, als ob sie nicht einen Ton versäumen wollte Man sah deutlich, wie glücklich sie war, ganz bei sich Nun stellte der Mann das Akkordeon ab, nahm einen Reifen und hielt ihn hoch Der Mann war groß, der Reifen sehr weit oben Das Pudelmännchen sprang zuerst, mühelos flog der Hund durch den Reifen Franzine folgte, ohne zu zögern Der Wind drückte ihr die Ohren an den Kopf und es sah aus, als ob sie mitten im Sprung vor Vergnügen lachte Nun erst entdeckte der Mann Peppa und Henry Hallo Ihr beiden, sagte er Dieser Hündin ist ja spitzenklasse Sie hat Rupperts Schritte perfekt drauf Ich musste überhaupt nichts sagen Sie hat einfach losgelegt Scheint, als ob sie von Elsa trainiert worden ist Man merkt es den Hunden an, ob es welche von Elsa sind Sie wirken so natürlich Peppa nickte Ja, das stimmt Sagte sie zu Henrys Erstaunen und wird das hier Elsas neue Nummer Fragte der Mann und zeigte auf die anderen Hundes ihr zuzutrauen Dass sie einen Bernhardiner trainiert Wo die doch normalerweise den Lärm und die Unre im Zirkus nicht abkennen Aber Elsa könnte einem Regenwurm noch was beibringen Reist ihr mit ihr zusammen Ja, sie ist unsere Tante Na ja, mehr so eine Art von Tante Sagte Peppa, während Henry sie fassungslos anstattte Der Mann grinste Art von ist gut Sie dürfte inzwischen den fünften Ehemann haben Aber was macht sie hier? Ich hab gehört Sie ist die Saison über in Burnemuth Ich fürchte, das ist ins Wasser gefallen Sagte Peppa Ach, wirklich? Das ist gut für uns Wir brauchen dringend eine Hundenummer Petrutsch Pude haben uns nämlich hängen lassen Petrutsch musste ins Krankenhaus Ich kümmere mich um Rupert Bis er wieder rauskommt Der Mann zeigte auf den Pudel Der dicht bei Franzine stand Aber wo ist Elsas Wagen? Ich habe ihn hier noch nicht gesehen Er hatte eine Panne Erzählte Peppa Es gab ein hässliches Knirschen und das war's Elsa war nicht sehr erfreut Kann ich mir denken Wette Sie hat geflucht und getobt Hat sie? Sie meinte Wir sollten schon mal vorgehen und ihnen Bescheid sagen Ach, wirklich? Sagte der Mann Der sich als Georg vorstellte Nun, wir fahren gleich ab Ihr steigt am besten fürs Erste in den LKW da vorn Da ist hinten genug Platz und jede Menge Stroh Unsere erste Station ist Todgaster Wenn wir da sind Holen wir euch raus? Ich muss nur kurz Sam R. Charlie Bescheid sagen Na, der wird Augen machen Wenn er hört, dass ihm Elsas Hunde praktisch in den Schoß fallen Er sprach kurz mit dem Fahrer des LKW Dann ließ er die Ladeklappe runter Die Kinder kletterten in den Wagen Die Hunde folgten Bis auf Franzine Die stand da und schaute Rupert an und Rupert Sie komm schon, Franzine Rief Pippa Aber die beiden Pudel rührten sich nicht von der Stelle in Ordnung Du darfst bei ihr bleiben Sagte Georg und die beiden Hunde sprangen in den Wagen und legten sich Seite an Seite ins Stroh Wie konntest du nur all diese Lügen erzählen? Fragte Henry Als sie losgefahren waren Du musst verrückt sein Das sind keine Lügen Sagte Pippa Das sind einfach nur Geschichten Ich weiß nicht, wo da der Unterschied sein soll Sagte Henry Sei nicht albern Wenn du ein spannendes Buch liest Dann fragst du dich doch auch nicht Ob die Abenteuer auch alle so passiert sind Sondern freust dich darüber Das was passiert Henry war nicht überzeugt Die fluchende Elsa mit ihren fünf Ehemännern machte ihm Angst Ich bin sicher Sie hat eine Peitsche und knackt Walnüsse mit den Zähnen Sagte er Statt zu antworten Zeigte Pippa nach draußen und er sah Dass sie genau in die Richtung fuhren In die sie wollten Todkaster liegt nur 30 Meilen südlich von Berwick Du hast doch gesagt Das Wichtigste ist Fleck zu deinen Großeltern zu bringen Und genau das machen wir Mit diesen Worten lehnte sich Pippa gegen einen Strohballen und schlief ein Es war bereits dunkel, als sie ihr Ziel erreichten Todkaster ist eine Industriestadt, umgeben von Moorlandschaft Und als die Kinder aus dem LKW stolperten, spürten sie bereits den kalten Wind der Nordsee Sofort war George bei ihnen Habt ihr was von Elsa gehört? Fragte er Pippa verneinte Tante Elsa hält nichts von Handys Sie hat mal gelesen Dass man davon Ohrenkrebs bekommt George schüttelte den Kopf für nahe Geld bis zum geht nicht mehr So war sie immer Egal Wir brauchen eine Hundenummer und ihre wäre perfekt Am besten kümmere ich mich um einen Platz zum Schlafen für euch beide Die Hunde können im LKW bleiben Aber ich denke Ihr hättet es lieber etwas bequemer Er verschwand und kehrte mit einer netten rundlichen Frau zurück Die er als Myra vorstellte Myra hat einen großen Wohnwagen Heute Nacht könnt ihr bei ihr pinnen Ja, ich hab genug Platz für euch zwei Würmchen Sagte Myra hab in dem Wagen vier Kinder großgezogen Es stellte sich heraus, dass Myra eine Wahrsagerin war Jedes Mal, wenn der Zirkus halt machte, verwandelte sie sich in die mystische Myra Sie richtete ihren Wohnwagen her, legte große goldene Ohrreifen an, setzte einen violetten Turban auf und erzählte den Leuten, was die Zukunft für sie bereithielt Sie war sehr beliebt, weil sie niemandem etwas Unangenehmes voraussagte Das ist ja nicht so, dass ich dran glauben würde, sagte sie zu den Kindern Wenn ihr mich fragt, ist es ziemlicher Blödsinn Aber es tut niemandem weh und wir können das bisschen Geld gut gebrauchen Myras Mann Bill war Schwertschlucker gewesen Doch als er eines Tages seine Nummer aufführte, hatten sich zwei Schwerter in seinem Inneren verhackt und er musste sofort ins Krankenhaus und operiert werden Nun ging der Gehroge zur Hand Der Maschinist im Zirkus war Bill und Myra waren herzensgut Sie kochten einen wunderbaren Eintopf für die Kinder und zeigten ihnen ihre Schlafplätze Sie hatten auch noch etwas zu essen für die Hunde, die die Nacht über im LKW bleiben sollten Alle bis auf Fleck Der Tottenhamterjahr hatte sich Mühe gegeben, ruhig zu bleiben Doch als er begriff, dass Henry woanders schlafen würde, fing er an zu zittern und fürchterlich zu heulen Seit Albina Fenton versucht hatte, ihm sein Tuch zu entreißen und ihn zurück zur Renta Dock gebracht hatte, lebte Fleck in einer Welt, in der nichts mehr sicher war Henry, der im Wohnwagen saß und seinen Eintopf aß, hörte ihn winseln Er legte sein Besteck hin und sagte, es tut mir leid, aber er ist noch sehr jung, kein Problem, dann hol ihn her, sagte Myra gutmütig Also wurde Fleck in den Wohnwagen gebracht, wo er sich zu Henrys Füssen zusammenrollte und mit seinem Tuch im Maul sofort einschlief Der nächste Tag war ein Dienstag und alle waren mit den Vorbereitungen für die Vorstellung beschäftigt, die am nächsten Tag stattfinden sollte Für Henry und Pippa, die noch nie einen Zirkus gesehen, geschweige denn mit einem herumgereist waren, war alles aufregend und neu Wie durch Zauberhand stand das Zirkuszelt plötzlich da und kurze Zeit später lagen große Segeltuchplanen auf dem Boden Auf dem Zelldach erschien ein großes Banner, auf dem stand, Charlies Zirkus, und sie gehörten dazu Sie hatten für alle Hundeleinen besorgt, so dass sie mit ihnen herumspazieren konnten Überall gab es etwas zu sehen Tresurpferde, die hinüber zu ihren Stellen trappten Akrobaten, die sich auf Matten im Freien aufwärmten und Clowns, die ihre Kostüme anlegten Henry und Pippa schauten und staunten und versuchten, niemandem im Wege zu sein Nur Otto konnte dem Zirkusleben mit altem Glanz und Glitter nichts abgewinnen Mit einem Mattenausdruck in seinen blutunterlaufenden Augen trottete er herum Liche lief schnüffelnd hinter ihm her Sein langes Fell streifte über den Boden und von Zeit zu Zeit nieste er, um die Fransen aus seinen Augen zu bekommen, doch Franzines Pfoten berührten kaum den Boden Sie tänzelte und ihre Augen leuchteten Wenn es jemals einen Hund gegeben hatte, der da war, wo er hingehörte, dann war es der Pudel Rupert wich nicht eine Sekunde von Franzines Seite Doch nun rief George die Kinder in seinen Wohnwagen und fragte wieder, ob sie etwas von Elsa gehört hätten M.R. Charlie braucht eine Hundenummer Könnt ihr die 5 auch ohne Elsa dazu bringen? Was zu machen? Wir können es versuchen Sagte Pippa Aber eigentlich hören sie nur auf Elsa Wir haben bisher nur zugeschaut Denkt mal drüber nach Sagte George Morgen ist die erste Vorstellung Und wenn Elsa bis dahin nicht aufgedaucht ist, müssen wir euch zurückschicken Geht ja nicht, dass ihr hier ganz allein durch die Lande strummert Was machen wir jetzt? fragte Henry Als er mit Pippa zurück zum Wohnwagen der Wahrsagerin ging Wir können die Hunde ja wohl schlecht dazu bringen Irgendwelche Kunststücke fortzuführen Wir sind jetzt schon so weit gekommen Sagte Pippa Du weißt, was passiert, wenn sie uns zurückschicken Die Hunde werden für immer weggesperrt, auch Fleck Und die Polizei wird mir Fragen stellen Das ertrage ich nicht Irgendwas müssten die Hunde doch tun können Wenn ich nur wüsste, was Myra war dabei, den Wohnwagen für ihre Kundschaft sauber zu machen In Petrutsch-Pudelnummer sind die Hunde immer von den Pferden rauf und runter gesprungen Während die durch die Manege galoppierten Erzählte sie aber Ich nehme mal an, eure Hunde würden das wohl eher nicht machen Die Kinder dachten an die majesthetischen Pferde mit ihren langenseitigen Mähnen und schüttelten den Kopf wochen Bestand Denn dann Elsa's Nummer Fragte Myra, ist es die mit der Hochzeit? Die habe ich immer gemocht Vor allem, wenn die Hunde im Wagen zur Kirche fahren Okay, vielleicht ist sie etwas altmodisch Aber die Nummer kommt trotzdem gut an Vor allem, wenn die Clowns mitmachen Ja, sagte Peppa Es ist so eine Art Hochzeitsnummer Dann dürfte es kein Problem geben Wenn Elsa nicht rechtzeitig hier sein sollte Könnt ihr Petrutsch-Sachen nehmen Er hat alles dagelassen Es gibt einen kleinen Wagen und einen Korb voll mit Kostümen Ich suche euch was raus Eine Stunde später standen die Kinder und die Hunde im Eingang zur Manege Zwei der Clowns Tom und Fred Hatten Petrutschkar gefunden Und Myra hatte den Korb mit den Kostümen herangeschleppt Und war wieder in ihrem Wohnwagen verschwunden Wir lassen euch erstmal allein üben Sagte Tom Wenn ihr fertig seid Könnt ihr uns rufen und wir spielen mit Danach machen wir dann einen richtigen Durchlauf Sie verschwanden und Henry öffnete den Korb Und starrte angewidert auf die grellen, billigen Kostüme Was gibt Menschen das Recht, Tiere in solche Klamotten zu stecken Nur damit sie genauso lächerlich aussehen wie sie selber Fragte er Peppa antwortete nicht Ihr Gesicht war wie versteinert und kalkweiß Sie starrte auf das mit Sägemehl ausgestreute Rund der Manege Und die Reihen von Sitzbänken Darüber ich kann das nicht Stieß sie hervor Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen Ich muss verrückt gewesen sein Aber wir haben gesagt, dass ich kann es nicht Wiederholte Peppa Ich kann es auf keinen Fall Sie weinte fast Wir müssen die Wahrheit sagen Es tut mir leid Die Hunde hatten die ganze Zeit über still dagesessen und abgewartet Doch nun machte Franzine einen Schritt nach vorn und steckte ihren Kopf in den Korb Sie zog einen Kranz mit weißen Blüten heraus und legte ihn vor sich hin Sie muss das schon mal gemacht haben sagte Peppa erstaunt Sie setzte Franzine den Kranz auf und die Hündin stellte sich auf die Hinterbeine und sah aus wie die perfekte Braut Auch wenn Peppa nicht wusste, was sie tun sollte Franzine wusste es Das gab ihnen den Mut, es wenigstens zu versuchen Sie fanden ein Babymützchen für Liché und eine gerüchte Haube für Honey Damit würde sie die Brautmutter darstellen Doch Otto warf nur einen Blick auf seinen Hut und wandte den Kopf ab Wir können ihn nicht verkleiden sagte Henry nicht Otto, müssen wir auch nicht Nicht, wenn er den Wagen zieht sagte Peppa Rupert war natürlich der Bräutigam Er ließ sich anstandslos einen Schlips umbinden und eine seidene Weste anziehen Genau wie Franzine wusste er, dass diese Dinge Teil ihrer Arbeit waren Die Kinder beschlossen, dass Otto den kleinen Wagen mit Franzine, Honey und Liché darin zweimal durch die Manege ziehen sollte bevor sie an der Kirche anhielten, wo Rupert schon auf seine Braut wartete Hier kämen auch die Clowns ins Spiel Die Hochzeit selbst würde für das Publikum unsichtbar hinter einem Vorhang stattfinden Danach würden alle zum Hochzeitsbankett an eine andere Stelle der Manege gefahren werden und die Show endete dann mit einem Tanz der beiden Pudel Dieser Teil funktioniert auf jeden Fall sagte Peppa auf die beiden könnte ein Scheinwerfer gerichtet werden Der geht dann plötzlich aus und alles ist vorbei Doch selbst dieser einfache Ablauf war für die Hunde unendlich schwierig zu lernen Es dauerte ewig, Otto dazu zu bringen, die Karre zu ziehen Er schnaufte vor Empörung Doch Peppa ließ nicht locker, und schließlich trottete er verzweifelt, aber gehorsam im Kreis Liché gefiel weder das Babymützchen noch, dass er in dem Wagen hocken musste Bitte, Liché, bitte, flehte Peppa und er blieb sitzen Honey sah verstört unter der Rüschenhaube hervor, als ob sie fragen wollte, was da mit ihr passierte Aber auch sie blieb da, wo man sie hinsetzte Franzine stand aufrecht im Wagen und hielt die anderen in Schach Nur Fleck ließ sich um nichts in der Welt von Henry trennen Das bringt nichts, sagte Peppa Er muss bei dir bleiben Henry nickte als ich ihn bekam War er so ein fröhlicher Hund? Aber jetzt, Fleck wird wieder fröhlich War's nur ab, sagte Peppa Er muss erst wieder lernen Vertrauen zu fassen Sie probten den ganzen Vormittag Bis die Clowns zu ihnen stießen Was immer Tom und Fred über diese Hundenummer dachten Sie behielten es glücklicherweise für sich Wir kommen rein und machen schon mal Stimmung Versuchen Ballons aufzublasen und solche Sachen Sagte Tom und wir sagen Steve Bescheid wegen der Musik Ihr wollt sicher den Hochzeitsmarsch Wenn's in die Kirche geht, nicht wahr? Meinte Fred und nachher einen Walzer für die Pudel Ja, sagte Peppa Vielen Dank Ich hoffe, es klappt alles Fred sah ihr besorgtes Gesicht Natürlich klappt alles, sagte er Und mit ein bisschen Glück wird auch Elsa rechtzeitig hier sein Um zu übernehmen Die Kinder sahen sich an Sie würden nicht ein bisschen Glück brauchen Sondern einen ganzen Sack voll 13. Kapitel Kurt Solmongomerys Privatdetekt 2 Kurt Solmongomerys saß in seinem Ledersessel und blätterte einen Hochglanz-Katalog mit Segeljachten durch Er hatte ein Auge auf eine 30 Meter Yacht geworfen Der Preis war horrend, aber wenn sein Termin heute Morgen wie gewünscht verlief, dann könnte er ein Angebot abgeben Nicht dass er gern segelte Schon beim Gedanken an Wind und Wellen wurde er sehr krank Aber es gab einfach keinen besseren Ort Um rauschende Partys zu feiern Als eine Yacht Kurzsons Büro sah überhaupt nicht aus wie ein Büro Es war ausgestattet wie ein teures Wohnzimmer mit weich geposteten Sofas Einem dicken Teppich und der Art von Bildern an den Wänden, auf denen man rein gar nichts erkennen konnte Und doch führte Kurt Solmong von diesem Raum aus seiner Privatdetekt 2 Kurt Solmong akzeptierte nicht jeden Kunden Das machte er unmissverständlich klar Nur besondere Kunden konnten sich seine Honorare leisten Nicht, dass er besonders geldgierig gewesen wäre Überhaupt nicht, aber Lord Fertapol, Kurzsons Onkel, hatte sehr viel Geld in die Detektei investiert und erwartete, dass sich das auch rentierte Kurzson läutete nach seiner Empfangsdame und kurz darauf schnackste ein hübsches Mädchen mit einem bandagierten Knöchel ins Zimmer Fiona Ender-Bibes-Kombe war mit der Nichte von Lord Fertapol zur Schule gegangen Sie hatte einen Job gesucht und Kurzson hatte sie mit Freuden eingestellt Ihre Vorliebe für hohe Absätze führte zwar oft dazu, dass sie sich irgendwas verstauchte Außerdem lackierte sie sich ständig die Nägel und konnte dann den Telefonhörer nicht abnehmen Doch wenn sie den Mund aufmachte, wussten die Leute sofort, dass sie aus guter Familie kam Und das machte alles Wett um 10 Uhr erwarte ich einen wichtigen Klienten Fiona Einen MR-Fenton Bring uns bitte Kaffee Und setz am besten den Infrarot-Detektor und das digitale Dekodiergerät und das andere Zeug in Betrieb Das macht einen guten Eindruck Und vor allem, sag Sprocket Er darf sich hier nicht blicken lassen 10 Minuten später läutete es und Fiona führte Donald Fenton in Kurzons Büro Donald und Albina hatten eine schlaflose Nacht verbracht Die Entführer hatten sich nicht gemeldet und die Polizei tappte im Dunkeln Doch der Chef von Montgomery's Privat-Detektor war ein beruhigender Anblick Sein Büro lag in einer der teuersten Gegenden der Stadt Das goldene Firmenschild war so klein und diskret, dass Donald eine Weile gebraucht hatte, um es zu finden Das war alles ein gutes Zeichen Kurz und er hob sich von seinem Stuhl Sein rundes, gerötetes Gesicht war vertrauenerweckend Er schüttelte Donald die Hand und sagte Nun, wie kann ich Ihnen helfen? Soweit ich weiß, wird Ihr Sohn vermisst Ja, das stimmt Donald Fenton bot einen erbärmlichen Anblick Er hatte dunkle Ringe unter den Augen Seine Hände zitterten Wir sind ganz sicher, dass man ihn entführt hat Aber bisher hat noch niemand Lösegeld verlangt Die Polizei besitzt die Frechheit zu unterstellen, dass Henry weggelaufen sein könnte Aber das ist völliger Blödsinn Er hat alles, was er sich wünscht Meine Frau und ich lesen ihm praktisch jeden Wunsch von den Augen ab Sie sollten mal sein Kinderzimmer sehen Ich glaube Ihnen, M.R. Fenton Aber nun erzählen Sie mir bitte die ganze Geschichte Kurzsohn stellte das Aufnahmegerät an und Donald berichtete von der Nacht, in der sie Henry bei seinem Freund glaubten Und von der schrecklichen Entdeckung, dass er dort nie aufgedaucht war Kurzsohn nickte zu einem sehr verständnisvoll Ich habe natürlich Fotos von Henry mitgebracht und An dieser Stelle stockte Donals Stimme und er musste sich abwenden Komma und seine Zahnbürste für DNA-Proben sowie ein paar Anziehsachen von ihm Sehr gut, das ist ausgezeichnet Sagte Kurzsohn Vielleicht möchten Sie sich erst einmal von Miss Ender Bibes Kombe unser Labor zeigen lassen Sie werden sehen, dass wir über die neuesten Geräte verfügen Ich werde mich inzwischen mit meinem Team besprechen Obwohl Miss Ender Bibes Kombe nur sehr vage über die einzelnen Geräte Auskunft geben konnte War Donald von dem Summen und Suren und den blinkenden Lichtern in dem angrenzenden Raum sehr beeindruckt Doch am meisten beeindruckte ihn das Honorar, das die Detektei verlangte Es waren 600 Pfund die Stunde Dazu kam ein Erfolgshonorar von 50-0 Pfund, wenn der Junge auch gefunden wurde Als Donald nach Hause kam, gelang es ihm, Albina zu beruhigen Bei diesen Preisen war Montgomery's Privat-Detektei nicht nur gut, sie war die beste Detektei überhaupt Als Donald gegangen war, griff Corzon zum Telefon Sprocket Bellte er in den Hörer Ja, Sir, ich bin's, sagte eine hohe Stimme Natürlich sind sie es, sie schwach Kopf, sagte Corzon Wer denn sonst das Team, mit dem Corzon vor Donald Fenton so angegeben hatte Bestand in Wirklichkeit nur aus Sprocket hören sie gut zu Wir haben den Fall von einem verschwundenen Jungen Ich brauche 100 Flyer und Fotos in allen Tageszeitungen Es gibt eine Belohnung von 20-0 Pfund für Nachrichten von dem Jungen Fiona bringt ihnen gleich alles runter Jawohl, Sir, ich werde mich gleich darum kümmern Milton Sprocket war ein dünner, blässlicher junger Mann, der im Untergeschoss des Gebäudes arbeitete Oben im Büro durfte er sich nicht blicken lassen Weil er einen nicht gerade feinen Akzent hatte und auch nur auf eine ganz gewöhnliche Schule gegangen war Sprocket nahm seine Arbeit sehr ernst Nachdem er eine traurige Kindheit verliebt hatte In der Schule gehänselt wurde und durch sämtliche Prüfungen gefallen war Hatte er sich in einem Fernstudium alles angeeignet, was man als Detektiv wissen musste Und ein Diplom in Ermittlung und Spurenverfolgung erlangt Sprocket arbeitete schwer und gründlich In seinem Büro im Keller gab es einen Schrank mit ordentlich beschrifteten Schubladen, in denen er seine Verkleidungen aufbewahrte Da gab es eine Schublade, auf der stand, Bärte, Augenbrauen, Nasenhaare In einer anderen befanden sich, Schorf, Wunden, Pickel und Eiterbeulen und wieder in einer anderen, Brillen, Monokel und Hörohre In einer Ecke gab es Ständer mit Pirücken darauf und einen Kasten mit falschen Zähnen Aufgereiht im Regal standen Flaschen mit Spucke, Blut und Nasenschleim Letzteres war ein Sonderangebot aus dem Internet gewesen Am liebsten verfolgte Sprocket seine Opfer ganz klassisch in unterschiedlichen Verkleidungen Doch den meisten Platz in dem Raum nahm die neueste Technologie ein Die blinkenden und brummenden Apparaturen neben Kurzons Büro waren nur zum Angeben gedacht Die richtigen Geräte befanden sich hier unten im Keller Da gab es Fieberglas-Fanrohre, zum um die Ecke gucken Unter Wasserkameras mit Flossen und Navigationsgeräte Die einem sagten, wo man sich befand, wo man hin wollte und wo man gewesen war Nicht zu vergessen Nachtsichtgeräte und ultraviolette Wärmebildkameras Und da viele dieser Dinge gar nicht so leicht zu bedienen waren, hatte Sprocket einen ganzen Stapel von Bedienungsanleitungen, über denen er stundenlang brütete, um herauszufinden, was wie funktionierte Doch damit nicht genug, Sprocket war auch ein Dichter In der Garage der Agentur stand ein weißer Lieferwagen, den er bei seinen Erkundigungen benutzte und auf dessen Seite er einen Werbespruch angebracht hatte Was verlegt oder verloren? Nur die Ruhe Kommen Sie zu uns, wir finden es im Nu Wenn Sprocket sich auf einer geheimen Mission befand und nicht sofort als Detektiv erkannt werden wollte, konnte er diesen Spruch gegen einen anderen austauschen Manchmal gab er sich zum Beispiel als Gemüsehändler aus und dann stand auf seinem Wagen Ist Ihr Hunger groß und mächtig? Unser Obst ist reif und prächtig Außerdem arbeitete er an einem ganz neuen Vers, den er benutzen wollte, wenn er sich als Klimt ausgab, aber das war gar nicht so einfach Der Spruch sollte stark und wirkungsvoll sein, aber es sollten auch keine unappetitlichen Wörter darin vorkommen Er drückte auf die Wiederholungstaste an seinem Telefon und hatte noch einmal kurz uns letzte Worte Das ist ein ganz großes Ding Sprocket Wehe, du vermasselst es Mach dich sofort an die Arbeit Sprocket lächelte und rieb sich die Hände Er war gerade in der rechten Stimmung für einen großen und komplizierten Fall 14. Kapitel Das stumme Mädchen Grei Stokehaus war ein großes steinernes Gebäude am Rand von Todgaster Von der Straße aus sah es abweisend und düster aus, aber innen waren die Wände in heiteren Farben gestrichen. Es gab ein Zimmer voller Spielsachen und einen Aufenthaltsraum, in dem die größeren Kinder fernsehen konnten. Die Heimleiterin hieß M.R.S. Platt. Sie war eine leidige freundliche Frau, die ihr Bestes tat, den Waisen ein Zuhause zu geben. Doch für die Kinder, die hier liebten und darauf warteten, von Pflegeeltern abgeheult zu werden, war es nur das Heim. Niemand wollte länger hier bleiben als unbedingt nötig. An dem Morgen, an dem der Zirkus eine erste Vorstellung geben sollte, war in Grei Stokehaus gerade ein kleines Mädchen aufgewacht, das kein Interesse daran hatte, von Pflegeeltern aufgenommen zu werden. Es schien auch sonst an nichts Interesse zu haben. Das Mädchen war sehr hübsch mit seinen großen dunklen Augen, der goldfarbenen Haut und dem Lack schwarzen Haar, aber es liebte in einer für andere unzugänglichen Welt. Nini stammte aus Indonesien, von einer Insel voller hüppiger Wälder, kristallklarer Flüsse und mit Bergen, die wie große grüne Kegel aussahen. Neben diesen Naturschönheiten gab es dort jedoch auch plötzliche Erdbeben und schreckliche Schlammlawinen. Bei einer dieser Katastrophen war Nines Familie ums Leben gekommen und man hatte Nini in ein Waisenhaus gebracht, das von Nonnen geführt wurde. Das Waisenhaus lag in der Nähe eines Klosters, in dem die Mönche friedlich sangen und betielten, während ihre Wachhunde auf den steinernen Stufen saßen, um die bösen Geister fernzuhalten. Eines Tages waren ein reicher Geschäftsmann und seine Frau auf die Insel gekommen, um dort Ferien zu machen, sie hatten das kleine Mädchen gesehen, dass Ravich unter einem Jacaranda-Baum spielte, und beschlossen, es zu adoptieren und mit nach England zu nehmen. Die erste Zeit hat es ihnen Spaß gemacht, ihre hübsche Tochter nett anzuziehen und mit ihr vor ihren Freunden anzugeben. Doch dann stellten sie fest, dass das kleine Mädchen nicht so schnell Englisch lernte, wie sie gehofft hatten. Ja, Nini sprach nicht nur nicht Englisch, sie sprach überhaupt nicht. Sie schleppten sie von einem Arzt zum anderen und bekamen viele Diagnosen für das, was mit Nini nicht stimmte, aber keiner wusste, was zu tun war. Nini war nicht taub, auch ihre Augen waren in Ordnung, aber sie war eingeschlossen in ihrer eigenen Welt. Als sie wieder einmal einen ganzen Tag lang in einem Krankenhaus verbracht hatte, um irgendwelche Tests zu machen, bekam sie einen fürchterlichen Wutanfall. Das ist typisch für die Asiaten. Hatte ein Freund gemeint man nennt es Amoklauf, das war zu viel für das Ehepaar, das doch eigentlich nur eine hübsche, klappernde Puppe hatte haben wollen. Sie brachten Nini zum Jugendamt und sagten, sie könnten sie unmöglich behalten. Seither befand sie sich in Greistoke aus. Sie benahm sich nicht schlecht, sie war auch nicht schwierig, sie war praktisch nicht da. Nun stieg sie aus dem Bett und lief leicht flüssig wie eine Elfe den Korridor entlang und in den Schlafsaal der älteren Jungen. Dem Jungen, dessen Bett direkt neben der Tür war, zog sie die Decke weg. Mick erwachte, und als er Nini sah, setzte er sich auf der Zirkus. Ist da, Nini, heute gehen wir in den Zirkus, wiederholte er noch einmal. Mick war ein kräftiger Bursche mit roten Haaren, Sommersprossen und einem fröhlichen, offenen Gesicht. Sein Großvater war Bergmann gewesen, bis man die Miene geschlossen hatte. Aus unerfindlichen Gründen war Mick Nienes Beschützer geworden und der einzige, den sie überhaupt zur Kenntnis nahm. Es wird bestimmt ganz toll, fuhr er vor. Da gibt's Pferde und Akrobaten und Clowns. Aber Nini antwortete nicht. Sie schaute ihn nur an. Er hätte ihr genauso gut erzählen können, dass sie alle am Nachmittag zum Zahnarzt müssten. Mick seufzte und griff nach seinen Kleidern. Greistokehaus war nicht weit von dem Platz entfernt, an dem der Zirkus sein Zelt aufgeschlagen hatte. Angeführt von der rundlichen MRS-Platt und einer Aushilfe namens Doreen, machten sich die Kinder auf den Weg. Sie waren so aufgeregt, und voller Vorfreude, dass sie den ganzen Weg überhüpften und sprangen. Nur Nini, die Mick's Hand umklammend hielt, lief schweigend und ruhig neben ihm her. Im Zirkus bereiteten sich alle auf die Vorstellung vor. Auf einer Bühne vor dem Zelt jogglierte ein kleiner Mann mit Schnurrbart mit vielen bunten Bälle. Ein anderer Mann in glitzernden Strumpfhosen schlug auf eine große Trommel kommen sie, meine Herrschaften, kommen und erleben sie Charlies Zirkus, das achte Weltwunder, rief er. Die Kinder aus Greistokehaus waren früh dran. Sie setzten sich in die erste Reihe. Mick setzte sich neben einen Jungen in seinem Alter, der einen weißen Hund auf dem Schoß hatte. Neben ihm saß Nini, ihre Beine reichten nicht auf den Boden gleich geht's los, sagte Mick zu ihr. Aber in dem maskenhaft schönen Gesicht rührte sich nichts. Henry, der Flick auf dem Schoß hielt, war vor Aufregung ganz schlecht. In einer halben Stunde sollte die Hundennummer beginnen, und wenn die schiefging, würde man sie aus dem Zirkus werfen. Trotzdem lächelte er dem Jungen zu, der gerade mit einer Kindergruppe hereingekommen war und sich neben ihn gesetzt hatte. Er hatte rotblondes Haar und sah sympathisch aus. Langsam gingen die Lichter aus. Die Kapelle fing an zu spielen. M. R. Charlie, der Zirkusdirektor, ließ seine Peitsche knallen. Die Pferde trappen in die Mannige. Es folgten die Clowns, die Akrobaten, Pauline mit ihren Papageien. Beifall brandete auf und die Vorstellung begann. Zuerst kamen die Texas Cowboys hereingaloppiert, die drei Männer sprangen von einem glänzenden Pferderücken zum anderen. Dann traten die fantastischen Danielas auf, eine Gruppe von Mädchen, die einander auf die Schultern stiegen, bis sie eine hohe Pyramide bildeten. Es erschien das lustige Pony, das einem Herrn durch die Mannige folgte, wobei es versuchte, ihm Zuckerstücke aus der Hosentasche zu stiebitzen. Und bei einem atemberaubenden Hochseilakt taten die Artisten so, als würden sie sich gegenseitig vom Seil schubsen. Henry hielt den Atem an. Gleich war es soweit. Fleck jaulte kurz auf und Henry machte PSTHT und nun, meine Damen und Herren, freuen Sie sich auf Elsas weltberühmte Hundenummer, verkündete der Zirkusdirektor. Die Clowns schoben eine mit Wasser gefüllte Badewanne herein und schleppten Eimer und eine Leiter herbei, um die Hochzeit vorzubereiten. Aber natürlich ging alles schief. Von dem Tisch, den sie schrubbten, brachen die Beine ab, die Ballons, die sie aufbliesen, platzten oder flogen davon und einer der Clowns plumpste rücklinks in die Badewanne. In der Nähe des Eingangs war ein Zelt aufgestellt worden, auf dem stand Kirche. Davor wartete Rupert mit Schlips und seidenem Frack auf die Braut. Clowns auf Stelzen kamen herein, sie trugen Tabletts mit Wackelpudding und bunten Luftschlangen, in denen sie sich verhedderten, sie schlugen wie wild um sich und taten so, als würden sie in Tränen ausbrechen. Und nun, begleitet von einem Fanfarenstoß, erschien der von Otto gezogene Wagen. Auf den Sitzen saßen Liché mit Babymützchen und Harry mit Rüschenhaube. Franzine aber stand auf ihren Hinterbeinen. Mit ihrem weißen Brautkranz und den begeisterten Bellen gab sie perfekt die erwartungsvolle Braut ab. Doch nun geschah etwas, womit die Kinder nicht gerechnet hatte. Das Publikum fing an zu klatschen. Immer lauter wurde es in seiner Begeisterung, und Otto fing an zu zittern. In der Schweiz hatte er sich allen möglichen Gefahren gegenüber gesehen. Er war steile Felsen hochgeklettert und in gefährliche Gletscherspalten gestiegen, um eingeklemmte Bergsteiger zu retten, aber dieser Lärm war einfach nur unerträglich. Der Bernhardiner rollte mit den Augen und blieb auf der Stelle stehen. Liché sprang mit schiefsitzendem Mützchen von seinem Sitz und verschwand zwischen Ottos Beinen. Er wollte seinen Freund nur beruhigen, aber es sah so aus, als wollte er nun den Karren ziehen, und alles lachte. Nun nicht mehr über die Clowns, sondern über den ritterlichen kleinen Hund. In diesem Augenblick drehte sich Mick erstaunt zu dem Mädchen neben ihm um. Nini lehnte sich gespannt nach vorn. Ihr ganzes Gesicht leuchtete, die Augen hatte sie auf den Pekinesen gerichtet. In der Manniger wusste keiner, was er nun tun sollte. Otto stand mit gesenktem Kopfstocksteif da, keine zehn Pferde würden ihn dazu bringen, den Wagen bis zur Kirche ziehen. Doch nun übernahm die Bühnen erfahrene Franzine, sie sprang von dem Karren, aber anstatt zu ihrem Bräutigam lief sie in die entgegengesetzte Richtung. Sie hatte kurzerhand das Drehbuch geändert und spielte nun die Braut, die sich nicht traut. Rupert begriff sofort und begann, Franzine zu jagen. Natürlich wollte er sich seine Braut nicht einfach durch die Lappen gehen lassen. Er hatte die Hündin fast erreicht. Da kletterte sie eine Leiter hoch und sprang von oben in die Arme eines Clowns. Rupert folgte ihr. Nun hatten auch die Clowns verstanden, worum es ging, und taten so, als wollten sie Franzine einfangen. Sie griffen nach ihr, ließen sie wieder los und schlugen sich verzweifelt an die Stirn. Runde für Runde drehte die fliehende Braut in der Manigel, sauste den Clowns zwischen den Beinen hindurch, sprang über Tische, versteckte sich hinter der Badewanne und jaulte dabei in gespielter Angst. Runde für Runde folgte ihr Rupert, der sitzengelassene Bräutigam, und machte ihr jedes Kunststück nach. Die Nummer wurde immer wilder und wilder. Die Clowns traten in die Eimer, fielen auf die Luftballons und brachten sie zum Platzen. Das war zu viel für Liché. Er ließ Otto stehen und mischte sich mit lautem Klöffel in das Geschehen. Auch Flick hielt es auf Henrys Schoß nicht länger aus. Seine Freunde waren da unten und hatten jede Menge Spaß. Da musste er dabei sein. Er nahm all seinen Mut zusammen und sprang von Henrys Knien, setzte über den Rand der Manigel, und landete in der Badewanne. Zuerst paddelte er ein wenig im Wasser. Dann krabbelte er aus der Wanne, schüttelte sich und rannte mit den anderen herum. Doch nun war die Reihe an Honey. Schließlich war sie die Brautmutter und konnte das Kuddelmuddel nicht länger mit ansehen. Sie sprang vom Wagen und fing an, immer noch die Rüschenhaube auf dem Kopf. Die Clowns, die Hunde, die Luftballons, alles, was sie sah, in Richtung Ausgang zu treiben. Alle liefen rundherum im Kreis, Rupert vorneweg, dann Liché, es folgten Flick und Otto mit dem Wagen. Und rundherum liefen auch die Clowns, die Musik schwoll an, Tiere und Clowns verschwanden durch den Vorhang, die Lichter gingen aus, und das Publikum tobte, stampfte mit den Füssen und jubelte, während sich hinter der Bühne M. R. Charlie und George grinsend die Hände rieben. Hunde als Artisten sind gut, aber Hunde als Clowns sind Gold wert. Wir haben's geschafft, sagte Pippa triumphierend. Ich bin sicher, wir können bis Berwick mitfahren, und dann ist es nicht mehr weit bis zu deinen Großeltern, und selbst wenn die Hunde in der nächsten Vorstellung was ganz anderes machen, M. R. Charlie wird uns schon nicht wegschicken, sie hatten die Hunde zurück zum LKW gebracht und halfen nun in dem Zelt aus, in dem die anderen Tiere untergebracht waren. Für etwas Geld durfte das Publikum sie sich nach der Vorführung anschauen. Entschuldigung, sagte eine Stimme. Henry drehte sich um Unterstand der rothaarige Junge, der im Zirkus neben ihm gesessen hatte. An der Hand hielt er das kleine Mädchen mit dem Lack schwarzen Haar. Ich wollte nur wissen, ob wir den kleinen Hund sehen können, der versucht hat, den Wagen zu ziehen, den Pekingesen. Sie ist total verrückt nach ihm. Nini schaute hoch. Kleiner Hund, sagte sie. Ich glaube, sie kennt diese Hunde aus ihrer Heimat. Es sind Tempelhunde, die die Mönche beschützen und böse Geister fernhalten. Es ist wirklich komisch. Nini hat noch nie auf irgendwas reagiert bis heute. Die Heimleiterin hat uns erlaubt, den Hund anzuschauen. Sie ist mit den anderen bei den Pferden. Kleiner Hund, wiederholte Nini, die bisher noch kein Wort gesprochen hatte. Er ist im LKW, zusammen mit den anderen. Direkt da drüben, sagte Henry kommt mit, wir zeigen ihn euch. Sie wurden von einem mehrstimmigen freundlichen Ben begrüßt. Mith hob Nini auf einen der Strohballen. Sie verschwand fast zwischen den Hunden. Sie erwarteten, dass das kleine Mädchen nun Liché auf den Schoß nehmen und streicheln würde, aber das geschah nicht. Nein, als sie noch einmal hinschauten, sahen sie, dass Nini im Schneidersitz vor ihm saß und leise in ihrer Sprache mit ihm redete, während Liché ganz still war und sie respektvoll anschaute. Es schien, als verstünde er jedes Wort. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das bedeutet, sagte Mick und erzählte in wenigen Worten Ninis Geschichte. Die Kinder hatten inzwischen den LKW verlassen und standen etwas abseits, um Nini nicht zu stören. Sie unterhielten sich leise, als auf der anderen Seite des LKWs zwei Stallburschen vorbeikamen. Guck mal hier, sagte der eine auf Seite 2, man hörte das Umblättern einer Zeitung Ich friss N-Besen, wenn das nicht das Foto von dem Jungen mit dem weißen Hund ist, der bei Myra und Bill wohnt, findste nicht auch den Kindern gefrohr das Blut in den Adern, als sie das hörten. Der zweite Stallbursche Pfiff durch die Zähne, 20.000 Pfund Belohnung für Informationen, steht da, das kann nicht derselbe Junge sein, vielleicht nicht, aber er sieht ihm verdammt ähnlich und nen Versuch ist es wert. Da steht die Telefonnummer, die beiden Männer gingen weiter, und was sie sagten, war nicht mehr zu verstehen. Mick schaute Peppa und Henry an, denen die Angst im Gesicht stand, ich will nicht neugierig sein, aber kann ich euch irgendwie helfen, fragte er, ich meine, wenn ihr auf der Flucht seid oder so und als Peppa und Henry Blicke wechselten, sagte er schnell, ihr müsst mir nichts erklären, ich helfe euch auch so, das macht keinen Unterschied, Henry zögerte nur einen Moment, der rothaarige Junge konnte die 20.000 Pfund bestimmt genauso gut gebrochen wie die beiden Stallburschen, aber er fühlte, dass er Mick vertrauen konnte, dass der Junge aufrichtig, ehrlich und tapfer war, er sagte, ja, vielleicht könntest du uns helfen, wir müssen sofort von her verschwinden, aber wir wissen noch nicht einmal genau, wo wir überhaupt sind, wir müssten uns die Nacht über verstecken und, wenn es hell wird, weiterziehen, Peppa hörte Henry Stirnrunzeln zu, normalerweise traf sie die Entscheidungen, außerdem wussten sie praktisch nichts über den Jungen, ihr könnt die Nacht über bei uns im Heim bleiben, sagte Mick im Keller gibt es einen Heizungsraum, da kommt nie jemand hin, ich weiß, wo der Schlüssel ist, ich schnapp ihn mir und dann besorg ich euch was zu essen und ein paar Decken, nachts ist nur MRS platt da und die schläft wie ein Bär, willst du das wirklich tun, fragte Henry, es könnte klappen, aber wie kommen wir zu euch, seid ihr mit dem Bus gefahren, Mick schüttelte den Kopf, wir sind gelaufen, es sind nur 20 Minuten, ich zeichne euch den Weg auf, und was ist mit den anderen Kindern, fragte Peppa, können wir sicher sein, dass sie uns nicht verraten, ja, sagte Mick, das könnt ihr, sie hinterließen eine Nachricht für George, Es fiel ihnen schwer, jemanden anzulügen, der ihnen so geholfen hatte, aber sie hatten keine Wahl, sie schrieben, dass Tante Elsa ihnen mitgeteilt hätte, dass sie nicht kommen könnte, da ihr Schwager im Krankenhaus liege, und sie nun den Nachtbus zurück nach London nehmen würden, glücklicherweise waren Bill und Myra ins Kino gegangen, so dass die Kinder ihnen schriftlich auf Wiedersehen sagen und sich für alles bedanken konnten, dann packten sie schnell ihre sieben Sachen zusammen und holten die Hunde, zuerst ging alles gut, den Hunden gefiel der nächtliche Spaziergang, sie merkten wohl, dass Peppa ihren Rucksack umschnellte und Henry seine Reisetasche mitnahm, außerdem trugen beide ihre Anoraks, für Fleck, Otto, Liche und Tani hieß das, dass sie auf dem Weg zu einem neuen Abenteuer waren, und sie freuten sich darauf, Franzine aber nicht, Franzine wusste, dass das bedeutete, sie würden den Zirkus verlassen, und mit dem Zirkus, Rupert, sie blieb, wo sie war, und rührte sich nicht, sie warf ihren Kopf zurück und heulte, es war ein Heulen der Verzweiflung und der Einsamkeit, die Kinder hatten solche schrecklichen Laute noch nie gehört, von George Wohnwagen, in dem Rupert schlief, kam Antwort, und dann kam Rupert selbst, was nun folgte, war kaum zu ertragen, die beiden Pudel standen nebeneinander in der Dämmerung, ihre Körper waren so dicht beieinander, dass sie zu verschmelzen schienen, sie bellten nicht, sie jaulten nicht, sie zitterten nur, als ob ein großer Kummer sie schüttelte, Henry und Peppa schauten sich fragend an, durften sie Franzine zwingen, mit ihnen zu kommen, sie liebte das Zirkusleben und sie liebte Rupert, aber andererseits konnten sie auch nicht ohne Franzine gehen, diese Flucht hatte sie alle zusammengeschweißt und sie mussten sie gemeinsam durchstehen, die beiden Pudel standen still wie zwei Statuen, außer ihnen beiden existierte nichts und niemand für sie, Otto machte ein paar Schritte auf sie zu und hielt inne, Franzine und er waren seit langem Freunde, aber jetzt musste sie selbst entscheiden kommen, Henry, sagte Peppa, die es nicht länger ertrug, wir müssen hier weg, lass sie, sie hat ein Recht hier zu bleiben, die Kinder drehten sich um und gingen langsam über das von vielen Füssen zertrempelte Gras, sie hatten gerade den Eingang des Zirkusgeländes erreicht, als Franzine einen letzten, zu Herzen gehenden Heule ausstieß, dann riss sie sich von Rupert los und lief hinter ihnen her, 15. Kapitel im Heizungskeller, MRS Platt lag im Bett und schnauchte, sie schnarchte so laut, dass es klang, als würden die Fensterläden im Wind klappern, einer der Jungs, der Wache hielt, lehnte sich aus dem Flurfenster und gab Mick, der sich im Gebüsch versteckt hatte, ein Zeichen, dass die Luft rein war, im Schlafsaal der Mädchen lag Nini still in ihrem Bett, aber es sah nur so aus, als würde sie schlafen, es war fast dunkel, Mick wartete auf Henry und Pupa, sie konnten jeden Moment eintreffen, die Hunde liefen langsam, der Tag war anstrengend gewesen und die Zirkusnummer hatte sie erschöpft, Franzine trottete mit hängendem Kopf den anderen hinterher, normalerweise war sie leicht flüssig und immer vorneweg, doch nun konnte sie kaum eine Pfote vor die andere setzen, jeder Schritt entfernte sie weiter von dem Ort, an dem sie so gern geblieben wäre, sie sah aus, als wäre es ihr egal, ob sie leben oder sterben müsste, Henry versuchte, aus Micks Plan schlau zu werden, den der hastig auf die Rückseite eines Briefumschlags gekritzelt hatte, im schwächer werdenden Tageslicht waren sie zuerst falsch abgebogen, irgendwann standen sie dann doch vor den Touren von Greistoke aus, sofort war Mick zur Stelle, ihr müsst jetzt ganz ruhig sein, sagte Pupa zu den Hunden und legte den Finger auf den Mund, die Hunde verstanden und folgten Mick, der sie zur Rückseite des Gebäudes führte und dort eine steinerne Treppe hinunter in den Heizungskeller, sehr anheimelnd war es dort nicht, der Fußboden war aus Beton, Rohre verliefen an der Wand, in der Ecke summte ein großer Ofen, erhielt wurde der Raum durch ein schwaches blaues Licht, aber es war trocken, es war warm und es gab Kissen und Decken, die Micks Freunde geborgt und heimlich nach unten gebracht hatten, auf dem Boden standen eine große Schüssel mit Wasser und Teller voll mit Fleischklößchen und Rice haben wir euch etwa euer Abendessen weggenommen, fragte Pupa, Mick zuckte nur mit den Schultern das Küchenmädchen passt nicht auf, es war also kein Problem, was abzuzweigen, wir müssen hier nicht hungern, das Essen ist zwar langweilig, aber in Ordnung, dann fügte er seufzend hinzu, das ist ja das Schlimme hier im Heim, dass nie etwas passiert, wir haben kein Problem damit, hungrig ins Bett zu gehen, wenn wir wissen, dass wir helfen können, die Hunde starrten die Teller sind süchtig an, aber sie waren viel zu gut erzogen, als dass sie einfach angefangen hätten zu fressen, als die Kinder es ihnen erlaubten, machten sie sich begeistert über Fleischbällchen und Rice her, alle außer Franzine, sie warf einen Blick auf das Futter, dann wandte sie den Kopf ab und verzog sich in eine Ecke, als wollte sie mit ihrem Kummer allein bleiben kommen, Franzine, sagte Pupa und strich der Hündin liebevoll über den Kopfversuch doch wenigstens ein bisschen was, aber Franzine wollte nichts fressen, sie gab Pupa die Pfote, um ihr zu zeigen, dass sie sehr wohl verstanden hatte, nun bekam auch Pupa keinen Bissen herunter, wir halten weiter Wache, sagte Mick, morgen wecken wir euch sehr früh, damit ihr weg seid, falls der Heizer kommt, eigentlich ist er morgen nicht dran, aber man kann nie wissen, Henry und Pupa schauten Mick dankbar an, das werden wir dir nie vergessen, sagte Henry niemals, und wenn es irgendetwas gibt, das wir für dich tun können, du weißt schon, nun, da sie vorübergehend in Sicherheit waren, hatten Henry und Pupa Zeit, darüber nachzudenken, wie ihr Verschwinden im Zirkus wohl aufgenommen worden war, hatte der Stallbursche sie verpfiffen, verfolgte man sie bereits, es war nicht mehr sehr weit bis zum Haus von Henrys Großvater, aber selbst bei strammem Marsch über Moor und Felder würden sie zwei Tage brauchen, bis sie an der Küste waren, doch dann hörten sie auf, miteinander zu flüstern, sie rollten sich unter den Decken zusammen, und obwohl es auf dem harten Boden nicht sehr bequem war, schliefen sie bald ein, auch die Hunde schliefen, Otto lag dicht bei Franzine und sein schwerer, verlässlicher Körper beruhigte sie ein wenig, ein zweimal in dieser Nacht wachte sie kurz auf und jaulte auf, aber dann rückte Otto näher an sie heran und sie war wieder ruhig, Fleck lag quer über Henrys Beinen, sein Tuch zwischen den Pfoten, oben im ersten Stock schnarchte MRS platt immer noch, pfeifend entwich der Atem in ihrem mächtigen Brustkorb, und während sie das stetige, nicht sehr angenehme Geräusch hörten, wussten Mick und seine Freunde, dass die Flüchtlinge in Sicherheit waren, im Schlafsaal nebenan saß Nini aufrecht in ihrem Bett, sie hatte lange gewartet, doch nun schlug sie die Decke zurück, sie nahm Kamm und Bürste von ihrem Nachttisch und schlich lautlos wie ein Geist den Korridor entlang, auf dem obersten Treppenabsatz lief sie geradewegs Mick in die Arme, der Wache hielt Will zu kleinem Hund, sagte sie Will zu Liché, Mick starrte sie an, woher konnte sie wissen, dass der Hund im Haus war, hatte sie etwas von dem mitbekommen, dass er mit Henry und Pippa besprochen hatte, oder hatte sie andere Möglichkeiten, von Dingen zu erfahren, wie auch immer, er konnte nichts riskieren, selbst MRS-Platt würde bei einem von Nines Wutanfällen aufwachen, er nahm ihre Hand Du kannst Liché sehen, aber du musst ganz, ganz leise sein oder sie bringen ihn weg, verstehst du mich, mucksmäuschenstill, Nini nickte und er führte sie die Kellertreppe hinunter bis vor den Heizungsraum, das kleine Mädchen bewegte sich absolut lautlos, sie öffnete die Tür so leise, dass sich die Hunde kaum rötten und die Kinder weiterschliefen, nur Liché, der seinen üblichen Platz neben Otto Franzina überlassen hatte, hob den Kopf, er war überrascht, dass man ihn weckte, und zuerst glaubte er auch, das Mädchen sei wegen einem der anderen Hunde gekommen, bisher hatten sich nur alte Damen für ihn interessiert, doch als Nini sich vor ihn hinkniete, begriff er, dass sie wirklich ihn meinte, und obwohl er sehr müde war und gern weiter geschlafen hätte, bemühte er sich, wach zu bleiben, und leckte ihr das Handgelenk, und wieder machte das Mädchen keine Anstalten, den Pekinesen zu umarmen oder auf den Schuss zu nehmen, stattdessen nahm Nini Bürste und kam und fing an, vorsichtig, sehr vorsichtig sein langes seidiges Fell zu kämmen und ihm die Haare aus den Augen zu streichen, und während sie ihn bürstete und kämmte, fühlte sie sich zurück in ihre Heimat versetzt, wo sie den Tempeltänzerinnen geholfen hatte, die kleinen Wachhunde für die Feste vorzubereiten, alles war auf einmal wieder da, es, was sie so schmerzlich vermisste und tief in ihrem Inneren verschlossen hatte, den Geruch des Jasmin, die Tempelglocken, die leisen Stimmen der Nonnen im Waisenhaus, die Wärme, die Sonne auf ihrer Haut, und nicht zuletzt ihre eigene Sprache, unaufhörlich kämmte und bürstete Nini den Pekinesen und murmelte dabei vor sich hin, und während sie das tat, überwältigte sie das Heimweh, das sie in ein stummes, starres Wesen verwandelt hatte, und all die Tränen, die sie nicht hatte weinen können, liefen ihr die Wangen herunter, vertrauensvoll stand Liche vor ihr, er hatte sie bereits ins Herz geschlossen, sie hatte ihn gewählt, und er hatte sie gewählt, aber während sie ihn weiter striegelte, kam aus seiner Kehle ein leises Kollen und Nini legte die Bürste hin, sie kannte diesen laut, auf seine Art wollte der Hund ihr zu verstehen geben, dass er nicht gebürstet und nicht verehrt werden wollte, einen Moment lang saß Nini ganz still da und dachte nach, dann schüttelte sie kurz den Kopf, als wollte sie all ihre Erinnerungen und ihren Kummer loswerden, sie schaute sich in dem dämmerigen Raum um und sah die anderen Hunde, sie dachte an das dünne Mädchen im Kindergarten, das sich an ihren Rock gehängt hatte und ihre Freundin sein wollte, an die Spiele, die sie im Garten von Greistokehaus spielten, an das Eichhörnchen, das sie gezähmt hatten, an die Komitsch, die sie abends im Bett anschauten, und sie dachte an Mick, es war an der Zeit, einen Schritt vorwärts zu machen, warte auf mich, sagte sie zu Liche, Nini schlich aus dem Keller und hoch in dem RS-Platz-Wohnzimmer, sie wusste wo die Scheren waren, ganz unten in dem RS-Platz-Nähkorb, Nini nahm sie und achtete darauf, dass sie sie mit den scharfen Spitzen nach unten hielt, so wie sie es gelernt hatte, dann ging sie zurück in den Heizungskeller, es würde nicht leicht sein, aber sie wollte tapfer sein, Liche saß immer noch an dem gleichen Platz, ich will dir nicht wehtun, sagte Nini beweg dich nicht, dann begann sie zu schneiden und zu schnippeln und wieder zu schneiden und der goldene Seitenvorhang, der Liche so lang zum Gefangenen gemacht hatte, fiel geräuschlos auf den Boden, Pippa wachte als erste auf und hatte Mühe, einen Entsetzensschreit zu unterdrücken um Himmels Willen, was hast du getan, der arme, arme Hund Nini antwortete nicht, sie lächelte nur das ist sein Ende, sagte Pippa er wird nie wieder in einer Hundeschow auftreten können, keiner wird ihn haben wollen, doch nun erhob sich Liche und schüttelte sich, um zu zeigen, dass es nichts mehr zu schütteln gab, und dann gebärdete er sich wie toll, er sauste kreuz und quer durch den Keller, wälzte sich auf den Rücken, streckte alle Vierer in die Luft und stieß dabei hohe Freudenschreie aus, Liche war glücklich, er konnte sehen, er konnte sich bewegen, er war frei, endlich konnte er sich als der Hund zeigen, der er war, ein Löwenhund, ein Kämpfer, der Wächter von Kaisern und kein verhätscheltes Spielzeug für alte Damen, die leicht hervorstehenden Augen in seinem kleinen zerknautschten Gesicht glänzten vor Erwartung, jemand hatte ihn verstanden, jemand hatte entdeckt, wer er wirklich war, nun wachte auch Henry auf und sah, was passiert war, aber bevor er etwas sagen konnte, kam Mika rein und meinte, dass es höchste Zeit war, zu verschwinden, 16. Kapitel Sprocket bekommt einen Anruf, der Stallbursche verlor nicht viel Zeit, sobald die Pferde für die Nacht versorgt waren, machte er seinen Anruf, Kurzon war allerdings schon längst nicht mehr im Büro, er kehrte oft nach seiner langen Mittagspause nicht mehr zurück und Fiona ging dann natürlich auch, also läutete das Telefon unten in Sprocket's kleinem Kabuf, erfreut nahm er ab Montgomery's Privatdetekt bei Milton Sprocket am Apparat, dann hörte er zu und wurde immer aufgeregter, während er versuchte, sich Notizen zu machen, ich bin ganz sicher, dass er es ist, sagte die Stimme am anderen Ende sieht genauso aus wie auf dem Foto, stimmt das mit den 20.0 Pfund, ist kein Scherz oder so, ja, das stimmt, erwiderte Sprocket eifrig sagen sie mir bitte, wo genau sie sich befinden, geben sie mir die Koordinaten durch, aber der Stallbursche hatte noch nie was von Koordinaten gehört, keine Ahnung, was sie meinen, Chef, wir sind in Todkasta mit Charlies Zirkus, und sie machen sich mal besser schnell auf den Weg, weil wir nämlich bald weiterziehen, als er aufliegte, war Sprocket in fieberhafter Aufregung, ihm war klar, dass er sofort handeln musste, er konnte nicht erst auf Kurzonsanweisungen warten, dazu kam noch, dass der Junge offensichtlich nicht gekidnappt worden war, wie jeder annahm, sondern weggelaufen, es gab Kinder, die von zu Hause wegliefen, um zum Zirkus zu gehen, das wusste Sprocket, und das bedeutete in diesem Fall, dass der Junge sicher nicht wollte, dass man ihn ausfindig machte und nach Hause brachte, und das wiederum bedeutete, dass Sprocket tief in die Verkleidungskiste greifen musste, auch den Lieferwagen musste er tarnen, am besten wieder mit dem Gemüsehändlerspruch, Sprocket lief zur Kommode und zog die oberste Schublade auf, er gab sich große Mühe, keinen seiner Bärte zu bevorzugen, aber es gab einen, den er besonders mochte, das war ein buschiger Nussbrauner Schnauzbart, der sich auf seiner Oberlippe wie weiches Fell anfühlte, er klebte ihn sich an und fühlte sich auf der Stelle bereit für ein großes Abenteuer, dann packte er ein paar Perücken ein, ein Hörrohr und ein paar Pickel und Furunkel, aber keine Nabben, man musste ja nicht gleich übertreiben, zum Schluss steckte er noch die Flasche mit dem Kunstblut ein, Sprocket rannte hin und her, um alles im Lieferwagen zu verstauen, er installierte das neue Navigationsgerät, den Infrarotsensor, das Nachtsichtgerät, der Beutel, der Henrys Zahnbürste und seine Taschentücher enthielt, wanderte in ein Geheimfach hinter dem Fahrersitz, er entfernte das Schild, auf dem was verlegt oder verloren, nur die Ruhe, kommen sie zu uns, wir finden es im Nussstand, untersetzt es durch das andere mit dem Spruch ist ihr Hunger groß und mächtig, unser Obst ist reif und prächtig, als ihm einfiel, dass er Kurzson eine Nachricht hinterlassen musste, also ging er noch einmal zurück an seinen Computer und schickte Kurzson eine verschlüsselte Mail, in der stand, wohin er fuhr, dann manövrierte er den Lieferwagen aus der Garage und fuhr in Richtung Autobahn, unterwegs kam er an einer Reihe von geschlossenen Geschäften vorbei, in einem davon brannte noch Licht und er konnte lesen, was auf dem Schild im Schaufenster stand, Renda Dog, Rassehunde zum Ausleihen, gleichgültig fuhr Sprocket an dem Laden vorbei, er machte sich nichts aus Hunden, eigentlich hätte bei Renda Dog um diese Zeit kein Licht mehr brennen dürfen, Kalei hatte seit einer Stunde feierabend, außerdem war sie immer noch krank und gehörte ins Bett, aber eine der Hunde, der Mastiff, der aus Versehen den Finger seines Frauchens gefressen hatte, hatte Fieber bekommen, seine Nase war heiß und trocken und er verweigerte das Fressen, Kalei saß bei ihm und überlegte, ob sie um diese Uhrzeit noch den Tierarzt anrufen konnte, nach Geschäftsschluss kümmerten sich die Kakas nicht mehr um ihre Hunde, Kalei fühlte sich elend, sie vermisste die Hunde aus Raum Amir, als sie gedacht hatte, und sie machte sich schreckliche Sorgen wegen Pippa, die Polizei war zurückgekommen und hatte noch mehr Fragen gestellt, Kalei spürte, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis herauskam, dass nicht sie, sondern Pippa am Sonntagabend im Renta-Doc-Gebäude gewesen war, sie zog sich gerade den Mantel an, als Queen Tilly wieder anfing zu jaulen, sie war empört, Queen Tilly war eigentlich immer empört, aber seit ihre Zimmergenossen verschwunden waren, war das Leben bei Renta-Doc schier unerträglich geworden, anstelle von Otto, Franzina und den anderen waren fünf Hunde gekommen, die es einfach nicht verdienten, die gleiche Luft mit einem Hund zu atmen, der einer Thronerbin gehört und von silbernen Tellern gegessen hatte, da gab es einen Erdahle, der an Verdauungsstörungen litt, einen Dackel, der sabbatte, und noch ein paar, die der Erwähnung nicht wert waren, Queen Tilly zuckte, quietschte, winselte und krollte, bis Kalei ihr ein weiteres Kissen in ihr gut gepostetes Schlafkörbchen legte und ein wenig warme Milch brachte, als Kalei dann endlich zu Hause ankam, war sie so erschöpft, dass sie kaum mehr einen Fuß vor den anderen setzen konnte, aber die Zwillinge kamen mit ihren Hausaufgaben nicht voran und brauchten Hilfe und Großvater musste zum Lottoladen gefahren werden, er war durch nichts davon zu überzeugen, dass er niemals so viel gewinnen würde, um die Farm der Familie wieder zurückzukaufen, Kaleis Mutter, MRS Obrein, war noch nicht zu Hause, sie nähte für MRS Nayan, einen Moment lang überlegte Kalei, sie dort abzuholen, die Familie Nayan war immer so freundlich und nett und der Gedanke an ihr wundervolles Haus mit den farbigen Seidenstoffen und exotischen Düften hatte an diesem schrecklichen Abend etwas sehr verlockendes, einmal, als es furchtbar geregnet hatte, hatte MRS Nayan Kaleis Mutter im silbernen Rolls Royce ihres Gatten nach Hause bringen lassen, ein Wagen, so leise und schön, dass man kaum glauben mochte, dass es sich dabei um ein Auto handelte und nicht um ein Gefährt aus einem Traum, aber Kalei war viel zu müde, um irgendwo hinzugehen, als sie ihre Arbeiten verrichtet hatte, griff sie zum Telefon, um Peppa anzurufen, die Schule hatte eine Nummer des Ferienlagers für Notfälle hinterlassen, vielleicht war es am besten, sie zu warnen, im letzten Moment legte Kalei den Hörer auf, sie wollte Peppa nicht die Ferien verderben, sie ging erschöpft zu Bett und versuchte zu schlafen, im Büro von Montgomery's Privatdetektai klingelte pausenlos das Telefon, Donald Fenton versuchte verzweifelt, Neuigkeiten über seinen Sohn in Erfahrung zu bringen, während Albina oben in Henry's Zimmer den funkelnagelneuen beigefarbenen Teppich vollweinte, der am Nachmittag geliefert worden war, zum ersten Mal seit vielen Jahren trug sie kein Mick-Üpp, 17 Kapitel hör nie auf dem Hügel, Mick hatte den Kindern gezeigt, wie sie Todkaster auf dem schnellsten Wege verlassen konnten, zuerst waren sie noch ruhige Landstraßen entlang gelaufen, doch je näher sie dem Moor kamen, desto schmaler wurden die Straßen und mündeten schließlich den holprigen Feldwege, Liché sprang munter voran, er war vorher schon ein kleiner Hund gewesen, aber nun, ohne seinen goldenen Pelz, war er winzig, nicht viel größer als eine gut genährte Ratte, innendrin jedoch war er ein Löwe, und als Pippa versuchte, ihn ein Stück des Weges zu tragen, bellte er wütend, doch nach einigen Stunden brauchte jeder von ihnen eine Pause, nun saßen sie an einer Mauer aus Feldsteinen gelehnt, um sie herum Felder und Hügel, ein Brachvogel rief, ein sanftes Lüftchen wehte, Mick hat es geschafft, etwas Brot und Butter für sie zu besorgen und ein paar Kekse, die sie mit den Hunden teilten, ich hab keine Ahnung, warum er das alles für uns gemacht hat, sagte Henry, ich hoffe, ich kann es ihm eines Tages vergelten, das kannst du, indem du einfach sein Freund bleibst, sagte Pippa, Henry sah sie erstaunt an, ihm war beigebracht worden, dass Freundschaft allein nicht reichte, man musste im Gegenzug etwas geben, ein Geschenk oder Geld, sie wollten gerade wieder aufbrechen, da ertönte hinter einem der Hügel ein schriller Pfiff, die Hunde spitzten erst die Ohren wie bei jedem neuen Geräusch, um sie gleich wieder einzuklappen, als nichts weiter folgte, doch was war mit Henry, eben war sie noch bei ihnen gewesen, in der nächsten Minute war sie über die Mauer gesprungen und ward nicht mehr gesehen, Old Selby, der alte Hirte, hatte seine Hütte schlecht gelaunt verlassen, sein Rücken schmerzte, seine Knie waren steif, doch das allein war es nicht, das ihm Sorgen machte, seine Nichte hatte einen Platz in einem Altersheim für ihn gefunden, in dem er den Rest seines Lebens sicher und bequem verbringen konnte, es nannte sich Rosewood und die Plätze dort waren heiß begehrt, stolz hatte sie ihn herumgeführt merkst du, wie warm es ist, hatte sie gesagt und auf die Heizung gezeigt und das Personal ist rund um die Uhr für dich da, wenn du irgendetwas möchtest, musst du nur läuten, das war wirklich sehr nett von seiner Nichte gewesen, doch wenn er nur an Rosewood dachte, brach ihm der Angstschweiß aus, er hat es in dem Zimmer nicht warm, sondern unerträglich steckig gefunden, und als er aus dem Fenster geschaut hatte, waren da nur Häuser und nochmal Häuser, Selby war nun seit über 50 Jahren Schäfer, er hatte immer in demselben Cottage aus Stein gelebt und die gleiche Schafrasse gezüchtet, jeden Morgen war er vom Gesang der Vögel und dem Sausen des Windes aufgewacht, aber das Alter hatte ihn überwältigt, genau wie seinen Hund Billy, Billy war einer der besten Hüterhunde weit und breit gewesen, doch nun lahmte er und bekam schlecht Luft, nein, seine Nichte hatte Recht, er konnte nicht mehr so weitermachen, er musste seine Herder verkaufen und für Billy ein neues Heim finden und mit etwas Glück würden sie es beide nicht mehr lange machen, doch erst einmal mussten die Schafe vom Hügel runter und in den Pferch getrieben werden, wo das Desinfektionsbad auf sie wartete, der Hund hatte das schon tausendmal gemacht und er würde es auch wieder tun, solange, bis er zusammenbrach, das wusste Selby, er nahm seinen Hirtenstab und schickte Billy los, hechelnd vor Anstrengung lief er auf die Schafe zu und legte sich ein Stück entfernt von der Herder flach auf den Boden, der alte Selby steckte zwei Finger in den Mund und pfiff, das war das Zeichen für Billy, dass er die Schafe zusammentreiben sollte, die Tiere hatten sich in allen Richtungen verteilt und waren so dickköpfig, wie es nur Schafe sein können, außerdem wussten sie, dass Billy nicht länger eine Gefahr für sie darstellte so wie früher, er begann sie zu umrunden, aber ein paar Mutterschafe brachen aus und liefen nach links, der Hund trieb sie wieder zurück, doch nun hatte sich der Rest der Herde wieder getrennt, ein altes Mutterschaf, mit dem nicht gut Kirschen essen war, hatte angefangen zu grasen, kopfschüttelnd sah der alte Selby das mit an, es war hoffnungslos, er war zu alt, um noch einen neuen Hund zu trainieren, es gab keinen Ausweg, das Altersheim war die einzige Lösung, und während Selby diesen traurigen Gedanken nachhing, geschah etwas Schreckliches, ein honiggelber Fleck erschien auf dem Hügel und sauste auf die Herde zu, ein Fuchs, nein, ein streunender Hund, für die Schafe war das fast noch schlimmer verdammte Städter, Knotte Selby müssen immer ihre Köter von der Leine lassen, mühsam stieg er den Hügel hoch und schwenkte drohend seinen Stock, dabei wusste er sehr gut, dass er damit nichts gegen einen Kampfhund würde ausrichten können, plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen, der fremde Hund hatte die wieder borstigen Schafe in einem weiten Kreis umrundet und trieb nun mit gesenktem Kopf und voller Konzentration die Herde zu einem dichten Haufen zusammen, sprang mal nach rechts, mal nach links, um Ausreißer wieder einzufangen, dann legte er sich mit aufmerksam umgespitzten Ohren neben Billy auf den Boden und wartete auf Anweisungen, ein ausgebildeter Hirtenhund, wie war das möglich, es erschien dem alten Selby wie ein Traum und trotzdem stieß er noch einmal einen Pfiff aus, und langsam, aber sicher begann der fremde Hund die Schafe den Hügel hinunter und in Richtung Pferch zu treiben, ausbrechende Schafe wurden sofort wieder zurückgeheult, Der Hund schien zu wissen, was die Schafe vorhatten, noch bevor sie es selbst wussten, jetzt sah Selby auch, dass es eine Hündin war, sie war schnell wie der Wind, wenn es sein musste, aber sie bedrängte die Tiere nicht, bis ihnen nichts in die Waden, mit Billy, der ihr so gut half, wie er konnte, trieb sie die Schafe genau dahin, wo sie hin sollten, für Honey waren die schrecklichen Monate, die sie bei Rantadoc verbracht hatte, mit einem Schlag vergessen, dafür war alles wieder da, was sie einmal gelernt hatte, sie fühlte, wie ihr der Wind durchs Fell fuhr, ihre Augen strahlten, sie hätte ewig so weitermachen können, innerhalb von wenigen Minuten ergossen sich die Schafe wie ein weißer Strom in den Pferch und Selby ging hin und schloss das Gatter das genügt, sagte er zu den beiden Hunden, und Honey blickte zu ihm auf und wedelte mit ihrem burschigen Schwanz, diese Worte kannte sie aus ihrem alten Leben und wusste, was sie bedeuteten, die Arbeit war getan und sie war gut getan, zehn Minuten später saß Selby in seiner Küche und trank Tee, Honey lag auf dem Kaminvorleger neben Billy, der ihr Platz gemacht hatte, und während Selby die beiden Hunde anschaute, erlaubte er sich, ein wenig zu träumen, wenn es nun wirklich ein Wunder war, wenn dieser Hund auf wundersame Weise zu ihm gekommen war, um ihn und seine Herde zu retten, mit einem Hund wie diesem würde er gut noch fünf Jahre so weitermachen können und dieses Rooswood könnte ihm gestohlen bleiben, ein Klopfen an der Tür unterbrach seine Gedanken, und als er öffnete, stand da ein kleines Mädchen, das völlig außer Atem war und sehr besorgt aussah, bitte entschuldigen sie die Störung, aber haben sie vielleicht einen langen Haarkolier gesehen, mit schwarz-weiß-braunem Fell, sie hat einen Pfiff gehört und ist auf und davon, Selby führte sie in die Küche und zeigte auf den Kaminvorleger hätte mir ja denken können, dass es zu schön ist, um wahr zu sein, sagte er, als Honey sich erhob und zur Begrüßung mit dem Schwanz wedelte du weißt, dass sie ein Hüttehund ist, und zwar ein ganz besonders guter, du hättest sie mal sehen sollen, wie sie die Schafe zusammengetrieben hat, ja, ich weiß, erwiderte das Mädchen sie ist nicht weit von hier ausgebildet worden, aber ihr Besitzer musste seinen Hof aufgeben, eine Familie mit kleinen Kindern hat sie gekauft und dann, Pippa brach ab, um mein Haar hätte sie sich verplappert und von Renta Dog erzählt, Honey rieb liebevoll ihre Schnauze an Pippas Bein, schließlich war sie es gewesen, die sie befreit hatte, sie erinnerte sich an die anderen Hunde, sie erinnerte sich an die Reise, die sie zusammen unternommen hatten, doch dann lief sie zurück zum alten Selby und schaute zu ihm auf, hier war jedoch ihr wahrer Herr, hier konnte sie das tun, was sie tun wollte, und sie selbst sein, dann nahm sie verwirrt zwischen Pippa und dem Hirten Platz, Selby beugte sich zu ihr hinunter und kraulte sie zwischen den Ohren, er wusste, dass er sie behalten konnte, er musste nur sagen, bleib, und sie würde bleiben, Pippa schwieg, sie musste an Franzine denken, Honey würde sich entscheiden müssen, aber war das auch fair, in Pippas Klasse war ein Mädchen gewesen, dessen Eltern sich hatten scheiden lassen, sie war ganz gut damit zurecht gekommen, bis sie sich eines Tages entscheiden sollte, bei welchem Elterteil sie leben wollte, danach war sie einfach zusammengebrochen, wenn es schon für einen Menschen so schwierig war, sich zu entscheiden, wie dann erst für einen Hund, schließlich war es der alte Selby, der Honey die Entscheidung abnahm, er hatte noch nie jemanden den Hund weggenommen und würde das auch nicht tun, aber es fiel ihm schrecklich schwer, er hob seinen Stock und rief Honey zu, los, verschwinde, sagte er so unfreundlich, wie er nur konnte raus mit dir, Honey jaulte auf, schaute ihn an und leckte ihm die Hand, aber er hielt immer noch drohend den Stock und langsam, ganz langsam und immer wieder über die Schulter zurückschauend, folgte die Hündin Pippa aus der Tür, der alte Selby stand auf seiner Veranda und sah ihnen hinterher, Wunder gab es, das war mal sicher, aber anscheinend nicht für ihn, seine Augen wurden feucht, ärgerlich wischte er sie mit seinem Ärmel trocken verdammter Wind, murmelte er, dann ging er zurück ins Haus und griff zum Telefon, um seine Nichte anzurufen, 18. Kapitel der Müllgangster, eigentlich war Kevin Dawgs ein netter Mensch, immer bereit, anderen zu helfen, er half dem Manager des Supermarktes, der nicht wusste, wohin mit dem verrotteten Gemüse und den alten Plastiktüten, er half dem Besitzer der Kneipe, der seinen kaputten Fernseher loswerden wollte und ein Fahrrad, das sein Sohn zu Schrott gefahren hatte, und er half dem Automechaniker, der nicht wusste, wohin mit den Kanistern voll Altöl und anderen giftigen Flüssigkeiten, Kevin half all diesen Leuten, indem er den Müll auf seinen Kipplaster lud und irgendwo verschwinden ließ, er brachte ihn zu abgelegenen ländlichen Plätzen, kiebte ihn zum Beispiel in einen Wald voller Gluckenblumen, oder in einen Fluss oder auf ein frisch bestelltes Feld, ihm war egal, wo, Hauptsache, es gab keine Zeugen, natürlich verlangte er Geld für diese Dienste, illegal Müll abzuladen ist verboten und ziemlich gefährlich, Kevin musste ständig auf der Hut vor der Polizei sein, und da er bei weitem nicht das verdiente, was seine Arbeit wert war, hatte er auch noch ein paar andere Jobs, er hortete die bis gut wie Zigaretten oder Schmuck oder Werkzeug, das erst einmal aus dem Verkehr gezogen werden musste, bevor man es weiter verkaufen konnte, er besaß einen Schuppen am Rande des Moors, der ihm als versteckt diente, nachdem die Kinder den Schäfer verlassen hatten, waren sie stramm marschiert und am frühen Nachmittag erreichten sie einen von Birken gesäumten Weg, der an einem fröhlich blätschernden Flüsschen entlang führte mein Großvater sagt, dass man aus all den Flüssen und Bächen hier oben trinken kann, erzählte Henry das Wasser kommt aus den Bergen und ist das sauberste von ganz England, geh ruhig schon mal vor, ich will nur meine Wasserflasche, in Ordnung, sagte Pippa, aber bleibt nicht zu lange, sie ging mit den anderen Hunden weiter, während Henry und Fleck das steile Ufer hinunterkletterten, es war wunderschön hier, dunkelgrüne Farnkrautwedel entrollten sich, zwischen den Birken wuchsen blaue Glockenblumen, diese verwunschen Flussstäle hatten einen eigenen Zauber, Fleck war vorausgelaufen, doch nun kam er zu Henry zurück und hielt ihm seine Pfote entgegen, was ist denn, Fleck Fleck winselte und Henry sah zwischen seinen Kallen ein Stück rostigen Draht, er zog es vorsichtig heraus und jetzt bemerkte er auch den Geruch, ein Geruch, der zu diesem lieblichen Ort überhaupt nicht passte, ein übelkeiterregender Gestank nach Fäulnis und Verfall, dann erblickte Henry einen Berg von Müll, der sich den Abhang hinunter in den Fluss ergoss, eine zerschlissene Matratze, Kanister, aus denen Öl ins Gras lief, und jede Menge vergammelter Lebensmittel, aus einem umgekippten Sofa starken die Sprungfedern heraus, und über allem hing dieser unerträgliche Geruch, Henry wusste nicht, wie er wieder zurück auf den Weg gekommen war, er stand unter Schock, wer konnte das getan haben, wer konnte diese Idylle in eine Müllkippe verwandelt haben, er hielt immer noch die Luft an, während er sich bückte, um seinen Schnürsenkel zuzubinden, in diesem Moment fuhr ein Laster an ihm vorbei, bremste ab und rollte rückwärts auf ihn zu, Kevin hatte seine Ladung in den Fluss gekiebt und in seinem Wagen ein Nickerchen gemacht, wie man es tut, wenn man seine Arbeit ordentlich erledigt hat, er wollte gerade wieder zu seinem Versteck im Moor fahren, als er am Wegesrand einen Jungen sitzen sah, der Junge war blond und trug einen blauen Anorak, und irgendwie kam er ihm bekannt vor, in Kevins Nacken stellten sich die Haare auf, das taten sie immer war, wenn er ein gutes Geschäft bittete, er bremste und griff nach der Zeitung, ja, es war genau, wie er es sich gedacht hatte, er hatte die Anzeige beim Frühstück gesehen und nun schaute er sie sich genauer an, das war er, das war der Junge, für den es 20000 Belohnung gab, er schaute noch einmal hin, doch ein Irrtum war ausgeschlossen, Kevin konnte sein Glück kaum fassen, er lehnte sich aus dem Fenster und rief, so freundlich er konnte, soll ich dich ein Stückchen mitnehmen, Henry schüttelte den Kopf, danke, aber ich bin mit meiner Freundin unterwegs, ich muss sie nur einholen, Kevin grinste, es war klar, dass der junge Locke in der Zeitung hatte nichts von einer Freundin gestanden, aber er würde so tun, als ob er es glaubte, kein Problem, ich fahre in dieselbe Richtung, ich gabelte sie auf und bring euch beide ins nächste Dorf, es ist nicht weit, ach übrigens, ich bin Kevin, Henry zögerte, aber nur kurz, er hatte schon zu viel Zeit verloren, Mick hatte er auch vertraut und war nicht enttäuscht worden, die Menschen hier oben im Norden waren einfach nett und freundlich in Ordnung, vielen Dank, sagte er und kletterte in die Fahrerkabine, dann hob er Fleck hoch, aber der Hund benahm sich eigenartig, als Kevin den Motor startete, fing er an zu knurren und zeigte seine Zähne still, Fleck, sagte Henry, doch der sonst so gehorsame Fleck reagierte nicht, Henry versuchte ihn zu beruhigen und bemerkte nicht gleich, dass der LKW scharf nach links in einen holprigen Pfad eine Bogen war halt, sagte er das ist der falsche Weg, wir müssen geradeaus fahren, und als Kevin nicht reagierte, sagte er lauter, wo fahren sie hin das merkst du noch früh genug, sagte Kevin, seine Stimme klang nun ganz anders als vorher, basch und unfreundlich, Fleck war nun nicht mehr zu beruhigen, er sprang von Henrys Schoß und versuchte, auf das Lenkrad zu klettern, und die ganze Zeit über bildete er aus Leibeskräften halt, die Klappe, blöder Köter, sagte Kevin, er packte den Hund am Genick und warf ihn aus dem Fenster, Henry schrie laut auf und versuchte, die Tür aufzumachen, doch Kevin streckte einen Arm aus und hielt ihn fest, er würde sich die 20.0 Pfund nicht durch die Lappen gehen lassen, während Fleck ängstlich jaulend auf dem Weg zurückblieb, fuhr der Lasterberg auf zu einem Schuppenausstein mit einem Wellblechdach, Kevin zerrte den zappelnden Jungen aus dem Wagen und schubste ihn durch die Tür Fleck, schrie Henry, dann schlug die Tür zu, der Riegel wurde vorgeschoben und er war gefangen, Kevin grinste zufrieden, nun musste er nur noch die Nummer aus der Anzeige anrufen und dann war er um 20.0 Pfund reicher, der verfluchte Köter jaulte und winselte immer noch und versuchte zu Henry in die Hütte zu gelangen, immer wieder sprang er an der Tür hoch, blöde Tüle, Kevin hob einen Stein auf und schleuderte ihn auf den Hund, er traf ihn an der Seite, dann zog Kevin sein Handy heraus und ging weiter den Hügel hoch, um ein Netz zu bekommen, Fleck war außer sich, der Stein hatte ihn schmerzhaft an der Schulter getroffen, von drin konnte er Henrys Stimme hören, wie sie panisch seinen Namen rief, ein paar Minuten rannte Fleck weiter nutzlos um die Hütte herum und versuchte einen Weg hinein zu finden, doch plötzlich hörte er damit auf und sauste schnell wie der Wind den Hügel runter und zurück auf die Straße, Pippa wurde langsam ärgerlich, was trieb Henry denn bloß so lange, er brauchte ja eine Ewigkeit, um seine Wasserflasche zu füllen, die Hunde hatten brav da gesessen und mit ihr gewartet, doch nun standen sie auf und starrten mit vor Erregung zuckenden Nasen auf die Straße, ein weißer Pfeil schoß auf sie zu, der sich beim näherkommen in Fleck verwandelte, der kleine Hund hechelte vor Anstrengung, aber er wollte sich nicht ausruhen, er sprang an ihnen hoch, drückte ihnen die Schnauze in die Seite und bildte aufgeregt wo ist Henry, fragte Pippa, ihr Herz fing ängstlich an zu klopfen wo ist er, Fleck flick rannte abwechselnd von ihr zu den anderen Hunden, dann lief er auf die Straße zurück und drehte sich immer wieder nach ihnen um, zuerst wussten die Hunde nicht, was Fleck von ihnen wollte, doch dann begriffen sie und auf einen Schlag verwandelten sich die sonst so freundlichen Haushunde in eine blutrünstige Meute, sogar Liechsee, der im Gefolge der anderen über das Heidekraut jagte, spürte das Wolfsblut in seinen Adern pulsieren, denn Wölfe waren sie in grauen Vorzeiten gewesen und Zwölfen waren sie wieder geworden, Kevin hatte den Anruf erledigt und war sehr zufrieden mit sich, der Junge hämmerte immer noch gegen die Tür der Hütte, aber das würde er schon leid werden, Kevin musste jetzt nur noch warten, bis er ihn übergeben konnte, er streckte sich im Gras aus und dachte an all das, was er sich von der Belohnung kaufen wollte, einen neuen LKW, die Anzahlung auf einen kleinen Bungalow, eine Reise nach Les Weges, und dürste ein, er wachte auf vom Druck zweier riesiger Pfoten auf seiner Brust, aus einem gewaltigen Maul mit grauen erregenden Zähnen tropfte Speichel in sein Gesicht, dann wurde erst an seinem rechten, dann an seinem linken Bein gezerrt, seine Hose zerriss, als sich Franzine und Hanni darin verbissen aufhören, schrie Kevin in Todesangst loslassen, sofort doch nun tauchte auch Liche auf, sprang auf Kevins Bauch, verschwand unter Ottos Brustkorb und schlug seine kleinen Nadelspitzenzähne in Kevins Nase, das war zu viel, Kevin rappelte sich mühsam auf und taumelte in einer Boge wahnsinnig gewordener Hunde zu seinem Wagen, er schaffte es, den Pekinesen abzuschütteln, und griff mit blutender Nase nach dem Türgerich, doch nun war Flick an der Reihe, bevor Kevin die Tür öffnen konnte, rannte der Tottenhamter ja auf ihn zu, sprang an ihm hoch und biss ihn wütend in den Hintern, Kevin stolperte, fiel aufs Trittblich und wurde ohnmächtig, so fand ihn Pippa und danach ging dann alles ganz schnell, Henrys Schläge von innen gegen die Tür der Hütter wurden lauter, Pippa sah das Vorhängeschloss, sie durchsuchte die Hosentaschen des bewusstlosen Mannes und fand den Schlüssel, binnen Kurzem war Henry frei und versuchte Flick zu beruhigen, der außer sich vor Freude war, während Pippa die Tür wieder abschloss und den Schlüssel wieder zurücksteckte, wir müssen übers Moor gehen, sagte sie, nachdem Henry ihr berichtet hatte, was geschehen war, wir können es nicht riskieren, auf der Straße zu laufen, solange die Sonne scheint, können wir uns orientieren, die Küste ist östlich von uns, Henry und Pippa stiegen den Hügel hinauf, die Hunde umkreisten sie immer noch aufgeregt, es war nicht leicht, auf dem unebenen Grund zu laufen, aber sie wollten keine Pause machen, solange sie nicht sicher waren, ob Kevin sie verfolgte, doch nach ein paar Stunden waren die Kinder am Ende ihrer Kräfte, ich muss erst mal Luft holen, sagte Pippa, als sie zu einem kleinen Fleckchen Gras kamen, das von Warhol der Büschen umstanden war, sie ließ sich fallen und Henry setzte sich neben sie hier, Fleck, sagte er und griff in seine Tasche, du kannst dein Tuch haben, du hast es dir verdient, Fleck schnappte nach dem Tuch und wedelte dankbar mit dem Schwanz, doch dann hörten die Hunde irgendein Geräusch aus dem Gestrüpp und sausten los, war das ein Hase, fragte Henry, Pippa zuckte mit den Schultern, ich hab's nicht gesehen, aber unsere fünf müssen ziemlich hungrig sein, vielleicht finden sie ja etwas, das sie fressen können, sie sind bestimmt gleich wieder da, Pippa hatte recht, die Hunde kehrten unverrichtete Dinge zurück, was immer sie aufgestübert hatten, es war wohl schneller als sie gewesen, als Henry Fleck über den Kopf strich, sah er, dass der sein Tuch verloren hatte, wo ist es, fragte er, wo ist dein Tuch, Fleck sah auf den Boden, dann hoch zu Henry, rannte suchend ein Stück und kehrte zurück, während Henry ihn besorgt ansah, was das nur wieder für einen Aufstand geben würde, bisher hatte Fleck das Tuch wie sein Augapfel gehütet, doch nach kurzer Zeit setzte sich Fleck hin und leckte ausgiebig seine Pfoten sauber, es war nicht mehr wichtig, wo sein Tuch war, als er Kevin in den Hintern gebissen hatte, hatte er Blut geschmeckt, und ein Hund, der das getan hat, braucht keine Schmusetücher mehr, 19. Kapitel 2 Höllenhunde, den Anruf von Kevin hatte kurz und höchstpersönlich entgegengenommen, und als er aufliegte, jubelte er innerlich, was für ein Durchbruch, der Junge war nicht nur gesehen, sondern auch festgehalten worden, er steckte in einem Schuppen und wartete nur darauf, eingesammelt zu werden, in Gedanken gab Kurzon schon das Geld aus, dass Donald Fenton ihm dafür zahlen würde, er war gar nicht mehr sicher, ob eine Yacht so eine gute Idee war, ein Freund von ihm baute Ferienhäuser auf einer Insel im Pazifik, die waren mit jedem erdenklichen Luxus ausgestattet, der reinste Wahnsinn, warum sollte er warten, bis Fenton mit dem Geld rüberkam, warum nicht schon mal eine Anzahlung leisten, Kurzon lehnte sich in seinem Stuhl zurück und stellte sich vor, wie er auf einem Surfbrett durch das türkisblaue Wasser pflügte, während ihn am Ufer eine Horde hübscher Mädchen im Bikini bewunderte, dann fiel ihm ein, dass er Sprocket so schnell wie möglich losschicken musste, um den Jungen abzuholen, und ergriff zum Telefon Sprocket, bellte er in den Hörer Ich brauche Sie auf der Stelle, Sie müssen in den Norden, der Junge ist gesehen worden, jawohl, Sir, ich weiß, aber ich bin bereits im Norden, äh, was, wovon reden Sie, ich bin in Totcaster, Sir, sprach Sprocket geduldig weiter, ich hab Ihnen eine Mail geschickt, oh, haben Sie das, dann ist anscheinend der Computer kaputt, der Computer war nicht kaputt, Kurzon war technisch nur nicht sehr begabt und hatte alles gelöscht, was er nicht verstanden hatte, außerdem konnte er sich keine Passwörter merken, hören Sie gut zu, sagte er jetzt, ich habe einen Anruf von einem gewissen Kevin Darks erhalten, er befindet sich irgendwo zwischen Hildaller und Grant End, er las vor, was Kevin ihm mitgeteilt hatte, er will keine Polizei und weigert sich, mit jemandem in Uniform zu sprechen, haben Sie mich verstanden, jawohl, Sir, vollkommen, ich mache mich sofort auf den Weg Sprocket hatte in Totcaster keinen schönen Tag verbracht, er war die ganze Nacht durchgefahren, und als er schließlich im Zirkus ankam, fand er dort einen sehr wütenden Steilknecht vor er ist abgehauen, erzählte er Sprocket muss sich in der Nacht vom Acker gemacht haben, aber er war's, also will ich auch was von der Belohnung abhaben, danach hatte Sprocket die Leute im Zirkus befragt und alle hatten ihm versichert, der Junge sei zurück zu seiner Tante Elsa gefahren, die ihn hatte holen lassen, weil ihr Schwager im Krankenhaus lag, jeder andere an seiner Stelle hätte längst aufgegeben, aber nicht Sprocket, wie ein Frettchen steckte er seine Nase in alles und erfuhr, dass ein paar Kinder aus einem Waisenhaus im Zirkus gewesen waren und wohl auch mit dem Jungen gesprochen hatten, also fuhr Sprocket zu Grei Stokehaus und parkte seinen Lieferwagen vor dem Tor, er hatte gerade sein Fernglas augepackt und wollte das Heim observieren, als eine Frau an seine Scheibe klopfte und einen Blumenkohl verlangte, bitte einen, der schön knackig ist, sagte sie aber zu groß sollte er auch nicht sein, wir sind nur noch zu zweit, jetzt, wo meine Tochter nach London gegangen ist, es war gar nicht einfach, die Frau wieder loszuwerden, und irgendwie war Sprocket ja auch selbst schuld, wenn er statt Gemüsehändler als Klimpner unterwegs sein würde, wäre das nicht passiert, aber obwohl er die ganze Nacht gegrübelt hatte, war ihm immer noch kein passender Reim auf Toilette eingefallen, doch es sollte noch schlimmer kommen, als er sich endlich das Fernglas an die Augen hielt und das Heim ins Visier nahm, stürzte eine dicke Frau durchs Tor und fing an, ihn zu beschimpfen wie können sie es nur wagen, sie alter Dreckskerl, greichte sie unschuldige Kinder aus zu spionieren, ich hole gleich die Polizei, Sprocket fuhr weg, er war empört, schließlich war er erst 26 und es schmerzte ihn sehr, als alter Dreckskerl bezeichnet zu werden, doch dann riff Kurzon an und seine Stimmung besserte sich, er hielt nur kurz an, um seinen Bart zurecht zu rücken und eine Straßenkarte zu Rate zu ziehen, denn die Gebrauchsanweisung für sein neues Navi war dummerweise auf Finish, dann machte er sich auf den Weg nach Hildale, langsam kam Kevin wieder zu Bewusstsein und bemerkte als erstes, dass seine Hose zerrissen war, sowohl sein Hinterteil als auch seine Nase schmerzen ganz erbärmlich, aber das Wissen, dass er sehr bald ein reicher Mann sein würde, tröstete ihn ein wenig, der verfluchte Bengel gab auch endlich Ruhe, aus dem Inneren des Schuppens war jedenfalls nichts mehr zu hören, in diesem Moment rumpelte ein Lieferwagen auf ihn zu, Kevin rappelte sich verärgert auf, was dachte sich dieser Trottel von einem Fahrer nur, hier einfach lang zu fahren, das war Privatgelände, aber sein Ärger verflog sofort, als der Fahrer ausstieg und sagte, Milton Sprocket von Montgomery's Privatdetektor, Sie haben den Jungen, ich hab den Jungen, aber haben Sie das Geld keine Sorge, Sie kriegen ihr Geld, sagte Sprocket großzügig, sobald ich den Jungen abliefere, geht klar, sagte Kevin kommen Sie, er ist in dem Schuppen da drüben, war ein schönes Stück Arbeit, ihn da rein zu bekommen, ist er gewalttätig, fragte Sprocket ängstlich, Kinder waren heute viel größer und auch stärker als früher, das kam von dem ganzen gesunden Essen, das man in sie hineinstupfte, Kevin warf Sprocket einen verächtlichen Blick zu, schoss auf und öffnete die Tür, er machte einen Schritt zurück, nichts passierte, komm raus, ich weiß, dass du da bist, immer noch kein Laut, Kevin betrat die Hütte, und kam mit hochrottem Kopf wieder heraus, er ist abgehauen, der kleine, miese, einige der Schimpfwörter, die Kevin nun benutzte, hatte Sprocket noch nie gehört, obwohl er doch nicht nur Detektiv, sondern auch Dichter war und sich mit Wörtern auskannte, er war da drin, sagte Kevin, als er endlich aufgehört hatte zu fluchen, er war verdammt nochmal da drin, das glaube ich gern, sagte Sprocket, letzte Nacht hat man ihn in Totcaster gesehen, ich lass mich doch nicht von so einem Knirps austricksen, sagte Kevin, ich habe einen Kumpel, der wird uns helfen, ihn wieder aufzuspüren, kommen Sie mit, Sie können wir Ihren Lieferwagen hier lassen, wo wollen Sie denn hin zu meinem Freund Colin, er wird Dat und Terminator auf den Jungen ansetzen, und denen entkommt er nicht, das ist mal sicher, Dat und Terminator waren Hunde, Sprocket musste sich das immer wieder vorsagen, es waren ganz normale Hunde, nicht etwa Monster oder Höllenhunde aus einem Horrorfilm, doch als er sah, wie sich die Bestien grollend und geifert gegen den Drahtzaun ihres Zwingers warfen, mochte er das kaum glauben. Als Kevin ihm erklärt hatte, dass er sich Colins Spürhunde ausleihen wollte, war Sprocket zwar etwas nervös, aber auch aufgeregt gewesen. Er hatte Bilder von Bluthunden gesehen, sie hatten zerknautschte Gesichter und traurige Augen und konnten jeder menschlichen Spur folgen, doch Dat und Terminator hatten weder zerknautschte Gesichter noch traurige Augen, es waren stämmige Bieste mit ausgeprägtem Brustkorb, kurzem grauen Fell, kleinen Ohren und krummen Beinen, und sie waren bösartig, sehr bösartig, man sah deutlich, dass ihre Vorfahren Pete Bulls waren, aber es steckte noch anderes, nicht unbedingt friedfertiges Blut in ihnen, das ganze Tier war perfekt ausgerichtet, es, was flüchtete, aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Als Colin die beiden aus ihren Zwinger holte und sie nach ihren Leinen schnappten, gestattete Sprocket sich eine Frage, die Hunde werden dem Jungen doch aber nicht wehtun, oder, ich glaube nicht, dass die Belohnung bezahlt wird, wenn er irgendwie beschädigt ist, nee, die sind abgerichtet, sagte Colin und spuckte auf den Boden, sie halten ihn höchstens fest, aber in Stücke reißen tun die ihn erst, wenn ich sage, während die furchterregenden Viecher auf einen Pick abgeladen wurden, sagte Kevin zu Sprocket, es kennt sich echt keiner besser mit den Hunden aus als Colin, sie erreichten Kevins Versteck und die Hunde sprangen vom Wagen, Sprocket gab Colin hängeres Taschentuch und die Hunde schnüffelten um die Hütte herum, dann fingen sie plötzlich aufgeregt an zu Ben und rasten den Hügel hoch, hab's doch gewusst, sagte Kevin der ist übers Moor, die nächsten Stunden waren für Sprocket alles andere als angenehm. Er hastete hinter Dart und Terminator her, die wie wild an der Leine zogen, und während sie das taten, trank gruseliges, halbwahnsinniges Ben aus ihren Kehlen. Ihm gefrohr das Blut in den Adern sind sie sicher, dass die dem Jungen nichts tun, fragte Sprocket von Zeit zu Zeit wenn sie ihn erstmal haben, sind die Lamm fromm, sagte Colin, und Sprocket konnte nur wiederholen, dass für einen Jungen, der in Stücke zerteilt zurückkomme, keiner auch nur einen Penny bezahlen würde. Die Jagd ging weiter, sie stolperten durch Sumpfgebiete und verwelkten Fahnen. Das Wetter schlug um, ein scharfer Wind blies vom Meer her, gefolgt von Regentropfen und plötzlich spürte Sprocket die Kälte auch auf seiner Oberlippe und stellte entsetzt fest, dass er unterwegs seinen geliebten Schnauzbart verloren hatte. Die schrecklichen Bestien ließen sich weder von Wind noch Wetter abhalten, sie stürmten weiter vorwärts, und gerade als Sprocket glaubte, er könne keinen einzigen Schritt mehr tun, hielten die Hunde inne, schnüffelten, kreisten, und jagten mit wildem Gekleffe plötzlich in eine andere Richtung davon sie haben Witterung aufgenommen, rief Colin über seine Schulter ich lass sie besser laufen, er ließ die Hunde von der Leine und die gingen ab wie eine Rakete sie haben ihn, da, hinter den Bäumen, schrie Colin kommt mit er lief hinter den Hunden her und Kevin und Sprocket folgten, sie krochen in das kleine Gehölz, in dem die Hunde verschwunden waren, Colin hatte Recht gehabt, die Jagd war vorbei, Dart und Terminator standen einander gegenüber, beide zerrten an etwas Blauem, das sie fest zwischen den Zähnen hielten, die Männer kamen näher und sahen, was es war, ein ganz gewöhnliches Handtuch, das war kein schöner Moment, die Hunde zeigten deutlich, dass sie kein Interesse mehr an einer Verfolgungsjagd hatten, schließlich hatten sie ihren Job erledigt, sie spielten Tauziehen mit ihrer Beute und stießen dumpfes Colin aus, als sie das Tuch endlich in der Mitte durchgerissen hatten, hockten sie sich hin, um es in Ruhe zu verspeisen, das Wetter wird ziemlich ungemütlich, sagte Colin und schlug seinen Kragen hoch, wir suchen uns mal lieber einen Unterschlupf und versuchen es morgen früh weiter, die Hunde nehmen die Spur bestimmt wieder auf, was für einen Unterschlupf, fragte Sprocket leicht beunruhigt, sein Unbehagen war gerechtfertigt, eine halbe Stunde später gelangten sie an eine Schutzhütte, sie bestand nur aus vier Wänden, einem undichten Dach und einem von Schafskörteln übersehten Boden, der Wind pfiff durch die Risser in den Wänden, Wasser tropfte von der Decke, Kevin und Colin schien das nicht weiter zu stören, sie zogen ihre Flachmänner mit Whisky heraus, rülpsten, erzählten dreckige Witze, und als sie so richtig betrunken waren, schliefen sie ein, doch der arme Sprocket fand keinen Schlaf, in sein Jackett gewickelt hatte er sich in eine Ecke gekauert, noch nie in seinem Leben hatte er sich so elend gefühlt, er hatte als Nutration ein paar Kekse in der Tasche, doch jedes Mal, wenn er einen herausziehen und essen wollte, erschien einer der Hunde und hielt mit den Zähnen Sprockets Handgelenk umklammert, bis er den Keks fallen ließ, während die Stunden vergingen und der Regen auf das morsche Dach prasselte, versuchte Sprocket sich, so gut es ging, bei Laune zu halten, wenn er den Jungen heil zurückbrachte, würde Kurzon ihn vielleicht ab und zu nach oben kommen lassen oder ihm sogar ein Büro neben der hübschen Fiona geben, vielleicht wäre er dann auch endlich in der Lage, einen passenden Reim auf Toilette zu finden, doch im Laufe der Nacht zerplatzen Sprockets Träume, er hatte, wie sich einer der Hunde in der Ecke der Hütte übergab, und im Schein der Taschenlampe erkannte Sprocket die ausgewürgten Reste des blauen Handtuchs und daneben, mit Schleim bedeckt, aber unverkennbar seinen heißgeliebten Schnauzbart, Henry und Pippa stolperten durch die regnerische Nacht und wären über eine fensterlose, undichte Hütte heilfroh gewesen, sie befanden sich mitten im Moor und wussten nicht weiter, sie hatten sich nach dem Stand der Sonne gerichtet und waren zuerst auch gut vorangekommen, eigentlich wollten sie die Küste vor Einbruch der Nacht erreicht haben, doch dann war das Wetter umgeschlagen, die Sonne verschwunden und es kamen Dunkelheit und Regen, Pippa und Henry waren Großstadtkinder und völlig überwältigt von der Schwärze der Nacht, in London wurde es nie völlig dunkel, aber es war nicht nur die Abwesenheit von Licht, die sie ängstigte, eine feindliche Macht schien sie am Weitergehen hindern zu wollen und der Regen kam auch nicht etwa nur von oben, sondern von allen Seiten, getrieben vom unermüdlich pfeifenden Wind, das Wasser lief in ihre Anoraks und durchweichte ihre Schuhe, dazu litt Henry noch unter den Nachwirkungen eines Schocks, die Stunde, die er eingesperrt in Kevins Schuppen verbringen musste, hatte ihm mehr zugesetzt, als er gedacht hatte, inzwischen war er sicher, dass sie das Haus seiner Großeltern nie erreichen würden, wenn wir jetzt Rast machen, sterben wir bestimmt an Entkräftung, sagte Pippa, ich hab nie verstanden, was das heißen soll, aber jetzt weiß ich es, wir sterben auf jeden Fall, egal, ob wir weitergehen oder nicht, murmelte Henry, sie stolperten weiter über Geröll und durch Bachläufe, die auch nicht viel nasser waren als der Boden unter ihren Füssen, die treuen Hunde folgten ihnen, Liché, der ohne sein Fell schrecklich fror, stieß lauter der Verzweiflung aus, die nicht sehr löwenhaft klangen, und als Pippa ihn hochhob, vergrub er seine Schnauze in ihrer Jacke, die anderen trotteten tapfer vorwärts, einen Voranfleck, seit er Henry aus Kevins Klauen befreit hatte, schien er über sich selbst hinausgewachsen zu sein, die Hunde behielten sich stets im Blick, wenn einer von ihnen in der Dunkelheit verschwand, warteten die anderen auf ihn, als die Kinder einen Lichtschimmer entdeckten, glaubten sie zuerst an eine Halluzination, sie wussten, dass Menschen, die am Ende ihrer Kräfte waren, oft Dinge sahen, die es nicht gab, doch das Licht war wirklich, es wurde stärker, und als sie näher kamen, sahen sie, dass es die erleuchteten Fenster eines großen Anwesens waren sieht aus wie ein Schloss, sagte Pippa gehört bestimmt einem Menschenfresser, brummte Henry wer sonst würde in dieser Einöde leben wollen, doch sie hatten keine andere Wahl, sie mussten nach einem Dach über dem Kopf fragen, egal, ob der Bewohner sie der Polizei ausliefern oder womöglich auffressen würde, vor einem großen Tor blieben sie stehen und zogen an einem Glockenstrang, sie hörten, wie die Glocke im Inneren des Gebäudes wiederhallte, doch nichts geschah, sie wollten gerade noch einmal läuten, als sich das Tor einen Spalt öffnete und ein von einer Kapuze halb verdecktes Gesicht erschien, das Gesicht verschwand wieder und nach einer geraumen Weile ging das Tor ganz langsam auf und vor ihnen stand eine große, dunkel verhüllte Gestalt, sie sagte kein Wort bitte, begann Pippa, aber sie kam nicht weiter, denn nun geschah etwas Schreckliches, Otto, der kluge, immer friedliche Hund, dem sie bedenkenlos ihr Leben anvertraut hätten, benahm sich plötzlich wie ein Wahnsinniger, ein tiefes Krollen stieg aus seiner Kille, und bevor sie ihn zurückhalten konnten, warf er sich mit seinem ganzen Gewicht dem Mann entgegen und legte seine Pfoten auf dessen Schultern, die Kinder wollten wieder gehen, hier würde ihnen niemand Unterkunft gewähren, doch dann sahen sie, was Otto tat, er leckte dem Mann das Gesicht ab, sein Krollen war zu einem freundlichen Brummen geworden, er wedelte so heftig mit dem Schwanz, dass dieser aussah wie ein sich schnelldrehender Propeller, der Mann ließ die stürmische Begrüßung eine Weile zu, dann löste er vorsichtig Ottos Pfoten von seinen Schultern und kam auf Henry und Pippa zu sein Willkommen, meine Kinder, sagte er tretet ein, dürfen unsere Hunde auch mit, fragte Pippa wenn an diesem Ort Hunde nicht willkommen wären, wo sonst, sagte der Mann mit einem Lächeln, zwanzigster Kapitel Otto erinnert sich, Henry und Pippa waren im Kloster von Sankt Drog, der Mann, der sie willkommen geheißen hatte, war der Abt des Klosters, nun führte er sie einen langen Korridor entlang, an dessen Wänden Bilder von Heiligen hängen, im Kloster war es warm, ruhig und es roch angenehm nach Lilien und Bienenwachs, den halb erfrorenen Kindern kam dieser Ort wie das Paradies vor, die ganze Zeit blieb Otto dem Abt dicht auf den Fersen, jetzt verstehe ich es, flüsterte Pippa Henry zu Otto stammt aus einem Kloster in der Schweiz, der Abt dort hatte ihn mit der Flasche aufgezogen, das hat mir Kailai erzählt, der Abt übergab die Kinder einem rundlichen Mönch mit freundlichem Gesicht, der sich als Bruder Mankem vorstellte, er führte sie in einen Raum, in dem ein helles Feuer brannte, sie bekamen trockene Sachen in allen möglichen Größen, aus denen sie sich das Passende heraussuchten, ein anderer Mönch rubelte die Hunde mit einem Handtuch ab, dann wurden sie ins Refektorium geführt, wo die Mönche an einem langen Tisch saßen und aßen, am Kopfhinde der Tafel hatte in einem mit Schnitzwerk verzierten Stuhl der Abt Platz genommen, an einem Stehpult stand ein alter Mönch und las aus dem Leben der Heiligen vor, die Kinder setzten sich auf eine Bank, sie bekamen zwei Teller mit Suppe und große Stücke Brot, und während sie aßen, sahen sie aus den Augenwinkeln, dass auch die Hunde sich über gut gefüllte Fressnäpfe beugten und hungrig frassen, nach der Suppe gab es eine Schüssel mit Obst, Henry konnte gerade noch erkennen, dass es Äpfel und Birnen waren, dann verschwamm alles vor seinen Augen und er wäre beinahe mit dem Kopf auf dem Tisch aufgeschlagen, am Kopfhinde der Tafel gab der Abt ein Zeichen und Bruder Mankem trat zu den Kindern, es ist Zeit für euch, schlafen zu gehen, sagte er, er führte Pippa und Henry aus dem Saal und Lichsee, Franzine, Honey und Flick folgten, nur Otto nicht, er leckte die anderen zum Abschied, dann trottete er hinüber zum Abt und legte ihm seinen dicken Kopf auf die Füße, die Kinder folgten Bruder Mankem die Treppe hinauf und einen stillen Flur entlang, von dem lauter gleich aussehende Türen abgingen, sie waren kaum noch überrascht, als Bruder Mankem die erste Tür öffnete und sich dahinter Hundekörbchen und eine Wasserschüssel befanden, es ist wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den Bären, flüsterte Pippa nur, dass es hier Hunde sind, Henry nickte, Lichsee, Franzine und Honey suchten sich sofort die passenden Körbe und drehten sich ein paar Mal um sich selbst, um es sich für die Nacht bequem zu machen, Fleck blieb abwartend an Henrys Seite, aber er sah dabei nicht ängstlich aus wie früher, wenn er befürchten musste, von seinem Herrn getrennt zu werden. Es schien eher, als ob er meinte, auf Henry aufpassen zu müssen. Bruder Mankem erkannte das sofort, vielleicht sollte der Hund besser heute Nacht bei dir bleiben, sagte er zu Henry. Zehn Minuten später lag Pippa im Bett in einem der kleinen weißgekalten Räume, die die Mönche für Gäste bereithielten. Henry schlief in dem Raum daneben, Fleck lag vor dem Bett auf dem Fußboden. Henry schlief sofort ein, doch nach einer Stunde wachte er davon auf, dass Fleck zu ihm ins Bett hüpfte. Nein, Fleck, geh wieder runter, befahl Henry mit Blick auf die schneeweiße Bettdecke. Er musste daran denken, wie sehr sich seine Mutter über Hunde im Bett aufgeregt hatte. Doch Fleck rührte sich nicht, also wiederholte Henry, hast du nicht gehört? Hunde dürfen nicht im Bett schlafen, das ist verboten. Und widerstrebend sprang Fleck zurück auf den Boden. Die Tür war nur angelehnt. Er lief hinaus in den Flur und wieder zurück zu Henry. Ich verstehe, du willst bei deinen Freunden schlafen, sagte Henry und stieg aus dem Bett. Ich bringe dich zu ihnen. Doch als sie an der nächsten Tür vorbeikamen, die ebenfalls einen Spalt auf war, blieb Fleck stehen, was ist denn, fragte Henry und folgte Flecks Blick. Ein offensichtlich ziemlich beleibter Mönch lag im Bett und schnarchte leise. Quer über seinem Bauch hängen selig schlafend drei Welpen, eingelullt vom Rhythmus des sich hebenden und senkenden Brustkorbs in Ordnung, Fleck, du hast gewonnen, sagte Henry. In weniger als fünf Minuten war Henry wieder eingeschlafen und sein Hund lag zusammengerollt neben ihm im Bett. Erst am nächsten Morgen fand Pippa heraus, was es mit dem Kloster, in dem sie sich befanden, auf sich hatte. Am Abend zuvor war sie viel zu müde gewesen, um überhaupt etwas aufzunehmen. Doch als sie jetzt aufwachte, schaute sie sich neugierig in ihrer Kammer um. Sie war sehr einfach möbliert. Der einzige Schmuck war ein Ölbild an der Wand gegenüber dem Bett. Es zeigte einen Mann in Sandalen und langem Gewand, der einen Stab in der Hand hielt. Er hatte einen heiligen Schein um den Kopf und zu seinen Füssen saß sein Hund mit einem Stück Brot im Maul. Es war ein hübscher, schwarz-weiß gefleckter Hund, aber er schien sehr besorgt zu sein. Das Brot war nicht für ihn, das sah man deutlich. Es war für den Mann mit dem heiligen Schein gedacht. Unter dem Bild stand in goldenen Lettern Sanktruck. Pippa schlug sich an die Stirn natürlich, wie konnte ich nur so dumm sein. Ihre Großmutter war sehr fromm gewesen und hatte ihr oft die alten Legenden von den Heiligen erzählt. Einer dieser Heiligen war ein Mann namens Rook gewesen. Er hatte sich um die Pestkranken gekümmert, solange, bis er selbst an der Pest erkrankte und sich zum Sterben in den Wald zurückzog. Doch er starb nicht, denn ein Hund brachte ihm die Reste vom Tisch seines Herrn, solange, bis Rook sich wieder erholte. Heilige mussten ja oft sehr leiden, wurden mit Pfeilen beschossen oder aufs Rad gefluchten und starben einen qualvollen Tod. Doch der heilige Rook starb nicht. Er wurde von einem namenlosen Hund gerettet und seither galt er als Schutzpatron der Hunde. Ihm zu Ehren war dieses Kloster gebaut worden. Als Bruder Malcolm Pippa ihre trockenen Sachen brachte, erzählte er ihr, dass die Mönche versuchten, die Arbeit des Heiligen Rook fortzusetzen und dass es in der Kapelle ein Bleiglasfenster gäbe, das ihn zeigte. Die Mönche hatten bereits gefrühstückt, als die Kinder ins Refektorium kamen, doch für sie waren noch zwei Gedecke da. Es gab frische Milch, selbstgebackenes Brot und Honig aus den Bienenstöcken des Klosters. Natürlich stand auch das Frühstück für die Hunde bereit, doch von Otto fehlte jede Spur. Als sie mit Essen fertig waren, führte Bruder Malcolm Pippa und Henry durch eine Pforte im Kloster in einen umnauerten Garten. Das Wetter hatte sich beruhigt, nach dem Sturm war die Luft nun sanft und klar. Sie spazierten auf saubergerakten Wegen zwischen Kräuterbieten und rein von Gemüsesetzlingen entlang und kamen in einen Obstgarten voll blühender Apfelbäume. Unter den Bäumen stand ein Dutzend Bienenkörbe, um die deren der respektvoll einen Bogen machten. Stimmt es, dass man den Bienen alles erzählen soll, was so passiert? Fragte Pippa wenn jemand gestorben ist zum Beispiel. Bruder Malcolm nickte Ja, das stimmt. Bienen sind Boten des Himmels. Sie tragen alles, was du ihnen sagst, direkt zu Gott. Henry hatte fast vergessen, dass sie ja eigentlich auf der Flucht waren. Er fühlte sich sicher und zufrieden. Vielleicht konnte er ja später auch Mönch werden, dachte er. Sicher, Mönche durften nicht heiraten, aber wenn er an die Ehe seiner Eltern dachte, war das vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Die Hunde hatten die ganze Zeit friedlich herumgeschnüffelt, doch nun fingen sie an, aufgeregt zu bellen, und Liché zitterte am ganzen Körper vor Freude. Die Kinder schauten hoch und sahen, dass der Abt auf sie zukam. Und neben ihm, so selbstverständlich, als wäre es nie anders gewesen, Otto, der Abt sprach mit Bruder Malken, dann wandte er sich an die Kinder. Wir möchten euch gern etwas zeigen, das euch vielleicht interessieren könnte. Er führte sie zu einem abseits stehenden Gebäude und öffnete die Tür. Der Boden des Raumes, den sie jetzt betraten, war mit einem dicken Belag aus Stroh bedeckt und in dem Stroh wälzte sich fröhlich quietschend eine Horde Welpen. Durch das Fenster schien die Sonne und ließ das Stroh golden leuchten und golden leuchtete auch das Fell der Welpen. Es waren golden Retrieber mit dunklen Augen und weichen, milchgefüllten Bäuchen. Wir züchten Blindenhunde, erklärte der beleibte Mönch, der sich um sie kümmerte. Wir behalten sie so lange hier, bis sie alt genug sind, um ausgebildet zu werden. Nicht alle Hunde eignen sich dafür, aber wir haben Erfahrung und sehen schnell, welche von ihnen es sind, die anderen vermitteln wir in ein gutes Zuhause. Er hob einen munteren Welpen auf, der sich gerade mit Fleck anfreunden wollte. Dieser hier ist sehr vielversprechend, sagte der dicke Mönch aufmerksam, aber nicht nervös. Der abnickte zustimmend. Bruder Ambrose sieht so etwas schon nach wenigen Wochen, die Welpen waren nun sehr aufgeregt. Tollten herum und beschnupperten die fremden Hunde. Otto machte ein paar Schritte vorwärts und legte sich auf den Boden. Sofort liefen die Welpen zu ihm, kletterten über seine Beine, spielten mit seinem Schwanz und steckten ihre Schnauzen in sein dichtes Fell. Der große Hund rollte sich vorsichtig auf den Rücken und bot ihnen so noch mehr Platz zum Turnen und unter Freudequitschern krabbelten sie über seinen Bauch und hängten sich an seine Ohren. Otto hatte sich in ein warmes und lebendiges Klettergerüst verwandelt und der Abt schaute ihn mit glänzenden Augen an. Es schien, als ob Otto instinktiv wüsste, dass diese kleinen Wesen eines Tages für die Sicherheit und das Leben eines Menschen verantwortlich sein würden. Für die Kinder war es nun an der Zeit zu gestehen, warum sie hier waren. Der Abt führte sie zu einer Bank unter einem Apfelbaum nun, erzählt mir eure Geschichte. Henry schaute Pippa ängstlich an. Normalerweise war sie diejenige, die für beide sprach, und obwohl er stolz auf Pippas blühende Fantasie war, gefiel ihm die Vorstellung, an diesem Ort Lügengeschichten zu erzählen, ganz und gar nicht. Pippa rückte näher an den Abt heran und begann. Das war nämlich so, Henrys Eltern haben ihm zum Geburtstag einen Hund geschenkt und er dachte, es sei für immer. Aber nach zwei Tagen haben sie ihn zurück zur Rentaluk gebracht und er war verzweifelt und flieg auch, ich wusste das, weil meine Schwester dort arbeitet und sie erzählte dem Abt, wie sie beschlossen hatte, die Hunde zu befreien, dass Henry zu seinen Großeltern wollte, was im Zirkus passiert war und von ihrem Missgeschick mit Kevin, dem Müllmann. Henry hat erstaunt zu, denn jedes Wort, das sie sagte, war wahr, als Pippa fertig war, drehte sich der Abt zu Henry und das Haus deines Großvaters ist nicht weit von hier. Henry nickte es liegt an der Küste gegenüber der Insel. Pfarrer, mein Großvater ist Fischer und hat ein kleines Stück Land. Und du glaubst, er nimmt dich auf, fragte der Abt ganz bestimmt. Er fand immer, dass ich einen Hund haben sollte. Henry ließ den Kopf hängen. Pippa und er hatten die ganze Zeit nur daran gedacht, sicher zu seinen Großeltern zu gelangen, aber wie musste das bei dem Abt ankommen? Bestimmt würde er sie zurückschicken oder der Polizei übergeben. Nun hatten sie es soweit geschafft, doch selbst jetzt konnte ein einziger Anruf alles zunichte machen, der Abt zupfte Gedanken verloren an Autos Ohren, Minuten verstrichen, ohne dass er etwas sagte. Schließlich fing er sehr bedächtig an zu sprechen, da ihr nun euer Ziel fast erreicht habt. Lasse ich euch weiterziehen. Sollte ich jedoch nicht innerhalb von 24 Stunden einen Anruf von euch erhalten, dass ihr sicher angekommen seid, werde ich die Polizei benachrichtigen. Nun geht zu Bruder Malken. Er wird euch etwas zu essen mitgeben und euch den richtigen Weg zeigen. Als sie das Kloster erreichten, ging der Abt vor ihnen die Stufen hoch, Otto dicht an seiner Seite. In die Erleichterung der Kinder mischte sich Sorge. Was wurde aus Otto? Hier hatte er den perfekten Platz gefunden. Sie dachten an Henri und Franzine und daran, wie sehr die beiden gelitten hatten, und bekamen Angst, würde Otto nicht hier bleiben wollen, würden sie die Reise ohne ihn beenden müssen. Wir können das nicht entscheiden, sagte Henry. Der Abt wird wissen, was zu tun ist. Als sie ihre Sachen zusammengesucht hatten, warteten die Kinder und die Hunde an der Pforte. Der Abt kam die Treppe herunter, Otto an seiner Seite. Er legte ihm die Hand auf den breiten Schädel, wenn es Gottes Wille ist. Werden wir uns wiedersehen, sagte er zu dem Hund. Otto blieb ruhig. Er wusste, dass seine Aufgabe noch nicht erledigt war. Er stieß nur einen kurzen Laut des Wehklagens aus und presste seine Schnauze gegen die Robe des Abtes. Dann drehte er sich um und folgte den Kindern aus dem Kloster. 21. Kapitel Der letzte Sprung Colin hatte nicht zu viel versprochen, als er Dart und Terminator am nächsten Morgen dahin zurückbrachte, wo sie das blaue Handtuch entdeckt hatten, nahmen sie die Spur wieder auf. Zuerst liefen sie eine Weile im Kreis, dann sausten sie aus dem Unterholz und über das weite Moor. Colin hielt sie an der Leine und Kevin rannte neben ihm her. Doch der arme Sprocket kam kaum nach. Ihm war kalt, er war hungrig und müde und seine Hand war notdürftig mit einem Taschentuch umwickelt, denn Terminator hatte ihn gebissen. Es war passiert, als Sprocket in seine Hosentasche gegriffen hatte, um eine Verdauungsspille herauszuziehen, und Terminator dachte, es wäre ein Keks, den Sprocket ihm nicht geben wollte. Das nennst du einen Biss, hatte Colin gejohlt? Als Sprocket vor Schmerz aufgeschrien hatte, wenn der wirklich zugebissen hätte, wäre deine Hand jetzt ab? Der wollte bloß spielen und hat dich ein bisschen gekniffen. Ich muss zu einem Arzt und mir eine Spritze geben lassen, dachte Sprocket, als er hinter den anderen herhinkte. Nachher bekomme ich noch eine Blutvergiftung oder Tollwut. Und wo steckte dieser verrückte Bengel? Anscheinend war er auf dem Weg zur Küste, aber warum, wartete da etwa ein Schiff auf ihn? Gehörte er womöglich zu einer organisierten Gang? Auf dem Foto, das Kurtz und Sprocket gezeigt hatte, war ein kleiner, ganz normaler Junge zu sehen gewesen, aber offensichtlich hatte das getäuscht und sie hatten es mit einem Wahnsinnigen zu tun. Pippa und Henry verließen das Kloster in bester Stimmung. Die Sonne schien, die Lachen sangen, das Heidekraut war nach dem Regen frisch und grün. Ein bequemer Pfad führte sie allmählich fort vom Moor und durch Wiesen und Felder. Nur noch wenige Stunden und sie würden in der Küche seiner Großeltern sitzen, dachte Henry. Sie kamen an vereinzelten Kordages vorbei, dann an einer Farm, und als der Weg sich um einen Hügel wand, sahen sie es schließlich, das Meer. Die Nordsee kann grau und abweisend sein, aber heute sah sie fast wie ein exotischer Ozean aus, blau-grün und im Sonnenlicht glitzernd. Die weiße Gischt brach sich im goldenen Sand. Henry hatte seine Großeltern noch nie besucht, aber sie hatten ihm so viel erzählt von dem Ort, an dem sie lebten, hatten ihm Karten und Bilder gezeigt. Ich glaube, dass er das Gefühl hatte, nach Hause zu kommen siehst du die Bucht da hinten, sagte er zu Pippa da ist das Haus, gleich hinter den Dünen. Ich glaube, wir können über die Weiden abkürzen, sie verließen den Pfad und liefen über raus Grasland auf die Küste zu. Doch die Hunde waren unruhig geworden. Sie blieben stehen, hielten die Nasen in die Luft und spitzten die Ohren. Und dann hörten auch die Kinder das, was die Hunde schon längst gehört hatten, Bellen. Zuerst achteten sie nicht darauf. Vielleicht ging jemand auf Hasenjagd. Schließlich drehten sie sich doch um Unterkanten in der Ferne drei Gestalten, die gerade um die Wegbiegung kamen. Zwei liefen vorneweg und hatten zwei Hunde an der Leine. Nun hielten sie an der Stelle an, an der Pippa und Henry den Weg verlassen hatten, und die Hunde schnüffelten am Boden und versuchten die Spur aufzunehmen. Plötzlich riff einer der Gestalten etwas und zeigte in ihre Richtung, während die andere sich bückte und die Hunde von der Leine ließ. Im nächsten Moment sprangen zwei dunkler gedrungene Schatten über die niedrige Mauer aus Feldsteinen und rasten den Hügel hinunter, wobei sie heulten wie Kreaturen aus der Unterwelt. Doch selbst jetzt konnten die Kinder zuerst nicht glauben, was sie da sahen. So undenkbar schien es, aber dann begriffen sie, was diese Höllenhunde der Jagden, waren nicht etwa Hasen oder Füchse die sind hinter uns her, schrie Pippa die Jagen und sind Todesangst fingen die Kinder anzulaufen und rutschten einen steilen Abhang hinunter zum Strand. Die ganze Zeit rühmte ihnen das Billen im Ohr, das immer lauter wurde. Sie trauten sich nicht, sich umzudrehen, und so bemerkten sie auch nicht, dass Otto nicht mehr da war. Er war direkt an der Kante des Abhangs stehen geblieben, ganz still stand er da, seine Silhouette hob sich scharf gegen den blauen Frühlingshimmel ab, wie zwei Pfeile schoßen die beiden Spürhunde auf den Bernhardiner zu, über stacheligen Ginster, Kuhfladen und Stacheldraht hinweg. Die Muskeln in ihrer Brust und an ihren Vorderbeinen traten hervor, ihre Lefzen rollten sich auf und zeigten ihre furchterregenden Zähne. Ihre Augen waren blutunterlaufen. Inzwischen bellten sie nicht mehr, denn jetzt begann das Zusammentreiben und Greifen der Beute. Otto stand immer noch unbeweglich da. Die Bestien waren nur noch wenige Schritte von ihm entfernt. Sie machten sich bereit für den letzten Sprung, der Otto vernichten und ihnen erlauben würde, dem Jungen hinterher zu hechten. Doch dann hielten sie kurz inne, der Pitbull in ihnen war bereit zu töten, doch der Bluthund wollte weiter jagen. Und genau diesen Moment der Unentschlossenheit nutzte Otto aus, um zu sprechen. Das Grollen begann irgendwo tief unten in seinem Bauch, auf dem Weg nach oben steigerte es sich mehr und mehr, und als es aus seiner Kehle drang, klang es wie ein mächtiger, von Regenmassen ein angeschwollener Fluss, der sich donnernd ins Tal ergießt. Zuerst geschah nichts. Die Tiere geiferten und knurrten und zogen furchteinflößende Grimassen. Und dann, als Otto's Grollen kein Ende nahm, änderte sich kaum merklich ihre Haltung. Ihre Läfzen bedeckten die grausigen Fangzähne, ihre Brauen zogen sich verwirrt zusammen. Sie gähnten verlegen und senkten den Blick, bevor sie sich zuerst auf ihren Hintern setzten und dann auf den Bauch legten. Sie versuchten ein letztes drohendes Knurren, aber es klang mehr wie ein Quieken, als ob er sagen wollte, Schluss jetzt, kein Wort mehr, senkte Otto schließlich seinen Kopf, machte ein paar Schritte vorwärts und öffnete sein Maul. Und nun geschah am Hinterteil der zwei Albtraumhunde etwas sehr Seltsames. Ihre Stummelschwänzer schienen von einer Art Zittern befallen. Konnte es ein nervöses Zucken sein? Nein, es wiederholte sich, wurde stärker, und noch stärker, zum ersten Mal, seit sie als Welpen glücklich an der Seite ihrer Mutter umhergetoll waren, wedelten Dart und Terminator mit dem Schwanz, unten am Strand stolperten Henry und Peppa mit den anderen vier Hunden durch den Sand und auf das rettende Haus zu, sie stürzten durch die Tür und landeten als Wüsterhaufen in der Diele. 22. Kapitel Kapitel Endlich am Meer war Otto ebenfalls angetrabt gekommen und Meg, die alte Labrador-Hündin, war unter dem Sofa hervorgekochen und tat ihr Bestes, um die Neuankündinge zu begrüßen. Inmitten des Gewusels hockte Fleck und sah sehr mit sich zufrieden aus. Henrys Großvater hatte ihn gleich mit Namen begrüßt, nachdem er Henry fest umarmt hatte Hallo, Fleck, hatte er gesagt und damit gezeigt, dass er der Hund war, auf den es ankam Willkommen bei uns zu Hause. Fleck hatte sich einen von Manis Hausschuhen geschnappt und bewachte ihn. Henry hockte auf einem Stuhl am Küchentisch und war rundum glücklich. Alles war genauso, wie er es sich erhofft hatte, seine Großeltern so warmherzig und verständnisvoll, das knackende Kaminfeuer, der Blick aus dem Fenster hinaus aufs Meer und die vorbeiziehenden Wolken am Himmel. Nein, es war sogar noch besser als in seiner Vorstellung, denn er hatte nicht nur Fleck gerettet, sondern auch die anderen Hunde, und er hatte Pipa getroffen. Doch als die Kinder anfingen, von ihren Erlebnissen zu berichten, waren die Schrecken der letzten Stunde wieder gegenwärtig. Wir wurden von riesigen Hunden gejagt, berichtete Pipa ehrlich. Wir wollten erst gar nicht glauben, dass sie hinter uns her waren, so, als ob wir irgendwelche Kriminelle wären, fügte Henry hinzu. Solche Biester habt ihr noch nie gesehen. Wenn Otto nicht gewesen wäre und, er brach ab, denn die Hintertür öffnete sich und auf der Schwelle stand ein großer Polizist, der aussah, als wäre er hier zu Hause Tag, sagte er und zog seine Mütze. Die Kinder erstarrten. Würde man sie nun direkt nach London zurückschicken und die Hunde wieder einsperren, für einen Augenblick geriet Henrys Wett ins Wanken, war es möglich, dass sein Großvater sie verraten hatte, doch nun begann der Polizist zu sprechen, ich habe nur mal fragen wollen, ob ihr Neuigkeiten wegen dem Jungen habt, aber nun sehe ich ja selbst, dass alles okay ist, ja, danke, Arthur, sagte Alec Henry ist gesund und munter genau wie seine Freundin Pipa. Es war so, wie wir es uns gedacht haben. Er wollte uns mit Flick besuchen kommen, aber die Kinder haben uns gerade erzählt, dass sie von Spürhunden verfolgt worden sind. Kannst du dir das vorstellen? Der Polizist nickte einer der Bauern im Moor hat uns Bescheid gesagt. Hab grad ein paar Männer hochgeschickt. Ich glaube, wir wissen, wer die Typen sind. Kevin Ducks und sein Freund. Kevin ist einer von denen, die verboten Müll abladen, der andere ist auch nicht besser. Und natürlich haben sie das Gesetz gebrochen, gejagt ohne Erlaubnis. Er setzte sich die Mütze wieder auf, schüttelte den Kindern die Hand und ging Arthur war uns ein richtiger Trost, sagte Mani. Er ist jeden Tag gekommen, um zu sehen, ob du aufgedaucht bist. Die Polizei hat nämlich nie geglaubt, dass du gekidnappt worden bist. Die waren die ganze Zeit sicher, dass du auf dem Weg zu uns bist. Doch nun war es an der Zeit, ein paar wichtige Telefongespräche zu führen. Der Anruf im Kloster war schnell erledigt. Aber der bei Pippa zu Hause war nicht so einfach. Wir haben dich schon vor einer Stunde aus dem Ferienlager zurück erwartet, sagte Kailai. Am anderen Ende der Leitung hat der Bus Verspätung. Naja, es ist nämlich so, begann Pippa also. Ich war gar nicht auf Klassenfahrt. Ich bin in Nordumberland. Du bist wo? Fragte Kailai entsetzt. Ich kann's dir erklären. Aber es ist eine lange Geschichte. Zuerst herrschte Schweigen. Dann sagte Kailai, kommen in dieser Geschichte vielleicht auch fünf Hunde vor? Ja, das tun sie. Pippa holte Tiefluft. Die Hunde sind hier bei mir. Weil, und dann folgten weitschweifige Erklärungen. Als Pippa den Hörer auflegte, sah sie nicht sehr glücklich aus. Meine Schwester kommt her, um mich abzuholen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Sie ist ein bisschen sauer. Wenn man berücksichtigte, wie ausgeglichen Kailai normalerweise war, war sie nicht nur ein bisschen sauer. Sie war stinkwütend und nun bist du an der Reihe, sagte sein Großvater zu Henry. In London nahm Albina den Hörer ab und schrie auf dem Himmel sei Dank. Oh, Henry, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Ich wäre fast gestorben. Du musst sofort zurückkommen. Sofort. Kannst du ein Flugzeug nehmen? Oder vielleicht ist der Zug auch schneller. Ach, was rät ich denn da? Natürlich kommen wir und holen dich mit dem Auto. In ein paar Stunden können wir da sein. Henry unterbrach sie. Ruhig. Aber bestimmt ich komme nicht nach Hause. Was? Henry? Schätzchen. Was sagst du denn da, Henry? Albina schluchzte ins Telefon. Aber ihr Sohn ließ sich auch durch Tränen nicht erweichen. Er dachte noch einmal daran, wie seine Mutter ihn zum Zahnarzt geschickt hatte, um Fleck dann heimlich vorzuschaffen. Fleck ist bei mir und ich werde ihn nicht wiederhergeben. Niemals. Nein. Nein. Natürlich nicht. Es tut mir leid. Alles wird gut. Wir haben es ja verstanden. Ihr habt mich ausgedrickst, sagte Henry. Ich habe kein Vertrauen mehr zu euch. Albina weinte immer noch. Aber Henry sah Fleck vor sich, wie er bewusstlos in seinem Käfig lag. Ich werde euch auch nie mehr vertrauen. Er wollte gerade aufliegen, als sein Großvater kam und ihm den Hörer aus der Hand nahm. Albina. Kann ich bitte mit Donald sprechen? Sagte er. Ist er da? Ja. Er ist da. Was soll ich denn bloß tun? Albina war immer noch außer sich. Donald. Dein Vater ist am Telefon. Donald nahm den Hörer. Der Junge ist bei euch. Ja. Er und Fleck sind wohlbehalten hier angekommen. Aber Henry ist schrecklich erschöpft und am Ende seiner Kräfte. Lasst ihn noch ein paar Tage hier, damit er sich ausruhen kann, bevor er zu euch zurückkommt. Aber das ist ja lächerlich. Du kannst nicht von uns erwarten, dass... Donald brach ab. Die Stimme seines Vaters klang anders als sonst. Es war nicht länger die Stimme von jemandem, der beschlossen hat, sich nicht einzumischen. Es war die Stimme seines Vaters, an die er sich aus seiner Kindheit erinnerte. Der Junge braucht jetzt Zeit. Donald. Kommt am Ende der Woche her und denkt daran, wenn ihr versucht, ihm den Hund wieder wegzunehmen, dann habt ihr ihn für immer verloren. Als Alec in die Küche zurückkam, standen Manny und die Kinder am Fenster und pressten ihre Nasen an die Scheibe. Wir haben sie gesehen, sagte Pippa schadenfroh in einem Polizeiwagen, den Mülltypen und den anderen mit den zwei Hunden. Und dann war da noch einer dabei, der hat sich hinter den anderen beiden versteckt. Er sah total geschockt aus. Pippa sagte die Wahrheit. Mild und sprockert, von der Polizei verhaftet, eingekeilt zwischen Dart und Terminator, durchgefroren, gebissen und entehrt, war tief in seiner Selbstachtung gesunken. 23. Kapitel Rückkehr im Rolls-Royce Am nächsten Tag war Henry im Garten und half gerade seinem Großvater beim Unkraut zupfen, als ein riesiges, silberglänzendes Auto auf das Haus zu fuhr. Sofort wurde er wütend. Seine Eltern hatten versprochen, nicht vor Ende der Woche zu kommen. Und was noch schlimmer war, sie hatten schon wieder ein neues Auto gekauft, das sie nicht brauchten, einen sündteuren Rolls-Royce. Der Wagen hielt, und ein vornehm aussehender indischer Herr stieg aus, stand eine Weile ruhig da und schaute sich alles an. Dann wurde die Beifahrertür geöffnet und Kailai erschien. Als sie am Vortag das Gespräch mit Pippa beendet hatte, war sie zu MRS Nayan gelaufen, bei der ihre Mutter gerade Nähte. Jetzt konnte sie Pippa nicht länger schützen, also erzählte Kailai die ganze Wahrheit. Ich fahre sie sofort holen. Der Himmel weiß, was sie sonst noch anstellt. Es gibt einen Nachtbus nach Berwick, den erwische ich noch. Meine Ersparnisse müssten gerade so reichen, da erhob MRS Nayan ihre sanfte Stimme. Das ist nicht gute Idee. Bus nicht angenehm. Sie ging aus dem Zimmer und kehrte mit ihrem Gatten zurück. MR Nayan war genau wie seine Frau klein und freundlich. Außerdem war er sehr reich. Seit er vor vielen Jahren nach England gekommen war, hatte er ein blühendes Import-Export-Geschäft aufgebaut. Ich fahre dich nach Nordumberland, sagte er. Und auch wenn Kailai und ihre Mutter heftig protestierten, er ließ sich nicht davon abbringen und lächelte nur, ich habe einen Geschäftstermin im Norden. Ich hole dich morgen um sechs Uhr ab. Nun schüttelte er Henrys Großvater die Hand und fuhr dann wieder fort. Er wollte die Nacht in einem Hotel die Küste aufwärts verbringen und würde Kailai und Pippa dann am nächsten Tag abholen. Die Hunde freuten sich, Kailai zu sehen, sie freuten sich so sehr, dass sie sie fast umwarfen. Und Kailai streichelte sie und sprach mit ihnen, wie nur sie es verstand, die Begrüßung der beiden Schwestern fiel sehr viel weniger herzlich auskommend nach draußen, sagte Kailai zu Pippa, nachdem sie sich Henrys Großeltern vorgestellt hatte. Während sie über den Strand zum Ufer gingen, hielt Kailai Pippa eine ordentliche Standpauke. Du musst wahnsinnig geworden sein. Die Polizei war da und die Karkas haben Gift und Galle gespuckt. Ich habe gedacht, du hättest nur vergessen, die Alarmanlage einzuschalten, aber dass du die Hunde absichtlich rausgelassen hast. Ich weiß, sagte Pippa, aber ich habe einfach nur rot gesehen. Sie haben so traurig ausgeschaut, als Henry mit Fleck gegangen war. Ich konnte es nicht ertragen, das ist ja alles gut und schön, aber was machen? Wir jetzt, bei Henrys Großeltern können sie unmöglich bleiben. Was soll denn aus ihnen werden? Wenn wir sie zu Renta-Doc zurückbringen, kommt heraus, dass du es warst und, das können wir nicht. Unterbrach sie Pippa. Wir können sie auf gar keinen Fall zurückbringen und in diese grässlichen Käfige sperren. Und wo willst du ein Zuhause für sie finden? Pippa schaute nachdenklich die vier Hunde an, die ihnen zum Strand gefolgt waren. Sie haben ihr Zuhause bereits gefunden, Kailai. Alle vier. Sie sind nur mit hergekommen, um zu sehen, ob Fleck auch in Sicherheit ist. Sie haben jeder ein Heim und eine Arbeit und einen Herrn gefunden. Was meinst du damit? Fragte Kailai. Und Pippa erzählt es ihr. Am nächsten Morgen fuhren sie sehr früh ab. M.R. Narayan war Buddhist und es störte ihn überhaupt nicht, seinen Rolls-Royce mit lauter Hunden zu teilen. Buddha sah jedes Lebewesen als heilig an und so macht es für M.R. Narayan auch keinen Unterschied, ob sich nun ein Geschäftsmann oder ein Bernhardiner auf den makellosen cremefarbenen Sitzen niederließ. Fleck hatte sich ausgiebig von Otto, Henry, Franzina und Liché verabschiedet. Doch der kleine Mischling war deswegen nicht etwa traurig. Er hatte sofort begriffen, dass Henry und er zu diesem Haus am Meer gehörten, und als die anderen in M.R. Narayans Wagen stiegen, drehte er sich um, lief zurück in die Küche und ließ sich zufrieden neben der alten Meck vor dem Kamin nieder. Für Henry war der Abschied nicht ganz so leicht. Pippa und er kannten sich zwar noch nicht sehr lange, doch die gemeinsamen Abenteuer hatten sie zusammengeschweißt. Pippa konnte er immerhin schreiben und sie anrufen. Doch sich von den Hunden zu trennen fiel ihm schwer. Kein Leid tröstete ihn. Du wirst sie wiedersehen, Henry. Wenn du mit jemandem so viel durchgemacht hast, egal ob mit einem Menschen oder mit einem Hund, dann verschwindet er nie ganz aus deinem Leben. Zuerst fuhren sie zum Kloster. Als der Wagen langsamer wurde, stieß Otto wie klagende Lauter aus und presste seine Schnauze an die Scheibe. Sie hielten vor dem Eingang und ließen ihn heraus. Pippa und Kaila begleiteten ihn zum Tor. Pippa streckte die Hand aus, um am Gluckenstrang zu ziehen. Da öffnete sich schon die Tür und Bruder Mankem stand da und hieß sie mit einem Lächeln willkommen. Doch nun verlief alles anders als geplant. Pippa hatte erwartet, dass Otto sofort die Treppe hinauflaufen würde, aber stattdessen machte er Kehrt und galoppierte um das Kloster herum. Er ist im Garten, sagte Bruder Mankem. Wir schauen wohl besser nach ihm, sagte Kaila. Die Mädchen liefen an den Kräuterbeten vorbei in den Obstgarten und dort bot sich ihnen ein ungewohnter Anblick. Der Abt von St. Rog lag rücklings im Gras wie ein gefällter Baum. Und über, neben, auf ihm war Otto, mal leckte er dem Abt übers Gesicht, mal bildte er vor Freude, mal setzte er sich einfach auf ihn drauf. Ist alles in Ordnung? Rief Pippa. Der Abt antwortete nicht. Er hob nur den Arm ein wenig. Sei es, dass er die Kinder segnen oder grüßen wollte, oder weil es das einzige Körperteil war, das Otto noch nicht mit Beschlag belegt hatte. Die Mädchen fragten nicht noch einmal, wenn irgendetwas in Ordnung war, dann hier. Sie drehten sich um und gingen zurück zum Wagen. Selby, der alte Schafhirte, war dabei, seine Habseligkeiten in den Umzugwagen zu laden. Es waren nicht allzu viele, sein Zimmer in Rooswood war klein und bereits mit dem Nötigsten ausgestattet. Aber erst einmal hatte er alles, was er nicht mehr brauchte, zu einem Haufen getürmt, den er verbrennen wollte. Nun holte er seinen Hirtenstab und legte ihn als letztes Stück obendrauf. Billy sollte zu einem Bauern aus dem Nachbartal kommen. Unglücklich tappte der alte Hund hinter seinem Herrchen her. In seinen Augen stand Angst und von Zeit zu Zeit hob er den Kopf und heulte. Und doch war es Billy, der zuerst den fremden Wagen hatte, der auf die Hütte zufuhr. Er spitzte die Ohren, und als die Tür sich öffnete, kläffte er laut Lauf. Hörni, sagte Pippa nur zu, es ist in Ordnung. Die Kulihündin sprang aus dem Wagen, kehrte noch einmal kurz zurück und war dann verschwunden. Pippa folgte ihr und hielt bestürzt inne, als sie den Umzugswagen und das Lagerfeuer sah. Ach, Herrje, sagte sie zu dem Hirten, sie ziehen aus. Wir hatten gehofft, Hörni könnte bei ihnen bleiben, aber wenn das so ist. Der alte Silby beugte sich zu Hörni hinunter und kraulte sie zwischen den Ohren. Dann richtete er sich auf und lächelte. Nein, ich ziehe nicht aus. Ich bleibe hier, wo ich hingehöre. Er ging zu dem Lagerfeuer und zog seinen Stab heraus. Dann ging er hinüber zu dem Fahrer des Umzugswagen Ich habe meine Meinung geändert, sagte Silby Sie müssen ohne mich losfahren. Der Fahrer sah ihn an und wollte etwas sagen. Alte Leute sind oft etwas wehr im Kopf. Doch dann schaute er den alten Schäfer noch einmal genau an. Als er ihn das erste Mal gesehen hatte, hatte er ihn für einen Mann gehalten, der dem Tod näher stand als dem Leben. Doch plötzlich schien er verändert zu sein. Er sah kein bisschen alt aus. Der Fahrer zuckte mit den Schultern und startete den Motor. Komm, Hörni, sagte Silbius wartet eine Menge Arbeit auf uns. Sie erwischten den Zirkus gerade noch rechtzeitig, bevor er seine Zelte in Todkaste abbrach. Das große Zelt war schon abgebaut. LKWS wurden beladen. Kaum, dass MR Narjan den Rolls-Royce angehalten hatte, sprang Franzine laut bellend aus dem Wagen. Kailai und Pippa liefen hinter ihr her zu einem der Wohnwagen. Ein schwarzer Schatten stürzte heraus und schon standen Rupert und Franzine auf ihren Hinterbeinen und tanzten und drehten sich umeinander und konnten sich vor Freude kaum beruhigen. Nun erschien im Wohnwagen ein dünner Mann mit Baskenmütze und stellte sich als Petroquodasmus die Hündin sein, von der Georg mir erzählt hat. Franzine, nicht wahr, fragte er mit einem leichten ausländischen Akzent. Ja, das ist sie, sagte Pippa. Wir wollten fragen, ob sie bei ihnen bleiben kann. Petroqu seufzte schön wär's. Sie hätte in meiner Nummer, Petroqu spudel, auftreten können. Es ist die beste Hundenummer der Welt, sagte er stolz. Aber so ein Hund ist viel Geld wert und ich bin arm, also kann daraus nichts werden. Wir wollen kein Geld, sagte Kailai schnell. Wir wollen nur, dass sie glücklich ist. Petroqu sah versonnen auf Franzine, die sich mit Rupert im Gras wetzte. Sein von Falten zerfurchtes Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. Sie ist jetzt schon glücklich, glaube ich. Jawohl, ich kenne Hunde, und dieser hier ist glücklich. Sehr glücklich sogar, doch Franzine vergaß nicht, was sich gehörte. Sie gab zuerst Kailai, dann Pippa ihre Pfote, bevor sie Rupert in den Wohnwagen und in ein neues Leben folgte. Alle Hunde bis auf Liché waren nun fort und der Pekinese wurde unruhig. Als Otto im Kloster geblieben war, hatte er mit Leiderigen gewinselt. Nun saß er auf Pippas Schoß und starrte sie ängstlich aus großen Augen an. Wo waren denn alle? Hatte man ihn vergessen? Auch Kailai und Pippa waren beunruhigt. Die letzte Station konnte sich als Fehlschlag erweisen. Was, wenn Hunde im Waisenhaus nicht erlaubt waren? M. R. Naian, der unbeirrbar am Steuer saß, sagte wenig. Aber er war ein Trost. Der Kleine hat ein großes Herz, sagte er. Alles wird gut. Als sie auf Kreistokehaus zu fuhren, sahen sie, dass der Garten voller Kinder war. Sie hielten an und Liché hüpfte ins Freie. Sogleich löste sich aus der Gruppe von Kindern ein Mädchen und sauste auf den kleinen Hund zu Liché, rief Nini. Diesmal kniete sie nicht vor ihm, sondern schloss ihn in die Arme. Mick kam zu Pippa und die gab ihm den Brief, den Henry an ihn geschrieben hatte. Wir haben es geschafft und wollen dir und deinen Freunden danken, sagte Pippa. Es war nicht der Rede wert. Werte Mick bescheiden ab seit ihr hier wart? Ist Nini völlig verändert. Sie spricht jetzt und sie hat auch keine Wutanfälle mehr. Es ist ein Wunder, doch der schwierigste Teil stand ihnen noch bevor. Mick nahm sie mit in dem RS-Platz-Büro. Sie durften sich nicht verraten, denn die Heimleiterin wusste nichts von der Nacht im Heizungskeller. Daher sagte Pippa nur, dass sie nach einem Zuhause für den Pekinesen suchen würden und uns ist ein Gefallen. Das Nini ihn so sehr mochte, als sie im Zirkus war. Aber vielleicht sind Tiere hier im Heim verboten, dem RS-Platz sagte, nein, das wären sie nicht. Im Gegenteil, sie hätte schon überlegt, einen Hund anzuschaffen. Vor ein paar Tagen tauchte hier ein sehr merkwürdiger Typ in einem weißen Lieferwagen auf. Erzählte sie hockte da stundenlang und hat die Kinder beobachtet. Ein Hund hätte ihn bestimmt vertrieben. Dann ging sie zum Fenster und sah Nini, die Liché auf dem Schoß hatte aber du meine Güte, ein Wachhund ist er ja nun gerade nicht. Sieht eher wie eine gerupfte Ratte aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, sie brach ab. Liché fing an aus Leibeskräften zu bellen und stürzte zum Gartentor. Das ist der Zeitungsjunge, sagte im RS-Platz nun, ich habe ihm anscheinend Unrecht getan. Er scheint ja doch ein ganz brauchbarer Wachhund zu sein. Piechinesen sind ganz erstaunliche Hunde, sagte Kailai. Sie wurden gezüchtet, um Kaiser zu beschützen und Alarm zu schlagen. Ach ja, sagte im RS-Platz und sah, wie der Zeitungsjunge die Zeitung über den Zaun warf und so schnell wie möglich davon rannte. Nun, ich denke, er kann bleiben, das Letzte, was Kailai und Pippa sahen, als sie davon fuhren, war Liché, wie er zwischen Nini auf der einen und Mick auf der anderen Seite mit hoch erhobenen Kopf auf den Treppenstufen trunnte. Genauso hatten seine Vorfahren da gesessen und den kaiserlichen Palast bewacht und so saß nun Liché da und bewachte Grei Stoke aus. 24. Kapitel Albina kriecht zu Kreuze Albina hockte auf allen Vieren auf dem Boden und gab seltsame Geräusche von sich. Sie gurte, sie lockte, sie bettelte. Der Boden, auf dem sie da kauerte, war nicht der Teppichbedeckte ihres Londoner Hauses, sondern der raue Dielenboden des Hauses am Meer. Ja bitte, Fleck, bitte, es tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Bitte komm raus und lass uns Freunde sein. Henrys Eltern waren vor einer Stunde angekommen. Henry hatte sich nicht dagegen gewehrt, dass sie ihn umarmten, aber nur aus Höflichkeit. Sobald Fleck Albina gesehen hatte, knurrte er ängstlich und verschwand unter dem Sofa-Gips auf, sagte Henry zu seiner Mutter. Er wird nie vergessen, was du gemacht hast. Kannst du ihn nicht dazu bringen, herauszukommen, bat Albina nein. Und selbst wenn, würde ich es nicht tun. Donald war mit Henrys Großeltern am Strand, um sich das Boot anzuschauen. Und Henry war mit seiner Mutter allein im Haus. Albina versuchte es noch einmal. Mani hatte ihr einen Knochen gegeben und sie schwenkte ihn vor dem Sofa hin und her. Doch Fleck reagierte nicht. Dann fuhr sie mit der Hand unter das Sofa und zog sie mit einem Schrei zurück. Denn Fleck hatte sie in den Finger gebissen. Was soll ich denn machen? Jammerlte sie, als sie sich erhob. Guck dir meine Strümpfe an, die sind hin. Und mein Rock erst. Sie setzte sich an den Küchentisch, ließ ihren Kopf auf ihre Hände fallen und begann jämmerlich zu schluchzen. Henry, der ihr gegenüber saß, ließ sie einfach weinen. Doch dann geschah etwas Schreckliches. Die Wut auf seine Eltern wurde schwächer und schwächer. Fast vermisste er diese Wut, die ihn zu diesem Abenteuer angetrieben hatte. Aber er konnte nichts dagegen machen. Sie war weg. Seine Mutter hatte etwas sehr Böses getan. Sie war nicht die Schlauste und sah die Dinge oft falsch. Aber schließlich und endlich war sie seine Mutter. Er legte ihr einen Arm um die Schulter. Ist ja gut, sagte er. Es ist vorbei. Alles ist gut. Und da kam auch Fleck unter dem Sofa hervor und trottete zum Tisch. Anscheinend war jetzt Verzeihen angesagt. Er ließ sich zwischen Albina und Henry nieder, gähnte und schlief ein. Später am Tag machte Henry einen Spaziergang mit seinem Vater in den Dünen. Die schreckliche Woche, in der er nicht wusste, ob sein Sohn tot oder lebendig war, hatte Donald Fenton verändert. Durch die Liebe Henrys zu seinen Großeltern begann auch Donald sein altes Zuhause wieder so zu sehen, wie er es als Junge gesehen hatte. Er rümpfte nicht länger die Nase über das schäbige Haus oder das alte Boot mit dem launischen Motor. Er hatte seinem Vater geholfen, die Hummerfallen auszuleeren und die Pumpe auf dem Boot zu reparieren. Was ihm nun hinter dem Ohr steckte, war ein Schraubenzieher und kein Headset, das ihn mit New York verband. Dir gefällt es hier, nicht wahr? Fragte er seinen Sohn. Oh ja. Und Fleck gefällt es auch. Donald seufzte. Fleck würde bleiben. Aber das machte die Dinge nicht einfacher und was ist mit Okelans? Es war nicht leicht, dich da unterzubringen. Ich gehe auf kein Internat, sagte Henry. Ich habe euch doch gesagt, dass ich mich nie von Fleck trennen werde. Am liebsten würde ich hier bei meinen Großeltern leben. In Sehaville gibt es eine Schule. Ich weiß, ich bin dort sieben Jahre lang hingegangen. Henry sah zu seinem Vater hoch. Der schaute hinaus aufs Meer und sah ernst aus. Oder traurig. Es gefällt dir hier also besser als bei uns? Besser als in deinem Zuhause? Fragte Donald und Henry hatte die Verletztheit in seiner Stimme. Es ist ja nicht so, dass ich nie wieder nach Hause will, sagte Henry. Er dachte an das blonde Mädchen im Park und an seinen Schulfreund Joel. Und dann war da natürlich auch Pippa. Und seine Eltern, die so viel falsch gemacht hatten und sich jetzt Mühe geben wollten, es besser zu machen, könnte ich nicht noch einen Monat hier bleiben. Dann hätte ich genug Zeit, um Fleck abzurichten. Donald lächelte erleichtert. Es würde keinen Kampf geben. Henry würde nach Hause kommen. Warum nicht? Sagte er. Wenn ich dich dann abholen komme, bleibe ich ein paar Tage. Es ist höchste Zeit, dass ich mal ausspanne. Aber Menschen ändern sich nicht vollständig. So sehr sie sich auch Mühe geben mögen. Ich möchte dir was wirklich Schönes schenken. Henry, du darfst dir was wünschen. Egal, was es kostet. Alles, was ich mir je gewünscht habe, war ein Hund, sagte Henry. Doch als er sah, wie sich das Gesicht seines Vaters verdüsterte, hatte er eine Idee. Es gibt da etwas, das ich mir wünsche. Sehr sogar. Aber nicht für mich. Es ist für Pippas Familie. Ohne Pippa wäre ich nie bis hierher gekommen. Wenn du der Familie helfen könntest, dann könnten sie sich vielleicht etwas Eigenes aufbauen und Kylie müsste nicht länger für MRKK arbeiten. Er ist grässlich. Aber sie dürften nie erfahren, von wem das Geld kommt. Wäre das möglich? Donald nickte schon erledigt, sagte er und sie kehrten zurück zum Haus. 25. Kapitel Ein Zuhause für Queen Tilly Kylie saß in ihrem Büro von Renta-Doc. Seit 7 Uhr morgens prüfte sie eine Liste mit Namen und war völlig erschöpft. Eine Woche nachdem sie Pippa aus Nordumbaland zurückgeheult hatte, war sie ganz normal zur Arbeit erschienen und musste feststellen, dass die Kakers fort waren. Sie hatten die verschwundenen Hunde so hoch versichert, dass das Finanzamt aufmerksam geworden war und sich Renta-Doc genauer angeschaut hatte. Dabei stellte sich heraus, dass die Kakers jahrelang Steuern hinterzogen hatten. Also war das reizende Pärchen nach Spanien geflohen, die Hunde blieben ohne Futter. und Kailai ohne Lohn. Glücklicherweise hatte eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich um Tiere in Not kümmerte, Kailai dabei geholfen, neue Besitzer für die Hunde zu finden. Das war auch nicht weiter schwer, denn die Hunde von Renta-Doc waren Rasserhunde und außerdem gut gepflegt, so dass viele Leute kamen, um sich einen auszusuchen. Kailai hatte jedoch darauf bestanden, sich jedes einzelne Zuhause anzuschauen, ob es auch geeignet war für die Hunde, um die sie sich so lange gekümmert hatte. Nun musste sie nur noch einmal die Liste mit all den Namen der neuen Besitzer durchgehen und ihre Arbeit war beendet. Nun ja, fast beendet. Alle Hunde waren glücklich vermittelt worden, alle bis auf einen. Niemand hatte Queen Tilly haben wollen. Sie hockte auf ihrer Wärmflasche und kreischte und zuckte und war sehr schlecht gelaunt. Sie war der einzige Hund in dem riesigen Gebäude, in dem noch vor einer Woche so viel Leben herrschte was, um alles in der Welt, soll ich denn bloß mit dir machen, fragte Kailai sie. Wenn nicht ihr Vermieter gewesen wäre, der alle Haustiere verbot, hätte sie Queen Tilly mit zu sich genommen. Sie hatte sogar mit einem hässlichen und unangenehmen Hund wie diesem Mitleid. Kailai stand gerade vor Queen Tilly's Käfig, als es an der Tür läuterte. Draußen vor dem Eingang stand ein ziemlich verloren aussehender junger Mann Mein Name ist Sprocket, sagte er. Sprocket hatte einiges mitmachen müssen, seit er Dart und Terminator über das Moor gefolgt war und in einem Polizeiwagen landete. Es war schon schlimm genug für einen Detektiv, in die Hände der Polizei zu fallen, aber noch schlimmer war es gewesen, mit den zwei Hunden eingepfeucht zu sein. Dart und Terminator zeigten nur zu deutlich, dass Otto sie zwar aufgehalten hatte, dass sie aber immer noch Killer-Maschinen waren. Und jedes Mal, wenn Sprocket versuchte, eins seiner eingeschlafenen Glieder zu lockern, zeigten sie ihm ihre schrecklichen Zähne und ließen ein bedrohliches Grollen hören. Obwohl Sprocket schnell wieder freigelassen worden war und in seinem Lieferwagen zurück nach London fahren konnte, hatte er ein schlimmes Trauma zurückbehalten. Er hatte von Stund an nicht nur Angst vor gefährlichen Hunden, sondern vor allem, selbst wenn er einen Hund auf der anderen Straßenseite sah, bekam er Panik und zietete am ganzen Leib. Für einen Detektiv ist das natürlich äußerst unpraktisch, wenn ein Mann nicht nur einen falschen Bart trägt, sondern dabei auch noch zietet wie Espenlaub, erregt das ganz bestimmt Aufsehen. Was nun Sprockets tragische Reimblockade betraf, so war dagegen kein Kraut gewachsen, aber vielleicht konnte er jemanden finden, der ihm half, seine Angst vor Hunden zu überwinden. Also hatte Sprocket einen Arzt aufgesucht, der hatte ihn zu einem anderen geschickt und der hatte ihm gesagt, die einzige Lösung wäre, sich selbst einen Hund anzuschaffen. Sprocket hatte Hunde noch nie gemocht, doch es musste etwas passieren, denn seine Arbeit fing an zu leiden. Und wenn er sich einen Hund nur auslieh, für eine Stunde oder zwei, sollte er einen Panikanfall bekommen, konnte er ihn schnell wieder zurückbringen. Das war eine gute Idee, und als er über Leihunde nachdachte, fiel ihm ein, dass er auf seiner Fahrt in den Norden an einem Hundeverleih vorbeigekommen war, Renta Dog, hatte er geheißen. Das Mädchen, das ihm die Tür öffnete, war hübsch und freundlich. Sie gefiel Sprocket auf Anhieb, doch sie hatte eine schlechte Nachricht für ihn. Wir haben leider geschlossen. Die Besitzer sind weg und wir mussten für alle Hunde ein neues Zuhause finden. Ich würde ihnen ja gern helfen, aber, sie zeigte auf die leeren Käfige so ein Pech, dann muss ich eben woanders mein Glück versuchen, Sprocket wollte gerade gehen. Dadurch brach ein hohes, ärgerliches Kläffen die Stille, sie ist die letzte, sagte Kai Leih, keiner wollte sie haben. Ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Sie führte Sprocket in Raum A, wo der mexikanische Nackthund in seinem Käfig vor Einsamkeit und Wut kreischte und zuckte und zitterte Herr Rill. Sprocket hatte noch nie so einen hässlichen Hund gesehen. Ruhig, Queen Tillie, sagte Kai Leih sei doch nicht immer so verstimmt. Sprocket starrte Kai Leih mit offenem Mund an, denn etwas absolut Wundervolles war geschehen. Die fürchterliche Blockade, die ihn am Dichten gehindert hatte, war plötzlich verschwunden. Es war das Wort verstimmt. Jetzt hatte er den perfekten Reim. Ist dein Klo mal kurz verstimmt, hilft der Klempner ganz bestimmt. Der Spruch war prägnant, treffend und selbst seine Mutter hätte darin nichts Anstößiges finden können. In ihrem Käfig zuckte und zitterte und jaulte Queen Tillie immer noch. Sprocket holte Tiefluft. Er konnte das nicht tun. Es war unmöglich. Aber in seinem Kopf hatte er es längst beschlossen. Immerhin hatte ihm diese kleine abscheuliche Kreatur seine Dichtkunst wiedergegeben. Vielleicht würde sie ihm ja auch sonst Glück bringen. Erleichtert darüber, für Queen Tillie ein Herrchen gefunden zu haben, machte sich Kai Leih auf den langen Heimweg. Doch die Erleichterung hielt nicht lange an. Als sie zu Hause ankam, ließ sie sich aufs Sofa fallen. Sie fühlte sich schrecklich. Sie hatte nicht nur ihre Arbeit verloren, sondern auch die Hunde, die sie liebgewonnen hatte. Außerdem fiel ihr Lohn weg und für die Familie würde es dadurch noch schwieriger werden. Mach dir keine Sorgen, mein Liebling, sagte Kai Leihs Mutter. Ich habe ja noch meine Näharbeiten für MRS. Naian und du wirst auch wieder etwas finden. Aber eine neue Arbeit zu finden würde nicht einfach sein. Denn Kai Leih hatte keine Zeugnisse. Als sie sich in einer Hundepension nach einer freien Stelle erkundigt hatte, hatte man sie gefragt, ob sie ein Diplom in Haushundemanagement besaß. Ohne das würde sie nicht einmal die Käfige sauber machen, geschweige denn die Hunde ausführen dürfen. Pippa und die Zwillinge kamen aus der Schule und versuchten, Kai Leih zu trösten, aber was mit Renta Dog passiert war, hatte sie alle zutiefst erschüttert. Sie saßen gerade beim Abendbrot, als sie aus dem Fenster sahen, dass ein schwarzes Auto vor ihrem Haus hielt, ein teures Auto. Der Mann, der nun ausstieg, war elegant gekleidet und hatte eine Aktentasche unter dem Arm. Was mag der von uns wollen? Fragte MRS. Obrein besorgt. Wir haben die Miete bezahlt. Die Türglocke ging. Ich möchte bitte mit Miss Kai Leih Obrein sprechen, sagte der Mann mit der Aktentasche. Sie wohnt doch hier ja, sagte Pippa, die geöffnet hatte. Kommen Sie bitte herein. Albina war shoppen. Das war ihre liebste Freizeitbeschäftigung und sie war rundum glücklich. Ihre drei Freundinnen begleiteten sie. In einer Woche sollten Henry und Fleck nach Hause kommen und Albina wollte vorbereitet sein. Das Geschäft hieß der Eleganze Hund und es gab dort alles, was ein Hund von Welt nur brauchen konnte. Eine Kollektion von Jäckchen und Stiefelchen in Schortenkaro für den Nachmittagsspaziergang zum Beispiel. Natürlich von einem berühmten Modedesigner entworfen. Auf seidenen Kissen laden Diamant besetzte Halsbänder aus und es gab aufblasbare Knochen, die stille Nacht ertönen ließen. Wenn man drauf biss, Hunderkörbchen in Form eines Dampfers oder eines riesigen Stiefels standen da und die Regale waren angefüllt mit Schaumbädern und Düften und Deodorants speziell für den anspruchsvollen Hund. Du meine Güte, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, sagte Albina. Es ist einfach zu viel. Glaubt ihr, Fleck würde sich über ein Kissen in Form eines Wiener Würstchens freuen. Geraldine hatte ein Mützchen aus Kaschmir entdeckt und Chlora hatte sich in eine Decke verliebt. Die Schlafe, mein Hündchen, Schlaf ein, spielte. Wenn man sie hochhob, die Damen rannten hin und her und wurden immer aufgeregter. Schau doch mal, das Halsband hier hat Nieten aus echtem Gold, sagte Glenda. Ich glaube, Gold würde ihm stehen. Meint ihr nicht auch? Und hier gibt es Hunderwimperntusche, sagte Geraldine. Ich erinnere mich, dass seine Wimpern etwas blass waren, sie rafften ihre Einkäufe zusammen und wollten gerade damit zur Kasse gehen, als sie etwas sahen, das ihnen die Sprache verschlug. So schön und ausgefallen war es, eine Kutschaufel aus Platin mit Opalen und Amethysten besetzt. Albina hob sie mit zitternden Händen hoch. Doch das ist eine originalgetreue Kopie der Schaufel, die die Zarenfamilie immer benutzt hat, las sie vom Etikett ab. Ich muss sie haben. Auf jeden Fall. Doch gerade, als sie die Schaufel zu den anderen Dingen in ihren Einkaufskorb legte, geschah etwas Seltsames. Albina straffte sich, eine Art Schauder fuhr durch ihren Körper, einzucken, und dann legte sie langsam, sehr langsam all die Sachen wieder zurück. Die Decke, die Schlafe mein Hündchen, Schlaf einspielte, das Halsband mit den Goldnieten und schließlich mit schmerzverzarrtem Gesicht auch die Kutschaufel aus Platin. Nein, sagte Albina, die über sich selbst hinaus wuchs. Ich habe mich entschieden. Ich werde nichts kaufen, bis Henry kommt. Ich werde warten. Er muss es aussuchen, und mit Gloria, Glenda und Geraldine im Gefolge marschierte sie aus dem Laden. Henry saß am Ufer auf dem Kehl eines umgedrehten Bootes und las einen Brief. Die Sonne schien und die Nordsee zeigte sich von ihrer besten Seite. Vom Ufer bis zum Horizont verliefen die Farben von Silber über ein blasses Türkis bis hin zu einem dunklen Blau. Fleck saß zu Henrys Füssen und sah abwarten zu ihm hoch, aber der Brief war lang in Ordnung. Fleck, sagte Henry, du darfst ein wenig herumstrummern. Fleck erhob sich und trottete dann den Strand entlang, der Brief stammte von Peppa, und Henry musste beim Lesen grinsen, denn sein Vater hatte genau das getan, worum er ihn gebeten hatte. Auslassungspunkte Es ist einfach unglaublich, denn es ist genau passiert, als Kailai bei Renta-Doc aufhören musste und sich total mies gefühlt hat deswegen. Anscheinend hat jemand von den Kunden gemerkt, wie gut Kailai mit Tieren umgehen kann, und hat dafür gesorgt, dass sie von einer Stiftung, die sich um Tiere kümmert, eine große Summe Geld bekommt. Ich habe nicht alles genau verstanden, aber es bedeutet, dass Kailai das tun kann, was sie immer tun wollte, einen Platz für Tiere einrichten, um die sie sich kümmert und die nicht eingeschläfert werden, auch wenn sie als sind oder kein Zuhause finden. Wir haben schon ein passendes Grundstück gefunden, bei uns in der Nähe. Es gibt da auch ein kleines Haus, es ist im Moment nicht mehr als eine Hütte, aber wir packen alle an und werden es bewohnbar machen, ist das nicht fantastisch? Du kannst auch gern kommen und helfen. Und vielleicht das nette Küchenmädchen Olga, von dem du mir erzählt hast. Wir werden das Haus Philonglein nennen, nach dem Hof, der unserer Familie mal gehört hat. Großvater ist außer sich vor Freude. Henry blickte auf, er würde seinen Vater anrufen und sich bei ihm bedanken. Doch wo war Fleck? Auf dem ganzen langen verwaisten Strand war er nirgendwo zu sehen. Für einen Moment überfiel Henry Panik. War er verloren gegangen, ertrunken oder gestohlen worden? Es sah dem Hund gar nicht ähnlich, so weit wegzulaufen. Er steckte zwei Finger in den Mund und pfiff, und ein weißes Flickchen erschien am Horizont, wurde größer und ließ sich auf Henrys Füße fallen. Fleck's Zunge hing ihm aus dem Maul, sein Schwanz klopfte auf den Sand. Es sah aus, als würde er lächeln. Ein Hund, der weiß, zu wem er gehört, ist ein freier Hund. Danksagung. Mein großer Dank gilt Tobin ihr Bootsohn für seine Hilfe und Ermutigung, mit der er die Arbeit an diesem Buch begleitet hat. Informationen zum Buch Was im Leben wirklich zählt? Nichts wünscht sich Henry sehnlicher als einen Hund. Als er den kleinen Mischling Fleck übers Wochenende ausleihen darf, ist es für beide Liebe auf den ersten Blick. Doch Henrys reiche und viel beschäftigte Eltern erlauben ihm nicht, den Hund für immer zu behalten. Da sieht Henry nur einen Ausweg. Er flieht mit Fleck und vier weiteren Hunden im Gefolge quer durchs Land zu seinen Großeltern. Informationen zur Autorin Eva Ihr Bootsohn wurde 1925 in Wien geboren und emigrierte 1933 nach England, wo sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2010 lebte. Sie war eine bekannte Bestsellerautorin der Erwachsenenliteratur. Auch ihre vielfach ausgezeichneten Kinderbücher sind weltweit beliebt und äußerst erfolgreich.